hallo leute und ein herzlich willkommen wieder zu einem neuen real life online live stream heute der weg am start mark rumpel der pumpe im outfit der ja ich sag mal homeland security police wer es nicht kennt das ist bei uns so gesehen die admin streife haben wir extra so umgetan weil vorhin waren wir einfach mit mobil unterwegs was es gar nicht gibt also fiktive sachen was dann nicht ins rp gepasst hat und deshalb haben wir gesagt komm wir machen ja homeland und ja für die soll man nicht wissen homeland ist bei uns admin ja ganz wichtig wir müssen uns noch den job geben damit wir auch wohl noch als atmen da sind den job werden wir irgendwann mal umtun dass wir auch mal wirklich statt atmen homeland unten stehen haben und das anderen auch weg ballern werde ich demnächst machen versprochen werde ich demnächst machen so ich hoffe ich geht's gut by the way leute was noch nicht wusste wir sind kurz davor die eine mitte zu knacken also würde mich freuen 13.000 abonnenten fehlen also über 13.000 leute zusammen bekommen die vielleicht einen kleinen chino abonnieren möchten würde mich sehr heftig freuen soll start mal durch und ich hoffe ihr habt heute spaß bei der admin streife dankeschön an ravelon oder rave rave london oder wie auch immer er ist meine erste spendel grüße aus niederösterreich ja niederösterreich vielen dank für den 10 kurs und kurs geht raus ja leute ich sag wir fanden durch das geld ist by the way ich habe es tatsächlich jetzt mal vermischt glaube ich bei mir wie viel geld hatte ich ein letztes mal weil ich habe letztes mal wieder irgendwas mit admin und duty gemacht und habe vergessen mein bank also das aufs bankkonto zu legen das müsste ich mal gucken also vielleicht später einfach den nächsten stream später gucken stimmt weil ollie fragt was ist das bitte was hat er ein heftchen gefunden gut ihr seht das gerade nicht aber ollie hat anscheinend irgendwo im anwesenden heftchen gefunden soll man da mal hinfahren vor 18 stunden hat er das report weil wir fangen gleich mal hin das geht doch das geht doch so nicht hat ollie was bei uns gefunden weil sie sieben am gelände oder was und schlecht erfahr mal gleich mal hin ja wir sind jetzt im einsatz das heißt jetzt wenn irgendwo ein support fall reinkommt wenn uns darum kümmern es ist jetzt gerade neue einreise gewesen bisschen holprig das ganze weil 5m die ganze zeit da war also ich sage ich ja gestern war 5m ja auch da und vorgestern auch oder die vor vorgestern war das die haben mit so viele ausfälle gehabt dass die einreise genau jetzt wo wir die einreise hatten sehr holprig dann war leider und uns ist ja aufgefallen ganz ganz viele leute auf einmal einreisen das wussten wir schon vom letzten mal dann packt irgendwann unsere leitung nicht mehr war mir jetzt eine ein gigabit leitung sind 1000 1000 mb die sekunde und jetzt haben wir ein upgrade geholt auf 10 gigabit das heißt das zehnfache an der leitung kostet jetzt zwar mehr dem server das heißt wir zahlen halt monatlich jetzt 50 euro mehr aber da habe ich gesagt kommt dass die 50 euro ist es wert dass wir das nicht auftritt dass da irgendwo der server vielleicht mal absämmen könnte gott sein ist das der letzte mal nicht letztes mal abgesämmen von was anderem robin rucks ist dabei vielen damen erst mal tanken gehen vor dem ruck sein nacken 107 euro da krieg ich einen tank voll zur heutigen zeit ich habe letzt mal was war ein viertel getankt war drin und ich habe 80 euro bezahlt aber ich habe noch ich habe noch relativ günstig getankt das ist ja noch schlimmer aber da robin rucks ein kuss geht raus an dich mein lieber er schreibt nichts dazu der ehrenmann das sind immer die besten einfach nichts dazu schreiben einfach raushauen das sind einfach die besten kuss geht raus an dich robin wirklich fetter 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 dankes kuss für eine 1 zu 7 einblende so ich bin's der fluss wird geworden matthias hudig ist auch wird geworden kai stechen war es auch dabei schreibt mir ist der beste leon verzauten zanni raus und schreibt guten tag kann ich nur zurückgeben einen guten tag geben jetzt max guten abend bin auch wieder da ja schau und ryan schau da ist der ryan mit das habe ich letztes mal bei andels im stream gesehen den namen mit stecken hinten dran servas der bruder von david erhard ist wieder hier jawohl david erhard und ryan stecken das sind die besten namen die es gibt kuss geht raus nicht dass ihr denkt ich fall drauf rein ich kenne die namen natürlich vom gestrigen andels stream so paul einst du bist auch dabei terror kennst du mich alles gute nachdringlich war ein antrag sollen wir heute einen antrag machen in in admin uniform haben wir zu ach so geht ja gar nicht schandle ist ja gar nicht zu hause wir können weil wir können bis donnerstag ihr keinen antrag machen schandle ist nicht da und sie hat auch kein laptop mitgenommen also wird es nichts mit dem antrag jetzt bis donnerstag also bis donnerstag durch das abschminken mit antrag geld also das ist jetzt schön das können die leute nicht die ganze zeit schreiben nach antrag macht antrag weil ich kann gar nicht wahrscheinlich ist nichts da so ich fahre mal zum 1 zu 7 gelände ich mach dir mal ein bisschen macht immer ein bisschen angst den jungs bei 1 zu 7 drüben so alter hauptplatz ist immer sehr viel los das merkt man wenn man hier durchfährt ach du scheiße was denn doch los da brennt schon wieder ach gut am hauptplatz brennt schon wieder immer feuer gelegt gut da fahren wir mal bei 1 zu 7 vorbei ich schau mal da ist echt was los du bist du deppert hier ist was los ja gut da fahren wir mal 1 zu 7 mit unserer ach wir sollten immer tun gelb ja auch nicht so schlecht wenn man den charger mal tun könnten ich meine wir können schon aber dann muss ich mir ein bisschen geld geben beim 45.000 wobei geht sich das aus ich weiß es nicht mal schauen dann fahren wir uns 1 zu 7 hoch da will ich gleich mal schauen weil ich das heftchen reported bekommen habe aber per sms das ist warum das hier so liegt aber gleich mal schauen wir uns gleich machen ja den wagen ist ein bisschen los reinballern fährt er glaube ich 500 oder so muss ich mal probieren alter matthias hudek dank nochmal für den sticker you amazing vielen dank heute mit dem sticker raus macht man anrufen ich war jetzt einfach hin wobei ich komme da nicht rein so stimme ich komme ja so nicht rein ich bin ja kein 1 zu 7 sollte man names an machen ich sehen kann wo jemand ist das ist gott die sita wer hat jetzt die 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 nachricht geschrieben na oli war das na gut da oli war das aber dann ist oli nicht da schauen wir gleich mal zeigen wir wie das geht leute bevor er erstmal die tür schön zugeparkt dass hier keiner mehr reinkommt genauso gehört sich das ganz provokant auf ehrenbruder basis also das gott die ist da aber sonst keiner ich habe hier rumsteht ich glaube der check kann ich dass ich hier bin doch der check das hallo ist rollo da ja rollo hat man nämlich einen komischen komisches bildchen gesendet ich würde wissen wo das ist will ich wissen was ist das oder das ist ein heftchen wo liegt das denn ich rufe das war rollo schnell anwarten ja ja sicher ich habe abgespeichert ich habe ich habe ich habe eingespeichert natürlich es war nicht rollo ich bin ein trottel nee es war oli war das erst macht es nicht besser glaube ich es macht sich besser die hat eine neue freundin muss ich mal fragen ich denke schon rollo oli oli da sein fast die gleiche person ist genau ist fast die gleiche person was soll ich rufen mal an ist nämlich richtig und wichtig dass sie herausfinden wo das liegt hallo guten tag die cheffe ist nicht da hier spricht die homeland security über eine frage ja das heftchen was ich war was wir gesendet bekommen haben wo ist denn das das liegt überall bei dir im haus in welchem haus im großen oder in der firma im großen am strand aber da fahre ich aber gleich minder schauen wir gleich mal an dankeschön okay danke tschüss da weißt du das ist noch kein auftrag jetzt habe ich nichts zu tun jetzt sagte ich mir ich gehe mal auf höschenjagd auf höschenjagd ja du er hat mir irgend so ein heftchen gesendet das irgendwo rumliegt anscheinend auf dem grundstück drüben soll ich unbedingt betrachten ob das wirklich dort liegt das habe ich schon mitgenommen wieder ja kann sein vielleicht hat er es mitgenommen dann bin ich mal wieder weg soll ich dir noch aufmachen unten nö ich komme davon selber durch ja ich habe da mein durchschneider kit dabei ich weiß dass er wieder zu direkt ganz schnell sonst hätte ich hier noch ein elektriker geholt ist aber glaubst du eigentlich an magie wenn ich jetzt nein sage weißt du mir das gegenteil ich beweist das gegenteil dreh dich um umdrehen schau wieder her glaubst du eigentlich an magie und deckt mir nicht das war das war der beste trick io wester das kann er dann seinen kindern erzählen dass da jemand von homeland war und ihm ein bisschen magic trick gezeigt hat gut dann fahren wir gleich mal zu unserem haus das will man mal angucken er meinte da liegt ein heftchen rum was nicht so ganz äh so ganz legend ist das gucke ich mir aber mal an weil das werden auf jeden fall dann weg machen müssen ganz wichtig und richtig das weg zu machen das das darf nicht im haus liegen stelle ich meine stell dir vor das brötchen findet das heft stell dir das mal vor oder noch schlimmer stell dir mal vor karl heinz kommt da irgendwann mal rein und sieht dann hätte ich gar so ein heftchen rum das geht doch nicht fangen wir gleich mal hin steven oben 107 euro von steven grüße dich an die kleine spende nach langer zeit mal wieder kannst du meine freunde willi grüßen die freunde willi die grüßen natürlich daher ums mit 107 euro hündchen der klatsch ist aber ganz schön komm lass mal ein like halt da hier für den herrn ums ja heute immer mal raus aber lang ist ja du hast recht lang ist mal gehört von dir prinzessin deshalb der ist für dich da fahr mal hin ich frage mich mal wann ich heute mal einen einsatz bekommen sind ja so viele neue leute da wir könnten auch live und stream sachen umsetzen weil ich habe reports bekommen dass leute wenn sie eine auslieferung haben da zugepackt werden von autos dass wir da die spots neu setzen weil ich weiß mittlerweile die ganzen spots sind die ich letzt mal schon fixen aber es dann nicht gewusst wo diese ganzen spots hin sind aber jetzt haben wir zum häuschen das kurs war anders heftig hat das wirklich so schlimm ist was da im haus rumliegt dachte schon der fährt mir ja gleich rein wie machst du das in wieder fünf story modus oder irgendwie online wie ich was mache ach so du meinst das hier was ich jetzt gerade spiel das ist 5m das ist multiplayer ich nicht wissen aber ich glaube derzeit wo dieser rp hyper ist oder naja er schwächt jetzt eben gott sei dank schon ab ich bin froh wenn der bisschen ab und links sollte es eigentlich fast schon mittlerweile jemand gekommen haben wir es 5m ist geld sollte man mittlerweile also die gaming szene weiß es mittlerweile fangen wir hier rein so das ist das ist ja immer ein privathaus ich habe gleich ob sich hier irgendwo jemand versteckt weil es wäre echt lustig und hier sollten die heftchen liegen das schauen wir uns aber gleich mal an ob das hier auf dem privathaus wirklich das heft ich habe nur gesehen es war ein holzboden das heißt ich hätte mal hier oben hier so holz ist oder hier unten auf so einer auf so einer liege müsste es sein hier unten doch 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 hier unten ah da liegt es doch guck da liegt es heftchen da komme ich auch nicht da falle ich sonst runter ach ich habe ja eh ich bin ja eh äh dings hier aber gleich muss das ja gut ja gut dass das heftchen hier liegt ja gut wenn das echt mal die frau brot zieht dann haben wir ein problem leute dann haben wir ein richtig dickes problem das müssen wir auf jeden fall weg machen schauen wir gleich mal kriegen wir das hier so irgendwie weg aus dem auge aus dem sinn so mäßig leider nicht aber können wir können das heftchen anzünden probieren ich meine habt ihr eine bessere idee ne ne ist nämlich festgeklebt ich glaube es sollte reichen mal ein kleines lagerfeuer hier so hoffentlich fang ich die ganze bude ab hat gesagt im ganzen haus verstreut liegen diese heftchen rum das glaube ich ihm nicht ich habe jetzt nur eines gesehen was sieht so geil aus das haus ne es sieht echt so heftig geil aus aber ich hab bis jetzt ne da lag nur eines bis jetzt ne achten wir mal hoch heftchenvernichter.de ja da ist noch so eins er hat recht die liegen hier überall rum och ne ich hab zwei heftchen gefunden das müssen wir auf jeden fall äh ja das müssen wir auf jeden fall mal weg machen ne so geht das nicht und hier wär cool ne shisha hinbauen shisha bar der shisha tiger ne das ist okay so gut dann weiß ich ah vielleicht hier vorne noch ne liege hallo drei heftchen vielleicht schon ja drei heftchen drei heftchen liegen in meinem haus das darf nicht sein und ich weiß nichts davon ich weiß einfach nichts davon gut dann weiß ich was ich als nächstes angehen werde wenn ich wieder ein mlo gearbeiten muss die heftchen weg machen die werden weg gemacht auf jeden fall alter tanzverbot der echte oder was liebe geht raus bitte liebe geht zurück na gut ich glaube es ist der echte weil ah der ist wieder im chat ne ist ja natürlich ist der echte der echte tanzverbot hat sich letztes mal bei mir live on stream das ist no shit wer es nicht mitbekommen hat live on stream einfach oder das war der vorletzte stream oder war es der vorletzte doch der vorletzte war das hat er sich live on stream bei mir äh äh hier VIP gegönnt der allerechte aber mit Haken und er ist gerade im chat ist der echte oh kuss geht draußen fuffi liebe geht zurück ich muss immer wieder den stream reingucken ich bin das problem ist ich bin leider so äh unhäufig auf twitch unterwegs es tut mir aber so so weh weil ihn guck ich gern aber ich verpasse immer alles weil wenn ich mal wenn ich mal auf twitch bin dann ist das halt selten weil ich mach twitch nie auf das ist mein problem aber wenn dann schau ich ihm äh schon gerne zu ich muss mal öfters bei twitch vorbeischauen bei dir liebe geht raus an tanzverbot alter einfach fuffi nochmal dagelassen kuss und liebe geht zurück da werden wir uns auf jeden Fall nochmal revanchieren eine revanche machen wir dann nochmal ah da fuffi einfach reingeballert kuss 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 geht raus und lass alle mein Herz hier für tanze da ich sag's ja immer wieder einer noch der realsten Leute die es hier gibt BZW auf äh die streamer einer der realsten streamer muss man sagen ja finde ich immer schön wenn man wenn man äh noch real sein kann was viele leider nicht mehr sind da geht wirklich kuss raus kann man kann man einfach kann man einfach nur mögen also ich verstehe heute nicht die Tanzverbot nicht mögen da muss doch irgendwas falsch laufen weil der tut niemanden was und es gibt welche Leute die mögen den nicht und ich verstehe nicht warum der tut niemanden was der ist urnett aber ich glaube manchen manchen Leuten geht das ein bisschen quer dass er das sagt was er sich halt eben denkt es geht vielen ein bisschen vielleicht zu quer aber ich verstehe nicht wie man so jemanden nicht mögen kann das auf jeden Fall kuss 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 oh endlich ein Support Hannes ich bin unterwegs Hannes ich bin unterwegs da bin ich gleich mit meinem mit meinem Streifewegechen gleich unterwegs Bruder bin gleich da wo sind der denn ah gleich hier ich muss auch noch jemandem helfen jemand hat ein Problem mit seinem Kennzeichen da muss ich einfach noch mal in Discord nachfragen das hat keiner gesehen da muss ich noch in Discord nachfragen ach du scheiße der kann mir gerade entgegen ich habe gerade Herzinfarkt bekommen äh muss ich gleich gucken wegen Discord weil dem muss ich sein Auto austauschen der hat irgendwie auf seinem Auto ein Kennzeichen dran gemacht und wenn das auspackt ist ein anderes Kennzeichen dran bitte fragt mich nicht wie sowas möglich ist ich weiß es selber nicht ich hoffe ich bin heute der einzige Supporter wir haben mittlerweile zehn Supporter oder neun Supporter auf RLO BZW Admins na wir meinen keine Supporter Admins Supporter haben wir mehr Admins haben wir mittlerweile neun Stück die hier rumfahren mit solchen Autos und den Leuten helfen und was ist aber ich wette was ich dort bin ist das schon vollendet weil ich der einzige bin der irgendwie anfahrt ja weil die anderen tpn sie einfach hin sind dann da ne ja ich guck mir was einfach scheiß drauf äh Galaxy danke für eine Schweizer Franken das muss halt direkt vorlesen sonst geht es unter Schweizer Franken war dann nie direkt äh aber also da jawohl da bin ich unterwegs der fragt sicher wegen dem 1 Spot wo ich vorgesagt hab wir müssen wir noch fixen auf dem Server ah bin ich schon unterwegs ah na ist doch keiner da da sind wir schon hier da Hannes so mit Anfahrt hallo wunderschön bitte wie kann ich helfen ähm bei dem einen Punkt hier vorne kriegst du manchmal so ne Auslieferung ja und der ist genau da vorne wenn du das vorzack wieder einparken sollst genau du returnst es dann so gesehen gell also du du returnst das dann wieder zurück hallo noch da äh ich kann dich gerade nicht hören falls du gerade redest jetzt hallo ha jetzt hallo ja ähm das ist bekannt du parkst das Auto dann halt da wieder genau genau also du holst es raus und du parkst es ein das ist uns bekannt äh wir müssen da noch mehrere Sachen machen wir müssen da auch die Spots ein bisschen umtun also das wird noch gemacht wir haben das wir haben das schon einmal probiert zu fixen aber anscheinend hat das nicht geholfen äh ich kann nämlich sagen wie das funktioniert da fährt so kennst du so wie ein Würfelspiel im Internet kennst du sowas so einfach einfach ein äh ein Randomizer der gibt dir random eine Nummer und äh da gibt es auch die Nummer return zum Punkt und wenn du Pech hast macht der Randomizer das dass er dich wieder zu dem Punkt zurückführt und dann ist es halt beendet und das ist alles also äh da müssen wir schauen dass wir im Randomizer eine Abfrage einbauen dass du vielleicht mindestens vier Punkte angefahren haben musst und dann geht er erst durch und kann dich zum Punkt zurückführen also wir schauen dass wir das machen und man hat noch was wenn der Punkt da ist ist der nirgendwo wie meinst du dass der ist dann nirgendwo also wenn du den Punkt da anfährst und du holst das Ding raus also man bekommt es manchmal raus dann ist kann es überall hinlaufen und man findet diesen Punkt zum Abliefern ja was den auch nicht gibt der existiert nicht und das ist das Problem der nimmt diesen Punkt der tut den mit rein den Return Punkt der nimmt den mit rein als Auslieferungspunkt und den gibt es so gar nicht und das ist das was wir noch fixen müssen da sind wir aber noch nicht ganz hinterher gekommen wo genau das Problem ist wir haben schon ein paar mal probiert das zu fixen ich werde aber nochmal probieren vielleicht das Ganze zu rewriten dass das nicht mal passiert also ich weiß was du meinst du nimmst dann die Ware raus und dann gibt es diesen Punkt nicht und das ist halt weil dieser Punkt nicht dazu da ist um eine Ware raus zu bringen aber er nimmt es trotzdem mit ins Script rein und da müssen wir einen Fix für finden aber daran arbeiten wir das wissen wir auch dass das hier existiert ja okay dann bedanke ich mich ja bitte und dann schönen Tag machen jawohl ebenfalls perfekt ciao dann gehe ich nun schnell das Support Ticket durch das ist nämlich ganz wichtig dass wir das eine Support Ticket hier fertig machen Alter die Korrek sieht ja heftig aus ui alter die sieht ja richtig geil aus weißt du das sind so Autos jetzt wo wieder die ganzen Neulinge da sind merkst du so dass die diese Basic Autos fahren nichts vom anderes Auto aus guck mal da steht eine alte Supra rum das habe ich doch nie gesehen vor allem hier die Corvette noch nie so sieht richtig geil aus das gefällt mir weil sonst weißt du wenn du so viel Kohle hast dann fahren alle mit ihren Bugattis rum und und schau mal da fahren die jetzt ganz normal ihre Regelchen ich muss jetzt nur ganz schnell gucken im Discord weil der eine Hilfe braucht anscheinend äh warte ich frag mal bist du online Fragezeichen äh kann ich das Dima warte ich schau mal ob Dima da ist ob da Dima heißt im Dings so Spielersuche Dima ah doch das ist er Dima ist da dann soll man ein Report schreiben ich sag mal ne Dima ne das ist nicht das ist oder ist das ach warte wegen diesem I und nochmal I hinten dran das ist aber Dima soll das glaube ich heißen oder oh bin ich blöd im Kopf wir könnten mal hinfahren aber warte ich ich gleich sonst mal Job ab sein Job ist wer Transportfahrer äh Player Data ist gleich ach wir sehen da ja nen Job nicht mehr stimmt mhm 250 Dollar auf der Bank der Bruder ist reich der arme Junge 250 Dollar und das war's dann schon so ich 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 pingel mal schnell an so ob er das ist äh bist du das ist die Sauna wir spielen dich gerade wenn ja bitte Report äh Slash ne Slash Support dann komme ich zu dir jajajaja perfekt so also wenn jetzt was ist dann macht er ein Report und dann komme ich zu ihm zum Dima dann werden wir das uns auch gleich angucken by the way ich wette was mit euch wenn ich jetzt mit meinem ähm Homeland Security Typen da hinfahre Richtung Richtung äh Stankstil und höre ich hol mal da jetzt die Rubbellose raus mache ich fix die 10k Leute fix die 10k pass auf wir machen das jetzt mal aber hundertprozentig jedes mal wenn ich wenn ich nämlich mit Spielgeld spiele was nicht mir gehört immer Rubbellos gewonnen immer oder immer geh mal in dein Handy warum was ist denn da da ist nichts mehr am Handy am Handy ist nix Leute pass auf ich mache jetzt drei Rubbellose auf und ich wette was eins ist sicher 10k ne ok gut aber meistens gewinne ich dann das ist das traurige Alter das ist so traurig schau 10k pass auf oh ich dachte ich gewinne das aber ich meine ich habe ein 10k Rubbellos bekommen allein das ist schon sehr heftig aber äh ok nevermind aber ich habe ein 10k Rubbellos bekommen aber trotzdem Pech in der Liebe ne Pech im Glück Glück in der Liebe so geht das genau gut die Kiste sollten wir auch mal tunen genau wir haben jetzt ein bisschen Zeit jetzt ist gerade kein Report drin wir gehen die Kiste mal aufmotzen sollen wir uns mal Geld geben ja Set Money 406 Cash ahja by the way Leute weil ich ganz oft gelesen habe mit das hier weil hier unten das hier steht für die ganz lustigen unter euch das hat nichts damit zu tun das ist wenn man sein Geschlecht ändern möchte auf die Schnelle vom Skin Menü weil viele denken dass dieser Comment für was anderes da ist ja der ist nicht dafür da das ist das Gender was man dann auswählen kann wenn man äh Set also das eingibt und dann kann man sein Gender umtun männlich oder weiblich ah hier 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 mit einem K da bin ich schon unterwegs also doch nichts mit Tune wo ist denn der wenn der weit weg ist dann tp'n wir uns hin gut wir tp'n uns hin wo ist denn der hier beim Flugfeld aber ich mache trotzdem die Anfahrt auf Ehre pass auf das ist das was ich sehr gerne mache dass die Leute denken ich komme gerade ich komme gerade angefahren von ganz weit her und dabei tp'n ich mich dann ein bisschen weiter weg oder bin ich aber gleich da pass auf und jetzt dich auch und machen wie schnell wir hier waren was hat denn Verfolgung mit einem Card ja da fängt es schon wieder an jungs da bin ich schon drauf hallo Hallöchen äh und zwar wir hatten eben ne ich weiß nicht 30 minütige Verfolgung mit einem Card ja der dann letztendlich ähm mit dem Helikopter abgehauen ist und es äh war so ein bisschen das Problem der musste halt nicht aufdanken beziehungsweise die Cards das stimmt ja 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 das stimmt wir sind locker knappe stunde verfolgungsjagd und auf einmal flüchtet er mit dem helikopter eine stunde verfolgt worden aber ich muss dazu sagen mit einem kart zu fahren ist nicht einfach weil das kart sich sehr leicht überschlägt also wenn du da echt blöd fährt der oder die weiß nicht sogar fast schrittgeschwindigkeit gefahren da ist auch keine kunst damit zu fahren schrittgeschwindigkeit wir sind wir sind hinter ihnen hinter den gefahren wir sind gerade mal 100 kann man nicht mal damit gefahren also ja was ist mit nagelbändern und einbauen ja deshalb wir haben es jeweils versucht er konnte den deutsche ram wir haben den eingebaut komplett er hat den deutschen ram einfach weg gerammt ist er weiter gefahren er ist ich glaube laut meiner gopro sogar von talen auto reingefahren und konnte danach weiter fahren ich kann ja du musst halt denken das ding ist unzerstörbar das stimmt schon aber wir haben keine regelung dass du damit nicht fahren darfst du darfst das theoretisch klauen damit rumfahren weil ich habe halt die ich bin ja damit auch schon mal geflüchtet und ich muss sagen es war sehr schwer zu händeln damit zu fahren wenn du irgendwo rein fest überschlägt sich direkt mit dem teil eigentlich ja von den angebenden cops die cops hinterher fahren und nichts machen also versuchen auszubremsen aber er sich sogar weg rammt ist mit so einem ram na klar dass man damit weg kommt na gut habt ihr vielleicht mal nagelbänder zum auslegen dass ich mal was testen kann ob die kaputt gehen die teile ja oder du oder ich weil ich glaube sogar dass das ding nichts bei nagelbändern macht ich probier es mal schnell ist egal ich probier das selber ja doch okay ja doch okay warte noch mal ich glaube dass ich war noch mal über das drüber ja doch also das geht schon kaputt und dann kannst du gar nicht mehr damit fahren ja ja also theoretisch wenn du das mit nagelbändern schaffst bei so einem gokart wenn ihr sagt schrittgeschwindigkeit ist er gefahren dann ja der hat der hat der hat halt bemerkt wenn einer vorgefahren ist oder vorne stand da hat er abgebremst heißt ausgewichen und so und wir können halt da nichts machen weil wir haben die zugebaut wir haben sich richtig gut zugebaut muss man wirklich sagen die die fahrten unter also rahmen uns ein autos weg und fahren weiter so wir haben wirklich so zugebaut einmal weil er in sackkasse gefahren ist der bau eramt uns weg und kommt da raus na ja weg kam mit so einem gokart ist auch die frage ich habe die gesamte verfolgung also wirklich meint also ich stand mit dem mit dem ram wirklich quer also da kam vielleicht nicht mal ein motorrad durch kann ich mal gegen den ram fahren ja warte ich steig rein aber eigentlich haben wir nichts was dagegen spricht im regelwerk ne so hoppala ja gut ich kann unten drunter fahren das stimmt schon ja ja fahr mal gegen meinen reifen ja schau mal ich kann hier drunter fahren guck ja ja fahr mal gegen meinen reifen hat die wirklich weggeschoben ok ja ich merks gerade ja das ding hat eine ram power ja das ist ich damit ihn weggraben soll ich dein fahrzeug reparieren der war schon kaputt achso ok aber den wagen soll ich den reparieren macht das nämlich quick repair pass auf meiner war auch schon kaputt alles gut wenn ich mach quick repair und erst gleich zurück so bitte ja keine ahnung also ich hätte es gibt mehr gefühlt wenn er sich ein anderes auto geholt hat und weitergeflüchtete aber mit dem helikopter dann noch bei so ein ja gut ist das problemchen ist halt wir haben dazu keine regelung das mit dem ram ist ja im regelwerk ich weiß ja aus welcher steht drin wenn du zugebaut ist von polizei darfst du rein ran dass du dich wieder frei machen kannst du nicht mehr wegkommst vom fleck das darfst du schon mit dem gokart ist halt die frage aber ich sehe gerade dass das gokart sehr sehr extrem ist was das ram betrifft wird wir testen mal was weiß jemand den spawn namen von dem standard gokart von von gta weiß das jemand auswendig ich guck mal irgendwas mit es war das glaube ich und was ich jetzt halt mehr gefühlt wenn ein auto genommen hätte ja ich weil die haben wir haben extra gesagt wir fahren mit drei autos hinterher und nicht mehr weiß wir waren schon so fair wir haben nicht mal einen helikopter gehen gar nichts natürlich ist schon der kammer nahe gut der stand also der ramp stand mit dem hinter reifen auf dem gokart oder so gut ist dann einfach geradeaus gefordert der welt komplett weg gerammt also ich hätte jetzt nämlich den vorschlag gehabt dass wir schauen ich schätze mal dass dann entweder die collision auf auf sehr hoch gestellt ist weil so weg graben geht eigentlich nicht das ist wie ich kann das mal zeigen jetzt nämlich hier ein autoscooter das ding hier damit kann ich jetzt auch nicht damit kann ich jetzt auch nicht so weg ram hier siehst du und ich glaube dass wir da vielleicht am handling bisschen was feintunen müssen dass das hier auch so ist okay wenn man das was neues weiß ja klar aber halt ist halt overpowered also somit im weg ram auf alle fälle overpowered ja weil wir mussten glaube ich alle zweimal tanken erfährt weiter ob man da vielleicht sogar tank oder so hinzufügen kann oder der grund warum ich da keinen tank gemacht habe ja weil man spaß hat schreckt mir die ganze zeit ja ja stimmt schon oder dass man vielleicht irgendwas macht dass man wenn man mit sowas macht dass man eine halbe stunde damit fährt oder 45 minuten oder so dann ist hier schon fertig weil die weg bitten wir dürfen sie weg haben weil ja wenn wir mit denen unsere autos in weg haben entweder haben wir uns selber weg oder der verletzt sich und das wollen wir verhindern im brp verstehe ich schon ne also wo ich ja das problem sie ist an sich eher das handling dass der alles weg haben kann das ist das schlimmste was ich gerade sehe aber wenn wir einfach das ändern dann klappt das weil es gibt ja diese gokarts von gta selber die haben das problem ja auch nicht der flumaro ich liess gleich vor aber ja an sich hat er so gesehen kein regelbruch begangen ich weiß jetzt ich weiß es nur dass die gokarts overpowered sind und dann schauen wir dass wir da ne fix dafür finden dass das nicht mehr so overpowered ist weil es stimmt halt schon wenn du mit dem gokart fährst das hat unendlich viel sprit dann rammt er noch weg wie eine 1 und ihr könnt halt auch nicht viel machen da finden wir schon eine lösung dass das nicht mehr so ist das machen wir schon gut jawohl dann vielen dank für die hilfe bitteschön die ja doch das ist ja das ist also dieser die mal typisch aller flumaro mit 107 euro gestern bekam angel geld und jetzt du alter flumaro vielen dank kurz geht raus und nicht flumaro warum du nähtest du so viel wieder viel zu viel aber ja die einzige ich sag so die die meisten spenden wirklich eins zu sieben auch wegen dieser geilen einblenden mehr keine einblenden machen schon mal vorbein euro kommt der fetter in euro einblende aber dann haben wir kein streamer ich glaube dann ist die ganze zeit ein euro ein euro ein euro ein euro stelle vor du kannst dann 100 107 euro in ein euro spenden das wäre ja heftig ganze zeit an euro so bezahlt werden funktioniert nicht nach adx vielleicht deshalb ja gut jetzt kann ich jetzt muss ich mal zum die mal fahren das ist immer das wichtigste müssen sich die ich weiß gar nicht sind die ein gebräuchte man admin chat admin funk wer ganz gut für admin und duty das wäre echt nicht schlecht ich hoffe die meist noch da so dankeschön an ich muss mal runter scrollen.de es muss wirklich runter scrollen es sind schon wieder viele donis da die ich noch nicht lesen haben können leute ihr wisst ich lese alles vor bei mir wird keine donation ausgelassen auch wenn ich ein länger brauchen was vorzulesen aber wisst ich lese alles hier zum beispiel von mark an der lump vorhin er will es sie will es bruce willis will smith auch auf einen wundervollen stream einen angenehmen abend fühl dich liebgegrüßt schieber kurdel dankeschön an mark an der lump leon ferx ist wird geworden dann leber philipp ist ebenfalls wird geworden und was der pfeilhofer dank für so zwei euro rünchen der paul ist auch dabei deshalb vorgelesen das habe ich auch vorgelesen hier unten perfekt ich bin staflu bastian schweinsteiger und matthias hudig sind alles ripps geworden kai stichelmann an 1490 kurs geht raus robin rux haben ja vorgelesen die 107 euro vorhin alter war heftig leon ferx mit 20 euro bei vorgelesen da war ich noch nicht bei slay tasty war das glaube ich ja slay tasty dank für einen euro hi wie geht's dir mir geht's sehr gut ich hoffe die auch fabsel ist auch dabei dankeschön für einen euro ohne message massel pfeilhofer auch mit dem euro dabei christoph seeland danke für das wird werden schmutz 0 0 6 dank auch fürs wird werden er schmutz ich war das flach nach ich weiß nicht ob ich gerade an daru denken muss ach so weil daru immer schmutz hat genau das ist schmutz so ich hoffe der typ ist noch da weil sonst habe ich ein problem ich frage den sonst einfach mal hat das hier unten gewesen echt jetzt schauen ob er da ist natürlich den einfach herholen aber fragen ich hoffe der wartet weil wenn man ein support ticket schreibt sollte man warten auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat weil hinten das mit dem gokart gerade das problematikum war aber ja mein gott wird schlimmeres im leben ist auf den support zu warten ich glaube der ist nicht mehr da nein das liebe ich ja das liebe ich heftig so mein mama hier die die mannummer add admin immer bitte noch mal hier sieht das der liebe die ma also wäbel und ich hab das richtig oder rave lohn ich war ich bin gerade vorbeigefahrt ja gut da machen wir den mama den krieg pass auf das war ich wieder den den skiturdel zack boom bin schon wieder da hat noch mal raus vielen dank oder noch mal ein fuhri abhufziger das ist der sound und wir spenden das ist der spende auf meine großartigen streams extremst grüße gehen raus dankeschön jetzt haben wir vorbeigefahren ja wo ist denn der jetzt bin ich blind mein outfit anziehe was ist das denn helm abziehe aber nicht mehr das ist er nicht weiter weißt du was ich mache jetzt mein gerät an es bekommt der gerät vielleicht mal rechts ran fahren zwar auch nicht schlecht weil sich der gerät anpasst auf so so der muss hier irgendwo gewesen sein sag mal willst du mir sagen dass der der macht nicht gleich support und fährt einfach weiter oder weil dann ziehe ich ihm gleich irgendwas lang bruder nee der fährt hä ich schwöre weißt du was ich guck jetzt ich guck jetzt was der macht bruder ich guck jetzt der muss ja anhalten dass der support kriegt ich kann ja nicht zu ihm anfahren und er fährt weiter jetzt guck ich aber bruder jetzt guck ich was der macht so die mal pass auf fährt er gerade hier lang nee hannes ist das pass auf jetzt können wir mal die mal suchen und ich schaue jetzt was er macht er fährt einfach weiter was der will support und fährt hallo 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 ich bin's die katrin bitte ganz wichtig wenn du den support aufmachst musst du bitte stehen bleiben sonst komme ich ja nicht nachher achso ich dachte man kann sich wenn man vielleicht support macht direkt zum spieler dann teleportieren ja kann man an sich auch aber selbst wenn ich mich dann zur tdb da fährst du ja weiter dann sehe ich dich ja nicht achso ich dachte achso ja ne alles gut wegen dem auto weil ich suchte schon die ganze map ab ich wollte die ganze zeit eigentlich anfahren ähm das ist nicht das auto gell das ist der golf der bmw mein verpacktes auto ist der golf genau ähm pass mal auf wir machen das jetzt schnell steig steig mal ein bcw ja steig mal als beifahrer ein genau so wir machen das jetzt so ich tp mich schnell zu einem parkplatz du parkst den bmw erstmal ein dann schauen wir wegen deinem golf ok so einfach mal einparken außer du hast kein geld dafür äh doch doch ok alter nochmal so ein ding ist das ey steven was ist los so jetzt einen golf rausholen der die probleme macht oder kriegst du den hier nicht raus oder ähm ich muss mal gucken es kann vielleicht sein dass er im abschlepphof ist wenn ich jetzt Pech hab ja der ist im abschlepphof aber welchen beim versicherer oder komplett abgeschleppt ich glaub komplett abgeschleppt komplett abgeschleppt ist wenn er da nicht mehr in der liste drinsteht steht er hier noch drin nein ok dann ist er komplett gut dann können wir dorthin ähm äh ich nehm dich gleich mit ach so ok so machen wir das auf die schnelle leute das ist halt alter wirklich der herr oben nochmal Kuss geht raus an dich brudi Kuss geht raus an dich ich weiß nicht warum du das machst aber wirklich Kuss 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 auf die Vorarlberger Nuss da kommt es ja nicht aus Vorarlberg ich hab's ja keine Ahnung Bruder soll Spieler suchen äh wie ist denn nochmal Dima wie von den Außenseitern genau Spieler zu mir so da musst du mal raus sonst schau ich mir das gleich an weißt du der Dima einfach der Beste macht den Slash Support fährt einfach weiter Bruder muss los Alter steht da schon der Wagen ja das ist ein falsches Kennzeichen dran tatsächlich ich weiß nicht wie der das geschafft hat in der Datenbank wisst ihr was das krasse ist in der Datenbank steht das Kennzeichen so nicht drin ich probier jetzt mal was passt mal auf ich mach jetzt mal kurz die Datenbank auf das seht ihr jetzt nicht das seh jetzt nur ich da kann ich nämlich nachgucken wie dieses Kennzeichen eingetragen ist mit dem Auto so das machen wir jetzt mal auf zack 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 öffnen das äh und Rehicles ist das ganz wichtig und ich weiß nicht ob das daran liegt weil ich einen Fix letztes Mal eingebaut hab für Fahrzeuge eigentlich ich hab nämlich im Kennzeichen das habe ich einen Fix eingebaut nicht dass der jetzt das wär blöd wenn das jetzt das verursachen würde was ich jetzt hier grad seh das wär richtig doof weil schau mal ich geh jetzt hier rauf und jetzt such ich unter Plates ein Filter dieses i 777i wenn ich das anwende das ist sein Kennzeichen das ist drin Impound es steht immer noch Impounded ganz kurz ja der wurde bei mir in der Liste nicht angezeigt ja deswegen hab ich den jetzt auch nicht ausgepackt weil der wird über mich gar nicht angezeigt oder kann es vielleicht daran liegen wenn ich zu wenig Geld hab wie dir wird der nicht angezeigt also ich geh zu diesem Typen da der da steht drücke e und dann wird da gar nichts angezeigt ja du musst erst mal drauf zugreifen einmal Enter drücken und dann nochmal ja also du musst erst mal Enter drücken und dann ist es drin hab ich auch gemacht aber jetzt hast du nochmal ausgepackt gell keine Ahnung hab ich es eigentlich gemacht das ist aber der Wagen den du mir vorne auf dem Screenshot gezeigt hast das ist eigentlich meiner aber ja ich kann den nicht aufmachen da steht du hast keinen Schlüssel und dann pass mal auf ich schau nochmal ob er respawned ok ne tut er halt nicht dann hol ihn nochmal raus aus der Garage vorne ich kann auch das Geld geben ah ok ist er wieder da perfekt dann machen wir ihn komplett weg weil drinnen ist er noch in meinem Impound Point dann gehst du nochmal nach vorne und holst es nochmal raus das ist so komplikated jetzt hier ganz schön komplikated ich verstehe mich nicht das Kennzeichen ist nämlich i 7 7 also 3x die 7 7 also 3x die 7 und dann nochmal i und da hat ein komplett anderes Kennzeichen drauf bei mir wird da kein Fahrzeug drin angezeigt keines nein also ich ich drücke e und danach Enter und da kommt kein Fahrzeug e und dann Enter und es kommt kein Fahrzeug dann hast du es aber vielleicht gerade raus geholt da hinten steht aber feins warte mal ich guck nochmal schnell was nach mal clear guck mal schnell seine Steam ID die mal Steam ID dann kann ich mal alle seine Fahrzeuge angucken die drin sind vielleicht hat er ein Doppelfahrzeug drin die mal so schon mal player data ich brauche mal den Identifier ah da steht da eh perfekt dann gebe ich das hier mal ein das ist nämlich die 1 1 0 0 0 0 1 4 1 AF 5 2 AF ja nö das oh mein Gott ja das ist komisch der Wagen achso weil der eine Impounded ist ja gut das macht jetzt Sinn ist ja im Impound drin Impounded Impounded und das müsste jetzt dann sein also dieser i äh i 7 7 7 7 i der ist Impounded ba 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 bie bop blub Kors ja gut Impounded ist auch immer Impounded puh das ist jetzt die Fork das heißt du hast jetzt 2 Fahrzeuge und eins ist im Impound gell äh ja also 2 einmal den BMW E90 habe ich erst vor kurzem gekauft sondern halt den Golf und der ist jetzt der Verbackte genau ok ja der ist im Impound drin den kriegt er da nicht mehr raus ja das ist aber komisch bruder das ist komisch und schaue ich nochmal wegen Impound ob der sich da wirklich den User geschnabbelt hat oder ich weiß auch nicht Impound Weak ist ich schaue mal schnell nach also ich mache das Kennzeichen rein ok das Kennzeichen aha ich glaube ich habe es mhm 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 das könnte das Problem sein ne das der ist gar nicht auf ihn zugeschrieben sehe ich gerade der ist ja auch gar nicht mehr drin so gesehen ah der Wagen ist komplett im Poppes ja ich ersetze ihm den komplett bevor ich da jetzt rumkacke ich mache den auch aus dem Impound raus weil sonst kacken wir hier dauerhaft rum und dann können wir auch nochmal probieren ob wir das Fahrzeug aber ich löscht das aus der Datenbank zack ja gelöscht perfekt absenden leeren und dann müsste er aus der Datenbank ausgetragen sein ja ist er gut dann habe ich das jetzt mal gemacht dann kriegt er den ersetzt oh tschuldigung alles gut warte mal ich hiel dich mal schnell so bist du hochgehalten perfekt ich bin nämlich gerade rausgetappt pass auf du kriegst das Fahrzeug wieder ersetzt wie viel Tuning war da drauf ähm nur die Lackierung und die Felgen was waren da für Felgen dran boah ich glaube alle Felgen kosten 50 Dollar oder so ok wie viel kostet die Kiste genau weißt du was noch so ein Scheuchner ich bin mir nicht mehr sicher aber ich glaube 8000 oder so ich weiß aber nicht mehr ich glaube wäre sicherer zu gucken sonst 10.000 ist okay wenn ich hier gebe ja aber ich gebe dir 10k du holst das Auto wieder und dann probierst du das nochmal mit dem Kennzeichen anmontieren ok und wenn es wieder das Problem ist bitte reporten ich werde es nämlich auch selber nochmal ausprobieren aber ich gebe dir jetzt nochmal das Geld soll ich dann ein Ticket erstellen oder slash support machen kannst du slash support machen dann bin ich gleich da ok wenn es jetzt direkt wieder sein sollte wenn es jetzt nicht direkt sein sollte erst später dann einfach Ticket also wenn es jetzt in dieser Session nochmal passiert ok ok danke soll ich dir irgendwas bringen Fahrrad oder was zum rüberkommen ne das Auto ist direkt da vorne achso ja stimmt gut aber danke bitte ciao gut ich hoffe mein Auto steht noch da mein Homeland Security Auto und nicht dass das gleich geklaut wird das habe ich irgendwo am Rand abgestellt ist das noch da ich habe das Gefühl das steht nicht mehr da aber nicht weil es geklaut wurde sondern ok wenn man dieses Fahrzeug automatisch despawnt wenn man es nicht besetzt finde ich nämlich ganz gut damit es auch keiner klauen kann ich bin mir grad unsicher hier war es, ne hier war es nicht ja gut das ist despawn dann spawne ich den wieder da haben wir auch nicht das despawn Script drauf zack so Support Anfrage von Fluffy was steht da nochmal wenn ich mein Outfit anziehe kann ich den Helm abziehen aber nicht mehr auf und meine Maske kann ich gar nicht abziehen jedes Mal neu kaufen ist eine Option aber das muss ich jedes Mal machen ja das passiert wenn man Multichar hat das ist ein Bug der aber bekannt ist dann muss ich jetzt eigentlich anfahren die bezahlte Bank funktioniert nicht da gehe ich nochmal zu SICKKEV318 wenn er hier irgendwo mal wäre oder ich probiere mal Add ich sehe doch ganz normal der hat hier AddX gemacht aaaaah ja 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 das ist aber AddX ist was anderes das ist noch vom Chat glaube ich ja das muss ich rausnehmen es ist nämlich Add nicht AddX ja es ist nämlich Slash Add und nicht AddX ja gut wenn ich AddX vorbeschlagen guck mal das wüsste ich gar nicht AddFlame für was ist das denn? das kommt Flamme im Auspuff oder so ich weiß gar nicht für was das ist ja moin einfach da AddX nee es ist eigentlich Slash Add nicht Slash AddX ja gut haben wir wieder was Neues herausgefunden auch nicht schlecht gut dann sind wir wieder so gesehen freier Funk und ich kann direkt genau meinen Schlüssel holen und Richtung Tuning Garage fahren und den mal komplett auftunen kannst du mal gucken was das schnellste Auto auf RLO ist ich glaube mit Tuning eh das Auto was wir jetzt gerade fahren und sonst ist es der LaFerrari müsste es sein also LaFerrari ist glaube ich sonst das schnellste Auto Abstellpunkt bei der Spedition nicht aufrufbar bei der Spedition das haben wir doch gerade gehabt aber das sind ja die Best Reports kann mal kurz einer zu mir kommen also dafür direkt mal Kick ja das ist das verstehe ich halt nicht kann mal jemand zu mir kommen das nehme ich automatisch nicht an weil du musst immer bei dem Support angeben warum jemand zu dir kommen soll und niemals einfach so weil manche schreiben Leute kann mal wer zu mir kommen und dann kommt so eine Basic Frage wie wann kommt das und das oder wie funktioniert das und das das kann man alles nachlesen zum Beispiel wenn jetzt nochmal dasselbe kommt dann muss ich das auch vielleicht mal ankündigen lass mich runter Hallo Servo genau das Problem hatte gerade jemand anderes auch das wird noch gefixt im Laufe der Tage also das ist bekannt Abbrechen und nochmal neu rein alles klar danke oder soll ich das anfahren wer ist denn das hier Scope Berlin 87 ich fahr das nicht an mit Absicht fahr ich das nicht an also wenn dann schon Dings dazu schreiben ist das nicht schön wenn man hier die ganzen Spieler sehen kann so auf einem Dings hier das ist schon geil ne fahr mal hier rein mach das jetzt aber mal aus das nervt mich sonst auf Dauer nervt das dann das wird dann im Auge weh aber ich mach ESP lass ich an ich mach einfach die Lines aus das ist glaube ich besser so gell ja jawohl dann kann ich auch die Names ausmachen zack perfekt ja so ist es besser störe das nicht so krass gut jetzt tun wir mal den Wagen tunen also ich glaube wenn wir den tunen haben wir das schnellste Auto auf ganz RLO bin mir aber unsicher wir können es ja mal testen Leute also mit Tuning solltet ihr glaube ich 500 fahren mit NOS hinten drin und das Scheiben tun ui guck ui guck weil dann sieht man hinten die Lichter nicht ja dann lieber nicht Bruder lassen wir den lieber so aber wir können da andere Felgen drauf machen das ist geil ja wir machen andere Felgen drauf wobei passt hier irgendwie nicht so ne irgendwie passt das nicht aber egal wir machen es trotzdem wir machen es trotzdem es ist okay mein Gott ah wobei die werden ja ganz wenn wir die in schwarz ballern schau mal die und dann in schwarz das wird ballern glaube ich ja das ballert gut passen wir auf den Charger finde ich ja die hauen wir drauf so ja sieht doch geil aus weißt du auf dem Charger musst du andere Felgen fahren finde ich da müssen solche robusten fetten Felgen drauf gut bin ready ready für den Einsatz und dann schau mal oh warte mal deswegen könntest du nochmal wegen dem Auto kommen ja perfekt aber dieses Mal bleibt der höchstwahrscheinlich stehen ne weil sonst dreh ich auch durch mit dem also er braucht nochmal Hilfe von unserem Auto das gucken wir gleich mal ach ich hätte mir das Kennzeichen die Hand drücken können ich trottel wir haben kein Kennzeichen gegeben oder macht irgendwas falsch ich weiß es nicht wir müssen gucken also mir ist es noch nicht passiert ich kann es mal an meinem Auto testen sonst aber schauen wir gleich mal ob es wieder passiert ist sieht aus als würde es funktionieren also jetzt habe ich es nochmal probiert ich habe ein Kennzeichen drangemacht ja und ich habe versucht den direkt einzuparken einparken ging und abschließend funktioniert bis jetzt auch noch ok also ich weiß jetzt nicht woran es davor lag ich habe auch genau dasselbe Kennzeichen genommen mhm also bis jetzt funktioniert es noch das einzige was ich mir gerade vorstellen könnte das ist das wo ich mir gerade denke dass es diesen Bug ausgelöst hat ist dass jemand dein Fahrzeug abgeschleppt hat dein Fahrzeug aber irgendwie dupliziert war auf kuriose Art und Weise du das Kennzeichen geändert hast und das Fahrzeug was jetzt aber im Impound drin war noch nicht das Kennzeichen hatte weißt du was ich meine so und das dann im Impound irgendwie geupdatet worden ist ja und das dann dadurch dieses Problem entstanden ist das ist das einzige was ich mir gerade vorstellen kann ja ja aber solange es funktioniert achso Kennzeichen hast du 1000 bezahlt gell äh 500 nur aber das passt achso 500 dann passt das ähm ja das passt jawohl wegen dem äh der hat nicht 8000 der hat 5000 gekostet soll ich dir das dann zurückgeben die restlichen oder so doch kannst du behalten als wieder gutmachungswert keine Ahnung du hast jetzt auch 500 nano bezahlt ja nein gut eben darf allein dass du dafür schon so ehrlich warst so allein dafür darfst du es behalten ja das sind meine Weed Pflanzen ich noch noch ja gut okay aber ich danke dir gell ja bitte kein Problem also bis deine ciao ach der ist mal korrekt weißt du er sagt ob der war weißt du jeder andere hätte gesagt äh ich behalte 10k und er sagt einfach soll ich zurückgeben genau dann dürfen die Leute das aber behalten was machen die schau mal wenn ich noch was zu machen äh achso ich dachte der schwebt hier mal schauen wir mal gegen die baden also haben die mich nicht gerufen wegen was anderem vor wegen Chatsky mal kurz schauen Bild hoch benötige Chatsky auf der Straße von Steffi White was Steffi White ob die Anfrage noch steht weiß ich nicht ein Chatsky von der Straße wer kommt auf diese kuriose den Chatsky auf die Straße zu stellen können wir mal gucken ob die Frau White noch irgendwo ist aber ich kann mich auch hin tp'n aber ich mach das mit dem Fahren mach ich lieber aber ich wollte jetzt ich wollte den Wagen jetzt mal Probe fahren auf Erbenbruder Basis bezüglich Schnelligkeit her und die geben wir uns mal NOS Alter Bruder äh GIF Item 406 Nitro haben wir uns da mal 10 Stück rein ich glaube dass wir damit über 500 kmh fahren werden und damit ist das eine der schnellsten Fahrzeuge die wir haben auf RLO bin ich mir halt sehr sicher ich glaube der fährt mit Tuning alleine schon 400 oder sowas wir probieren es mal Leute wir fahren es mal damit auf die Autobahn und dann testen wir gleich ich weiß es nämlich auswendig nicht leider aber wir testen es was macht der hier 1 1 2 Feuerzwerg ok es wird auch langsam wieder Zeit dass man die Tankstelle überfallen kann weil man schon lange kein Skript mehr drin gehabt jetzt fahren wir also ich fahr mal damit hier schon mal aus Alter allein das Alter huiuiui ich seh gar nichts weil wir hier so viele Namen sind Harry das Schnabeltier ist auch dabei ach schau der ladet grad aus Bank wird grad gemacht also wie viele Cops sind denn grad online seh ich nicht gell ja es werden sehr viele sein ich meine sind da 150 Leute online ah ich hatte Olli ich hatte Olli oh boah Alter was hat sich Olli gegönnt was ist denn Gold Alter der gönnt sich ja richtig hart Olli gönnt sich hart jetzt guck huiuiui Bruder ein Rolsi gegönnt geil 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 ein Rari auch gegönnt ja Leute gönnen sich ein bisschen was und hier kommen jetzt ah die normalen Rolsi ach das finde ich auch geil dass der hier steht mit seinem Eiscreme Wagen dann könnte man auch Drogen verticken ne so jetzt testen wir das mal also ich fahr damit mal und wir schauen mal wie schnell die Kiste fährt an sich da müssen wir aufpassen dass ich nicht jemanden auswesend mitnehme ich hoffe die hören dass das ich hier rechts fahr jawohl ah da ist nochmal also ohne Nitro fertig Kiste schon mal über 300 das ist sehr gut 307 309 311 ok es ist glaube ich nicht das schnellste Auto aber eines der schnellsten die es gibt wenn wir da jetzt nochmal bergab fangen ich glaube auf 340 kommen wir locker ja 340 340 mit Bump Alter 370 370 mit Tuning gerade mit Bump werden wir jetzt dann Nitro noch probieren ich glaube dann sind wir noch schneller na komm wir testen das mal mit Nitro das Ding da muss ich die Einspritzung einbauen aber ich return hier mal ich return ich hätte eigentlich direkt NOS einbauen sollen beim ersten mal fahren ich steppe so das war es nochmal so da fahren wir mal mit der Kiste und dann gleich wenn wir auf 3 boah da stell dir vor beim Bump 370 und dann Nitro reinballern ja das wärs jetzt aber gewesen du das wär mal ein absolutes wobei man kann statt einwärts noch schneller fahren glaube ich wenn wir statt einwärts fahren mit den Bumps runter sind wir noch schneller ich teste das mal 370 mit Tuning war jetzt das größte aber ohne NOS Einspritzung und jetzt gleich 370 mit NOS wir müssen nur den ein beim Blitzer unten ist so ein Bump wenn wir den mitnehmen dann zieht das ganz anders oh scheiße ich muss den hier ausmachen fahren die mir noch rein über Andel wenn Andel Highspeed Unit macht sich dann beschwerten ah ne doch nicht doch jetzt rein mit dem Nitro Alter fast 500 fast 500 fast 500 gezogen okh jetzt hier ab gebremst weil ich gerade Angst ums Leben eines anderen hatte Nicht, dass da unten wer steht und über die Straße rennt und ich fahre den Vollgas rein. Richtung Raumplatz mit 500. Also hätte ich jetzt nicht abgebrannt, wäre ich 500 Sachen schnell gewesen. So, wir testen nochmal in die Richtung, dann kann ich mir ein bisschen mehr Gas geben. Stell dir vor, jemand geht über die Straße und da kommt einfach so ein Ad mit Mobil mit 500 Sachen auf dich zu. Da schaust du auch nicht blöd aus, dann wäre ich. So, wir probieren es nochmal. Also, in die Richtung. Und dann, wenn dieser 3,70er ist, dieser kurze. Dann, ach du Scheiße. Ich habe alles unter Kontrolle, Jungs. Alles unter Kontrolle. Jetzt darf ich das Disaster erstmal aufräumen. Das kommt davon, wie man testet auf einem Live-Server. Ah, Disaster nochmal gleich mal weg. Zack, zack, zack. Hier gibt es nichts zu sehen, hier gibt es nichts zu sehen. Oh, das nehme ich auch nochmal mit. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Hallo, hier gibt es gar nichts zu sehen. Ich habe sie gerade irgendwie verumfallen sehen. Der ist alles gut. Ja, ich haute den Silo fragen, ob bei Ihnen alles gut ist. Das sah gerade echt übel aus. Der, ich bin von Homeland, mir geht es immer gut. Ach so. Haben Sie nicht gesehen, das Auto? Ja, gucken Sie mal auf die Aufschrift, der Herr. Gucken Sie mal. Oh. Ach so. Mir geht es immer gut. Alles klar. Das ist niemals passiert. Das hier alles, was Sie gerade gesehen haben, ist niemals passiert. Okay, okay. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, der Herr. Ihm so. Ich glaube, wir brauchen raussteigendere Kleidung, ne? Am besten irgendwas, wie das mit so einem Blaulicht auf dem Kopf, dass jeder sieht, dass das ein Admin ist. Das ist halt das einzig blöde, wenn du kein Admin-Mobil machst mit diesem Admin-Outfit. Die Leute checken zuerst nicht, dass du Homeland bist. Vor allem die Neuen checken das nicht. Die checken nicht, dass Homeland Admin on duty ist, ne? Also, ich rase hier nochmal durch. Ich muss das knacken, Leute. Ich muss das knacken. Ich will 500 schaffen. Ach, jetzt muss ich die Dings wieder einbauen, Bruder. Jetzt muss ich das wieder einbauen hier. Zack, zack, rein mit dem Ding. Ist RLO ab 16 oder 18? RLO ist ab 16. RLO war aber eine lange Zeit ab 18, bis wir uns dazu entschieden haben, ab 16 zu machen. Aufgrund, dass die Spielerzahl am Nachmittag sonst sehr gering wäre, weil die meisten über 18-Jährigen natürlich arbeiten gehen. Und ich sag mal so, mit 16 hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Freizeit. Und da ist dann vielleicht so nachmittags ein bisschen mehr los. Und das hat sich, also das ist wirklich so, ne? Seitdem wir 16-Jährige drauf haben, muss ich ehrlich sagen, ähm, ist es eigentlich besser jetzt nachmittags, als davor es war. Und, äh, RP-technisch merkst du keinen Unterschied. Ich muss sogar ehrlich sagen, dass die jüngeren Leute teilweise besseres RP machen. Teilweise, wirklich so. Als die älteren. Und das hat halt oft wirklich nichts damit zu tun, ob du jetzt 16 oder 18 bist. Die zwei Jahre machen ja keinen Unterschied. Aber was mir auffällt, die 16-Jährigen haben viel mehr Respekt. Das merkst du auf jeden Fall. Viel mehr Respekt. Das ist schon mal schön. So. Und jetzt zünden wir das Ding. Ja! Jetzt 500, komm! Hoffentlich steht da irgendwo ein Blitzer vom Kopi. Ah! 86, wäre aber langsamer als davor. Wenn ich jetzt noch schnell schaffe, irgendwo noch reinzuballern, auf die schnellen, ich probiere das mal. Also so, noch, 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 noch verwenden, ja. So, jetzt ziehen wir nochmal rüber. Oh, das wird nix. Auf der Grabe, nee, das wird nix. Also ich glaube, wenn du statt einwärts fährst, ist es das Beste. Aber statt einwärts ist es halt so. Ach komm, ich will jetzt hier 500 kmh knacken mit der Kiste. Ich hab gesagt, jetzt fährt 500, also fährt's auch von 400. Komm, wir machen das. Ich will jetzt jetzt knacken mit der Kiste. Jetzt ist eh grad nix zu tun. Keiner, keiner scherzt dich grad. Schau, Offroad. Ist das nicht schön, dass wir einfach so Offroaden können? Ist richtig schön, so nochmal. Dieses Mal mit ein bisschen mehr Gas am Ende. Aber ich steuere, wir schaffen auch für 500 kmh. Ich muss nur schauen, dass ich statt einwärts die Bumps besser mitnehme. Und voll aus war das Teil. Ich probiere es mal. RLO bald ab 6, ja, auf jeden Fall, bald ab 6 Jahren. Ach, schau, wer der ist, unser Freund von vorhin. In seinem Auto. Ach, hier baut er an. Ah, cool. Da fangen wir gleich mal vorbei. Aber da hinten baut er an, anscheinend. Da hat er mir hier, was gesagt, mit Pflänzchen. Gut, schauen wir mal. Also, theoretisch. Sollte es funktionieren, wenn wir statt einwärts fahren. Da baut noch wer an. Schau mal, Eurocent. Hallo, Eurocent. Man sieht genau, wo die Leute anbohlen. Ist das fies. Dann. Statt einwärts Vollgas gehen. Da wären wir jetzt aber auch auf gar keine Verluste 8, Leute. Wir verrasen nach Vollgas durch. Auch wenn einer über die Straße rennt. Der wird dann wiederbelebt. Aber ich will da mit 500 kmh knacken. Komm, das muss ja klappen. Das muss ja gehen. Und wenn das Ding so langsam kommt, war schneller, war schneller, war schneller. 3,31. 3,31. So, und jetzt gleich. Warum ist der hier so langsam? Was ist denn los? Und jetzt zünden. Alter. 505. Ja. Geschafft. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind mit über 500 gefahren. So, sind wir jetzt alle zufrieden? Sind wir jetzt alle zufrieden, Leute? Ich glaube, wir sind zufrieden. Ja, ich habe es geschafft, Leute. Über 500 gefahren. Mit Admin-Mobil. Also damit Admin-Mobil, eines der schnellsten Fahrzeuge. Ich darf es ja gleich mal Admin-Mobil nennen. Es ist Security Homeland-Mobil. Homeland Security, ganz wichtig. Ich fahre mal zur Polizei schon, was die machen. Ja, über 500. Das wollte ich heute noch knacken mit der Kiste. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kann ich heute beruhigt ins Bett gehen und sagen, ich bin heute 500 kmh im Stream gefahren. Ich stelle mich mal hier hin. Ich schaue mal, was die Cops machen. Ich gehe mal ein bisschen sneaken, was die machen da oben. Es gibt Besprechung. Kann es zu einer Entnahme Ihres Waffenscheins kommen? Dass Sie Bescheid wissen. Ui, es gibt Besprechung. Oder wenn Sie auf Leute schießen, die rückschuldig sind oder kann auch so eine Waffe, oder das wird dann so ein Waffenschein ins Name kommen. Müssen Sie damit rechnen. Nicht, dass Sie dann nachher sagen, Sie wurden dafür nicht belehrt. Dann schreibe ich auch in Ihre Akten so rein, dass sie belehrt worden sind und die einen Waffenschein ausgestellt haben. Und dann, ja. Haben Sie 500 Dollar bei sich? Ja. Achso, das Gespräch stellt jetzt hier unten statt. Ah, hoppala. Ihr der Staatseidig? Das ist der von vorhin, ne? Dieser Dude. Das ist Zivilstreife? Ach so Scheiße. Das ist, glaube ich, eine Zivilstreife. So sehen Autos aus, wenn sie wirklich zivil, zivil, zivil unterwegs sind. Glaube ich zumindest. Was man hier so alles sieht, gell? Was man hier so alles sieht? Was ist hier hinten? Ach so, das ist, äh, gut. Ach, das ist das Krankenhaus. Streamt da ist ja auch was los sicher jetzt. Ja. Da ist was los. Aber es wundert mich, dass jetzt hier so viele Reports reinkommen. Aber wir könnten, äh, na, wobei, onstream das fixen, ist blöd. Da hinten das eine machen. Das wäre blöd, weil sonst, wenn jetzt wer diese, diesen Job macht, dann, ähm, haben die das Problem, dass sie den nicht fertig machen können. Schau, wie sie alle den, den Golf kaufen. Guck. Alle kaufen sie denselben Golf. Weil er günstig ist. Waren die jetzt hier oben eine Besprechung, oder nicht? Das frage ich mich jetzt noch gerade. Da hört mir nix. Die warten, glaube ich, auf irgendjemanden. Die warten, glaube ich, hier noch auf unten. Ach, schau, Smokey ist da. Guck. Guck. Guck mal, wer fährt denn da unterwegs? Ja, schau. Hallo? Können Sie bitte satulieren für mich? Bitte? Sie müssen bitte satulieren für mich. Bitte satulieren Sie bei der... Rechte Hand oder linke Hand? Rechte Hand satulieren. Perfekt, dankeschön. Jetzt Sie dürfen weiter, danke. Danke. Bitte satulieren. Es wird satuliert. So, gut. Also, die haben gerade Besprechung oben, irgendwas. Vielleicht besser, wenn ich nicht zuhöre. Das ist nur eine Kleinigkeit. Ja, warum hat er oben keinen Name-Tag? Ja, gucken Sie einfach in den laufenden Tagen. Ja, mag ich schon. Warum hat er oben keinen Name-Tag? Bin ich bescheuert? Ja, schön Abend. Gut, dann halt nicht. Ich meine, er ist Admin. Ach, vielleicht deshalb. Weil er Admin ist, das könnte sein. Ja gut, stimmt. Er ist ja Admin. Aber ich wusste nicht, dass das Menü das so trackt dann. Also, alle Nicht-Admins werden anscheinend. Nur wahrgenommen. Ich dachte schon, einfach Hack drin, Bruder. Einfach Hack. Salutieren, nicht Satuliert. Du weißt schon, dass das genau der Choke war, Bruder. You missed the Choke. You missed the Choke. Das Satulieren ist der Choke an der Sache. Weil er damals, da haben ihn alle ausgelacht unten in der Polizeigarage, irgendwas mit Satulieren gesagt hat. Er war auch derjenige, der gesagt hat, er würde für seine Crew das Feuer ins Hand legen. Das ist der Smoke hier. Und das ist gerade der Choke dabei, dass ich Satulieren gesagt habe und nicht Salutieren. Aber ja, schon gut, Bruder. You missed the Choke, aber kannst du nicht wissen. Das ist ein Insider. Das können die Leute ja einfach nicht wissen. Ah, Jenna ist da. Kuss geht raus. Ciao. Die Chantle ist auch dabei. Gut, Leute. Was sollen wir jetzt denn angehen? Jetzt haben wir gerade ein bisschen Freizeit. Jetzt haben wir ein bisschen was zu tun. Ich würde sagen, wir können ein bisschen was vorlesen gehen jetzt mal wieder zwischendurch. Oder wir könnten schauen, was die Leute machen. Wir könnten ein bisschen, wir könnten ein bisschen die Leute beobachten, was sie machen. Oben links gehören. Also oben links meinst du, dass er da gestanden ist. Okay. Ich möchte aber trotzdem meinen Sinn. Der Herr Satuliert. Oh, RIP. Unangenehm. Das ist ganz schön unangenehm, ja. Dieses Dude, you missed the Choke. Nicht, nicht, nicht zu vergessen, der, was, Gedenkzettel. So, ich muss mich hier irgendwo einparken. Pass auf, ich pack mich hier ein. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Time. Wobei, ich habe gerade keinen Bock, dass das Auto despawnt. Ich habe es gerade so schön getunt. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemanden zuschaue, habe ich das Problemchen. Oh, weißt du was, ich fahre mal eine Runde mit dem Riesenrad. Mit dem Riesenrad? Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen Leute beobachten, bis ein Report reinkommt, oder? Was sagt ihr? Schon Leute beobachten. Nicht, dass wieder so etwas Peinliches kommt, oben im Zimmer mit der einen Dame. Wisst ihr noch damals? Das war nicht so schön. Ich fahre mal eine Runde mit dem Riesenrad, fahre ich. Jetzt, wo ich Zeit habe. Los, lass mich rein. Och, nee. Aua. Ist das denn scheiße? Hallo? Nicht fahren. Nicht fahren. Hallo? Hallo? Ich bin doch... Ach, die sieht gerade nur so aus. So. Gut, geht. Wir fahren. Auf nach oben. Im Zänkgedeckel. Ein Zänkgedeckel. So, ich gehe mal durchlesen, Leutchen. Jetzt kann ich nämlich gerade schön lesen in der Zwischenzeit. Das ist das immer das Schöne. So, erstmal einen Schluck auf Gute Nacht, Paul. Ah, erstmal einen Red Bull aufmachen, frisches. Hm. Leute, wisst ihr, was wir scripten könnten, theoretisch? Wäre jetzt so meine Idee. Bei Andels Autohaus könnten wir ein Script machen, also Selfmade, dass wenn du ins Autohaus reingehst, dass es einmal Quack macht. Das könnten wir heute hier noch einbauen. Ich würde es richtig lustig finden, wenn man das schnell scripten auf die Schnelle. Weil jedes Mal, sobald du einen Fuß ins Autohaus reinmachst, machst du das Autohaus einmal Quack. Wäre möglich, theoretisch. Soll ich das scripten heute in der Zwischenzeit? Das ist so lustig. Jeder, der reinkommt, wird angequarkt. Aber ich glaube, dann haut mir Andel erstmal einen auf den Deckel, wenn ich das mache, Alter. Ich weiß auch gar nicht, ob man vielleicht gerade den Stream nachguckt. Ich weiß es nicht. Andel streamt ja heute nicht. Aber ich würde es einfach lustig finden. Just for the joke, Bruder. Just for the joke. Einfach Andels Autohaus. Quack. Wenn du reinkommst. Warte, bist du angekommen. Also, ich bin gefahren. Dankeschön. Das war sehr nett. Leute schreiben ja. Soll ich das wirklich machen, Leute? Für euch? Soll ich machen? Das dauert aber ein bisschen. Ich schätze mal so fünf bis zehn Minuten müsste ich scripten. Dann nehme ich die Koordinatorer. Aber warte, wir fahren mal hin. Wer probiert? Du scheiße im Kopf. Ich will gucken, was passiert. Komm, wir probieren jetzt. Das würdet ihr lustig finden, gell? Wenn wir sowas machen würden. Flumaro. Flumaro. 107 Euro noch mal an Flumaro. Was ist denn los bei dir? Ah. Fast krank. Groß AP. Flumaro, ich küsse deinen reichen Nacken. Ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. Aber der haut die ganze Zeit 107 Euro raus. Und dann noch, ohne was dazu zu schreiben, der absolute Ehrenmann. Liebe und Kuss geht raus an dich, Flumaro. Fühl dich geküsst und fühl dich gegrüßt. Ich kann nur fetten Dank sagen. Wirklich, das ist echt heftig, Bruder. Einfach nur heftig. Wirklich, einfach nur heftig, Brudi. Einfach nur heftig. So, ich muss jetzt nur schauen, ob ich das gut hinbekomme. Ich weiß, ich weiß, wo ich das einbauen kann. Ich weiß sogar schon, in welchem Skript ich das einbaue. Das andere es nicht finden wird. Ich baue das in so ein Skript ein und finde das andere niemals raus, wo das drin ist. Ich bin so fies. Ich bin richtig fies. Aber ich mache das schnell, Leute. Wir machen das. Ich glaube, in 5 Minuten bin ich fertig mit dem Skript. Wir werden das dann gleich live testen, ob es wirklich beim jedem mal reingehen Quack macht. Ich will nur, dass es einmal Quack macht. Ich will nur, dass es einmal diesen Ton von sich gibt und dann nie mehr wieder. Dass die Leute nämlich das nicht reproduzieren können, dass sie nicht wissen, wo das hergekommen ist. So machen wir das. So wird es gemacht, Leute. So wird es gemacht. So. Robin Rucks haben wir ja vorgelesen. Genau. Leon Fertz haben wir vorgelesen. Das, äh, Fapsel. Hier, an eure Dankeschön, Fapsel. Äh, Christoph Seeland und Schmutz, das haben wir auch vorgelesen. Das ist ja witt geworden. Äh, CD YouTube. Xion, bist ein super Typ. Freue mich schon, wenn ich eine neue Grafikkarte habe, auf RLU zu zocken. Na, Kuss geht raus an dich. Und Steve, ums haben wir vorgelesen. Peter, weh, weh, mal Null Rost. Die Spritpreise lassen mich völlig kalt. Ich danke einfach immer für 20 Euro. Äh, Saskia21, Barfuchs. Was? Achso, jetzt check ich's. Ah, geil, so ein bisschen da. Ich hoffe, Andel ist nicht da, um das zu sehen. Also, Leute, wir machen das jetzt auf die Schnelle. Wir holen uns die Koordinate raus, wo der Eingang ist. Der ist ja hier. Pass auf. Wir holen uns die Koordinate. Warte. So. Guten Tag. Servus. So, wir machen das. Ich würde sagen, wenn man hier reinkommt, wir jetzt hier in die Ecke stellen. Guten Tag. Guten Tag. Abend. Wir stellen's. Jedes Mal, wenn du hier reinkommst, kommt da ein Quack raus, okay? Oder sollen wir vom Büro oben so das Quack kommt? Nee, wir machen's hier. Hier kommt dann so ein Quack. Gut, also wir scripten da schnell. Also, ich geh schnell rein. Nicht wundern, dass ihr jetzt gerade nicht sehen könnt. Ihr seht das leider nicht, was ich gerade scripte, aber ich mach da schnell auf die Ehre. Das ist die beste Idee ever, die ich hatte, Alter. Das ist die beste Idee, die ich jemals in meinem ganzen Leben hatte, Bruder. So, und ich baue das in ein Script rein, das Andel nicht sehen kann. Einfach, um zu trollen. So, ich hoffe, das... Hab ich das encrypted? Nee. Perfekt. Gut, ich hab schon das Script gefunden, um was einbauen können. So, jetzt mach ich das rein hier. Das ist so geil. So, zack, rein. Ach nee, da muss ich... Da muss ich einen Sound reinladen. Ei, okay, wartet. Ich muss einen Quack-Sound irgendwo runterladen. Und wir könnten theoretisch... Leute, wir könnten theoretisch eine Ente spawnen lassen für eine kurze Zeit. Wir machen das mal schnell. Wie heißt denn dieses Model? Das Pet-Model brauche ich schnell. Ähm. 5-M-Pet-Model. Dann spawnt das ganz kurz, das Ding. Also, es ist ja keine Ente. Es ist ja was anderes, ne? Weiß jemand nochmal, wie das heißt? Dieser Vogel, dieser komische? Ah, hier. Ich hab ihn schon. Camerand heißt er. Den lade ich rein. Dann haben wir da so einen kleinen Vogel, der hier drin kackelt. So. Äh, Config machen wir hier die 6 rein. Genau. Das wird so lustig, Leute. Ich werde so einstüben, wenn das fertig ist. So, ähm. Dann machen wir das hier auf 6. Ich muss das, äh. Weil es geil ist, ich hab so ein ähnliches Script schon mal geschrieben. Ich muss es nur umschreiben. Für Andels Autohaus. Andels Autoschmaus. So, äh. Und dann. Das hier. Zack. Genau. Das ist der Sound auf der Spinde. Perfekt. Ich glaube, das Basic hab ich fertig. Weil ich muss, ich muss jetzt ja Gott sei Dank nicht viel umschreiben. Weil es ist ja eigentlich. So, ich muss hier nur die Distanz runterschrauben. Das muss ich machen auf. Oh, wie viel schreibe ich denn das auf 3 oder 2? Auf 2 mache ich es. Auf 2. Das sollte perfekt wirken. Und dann muss ich hier noch eine Dings rausnehmen, dass das immer passiert. Egal wann. So. Die nehm ich raus, die Funktion. Die baller ich raus. Genau. Gut. Ich glaube, jetzt bin ich da fertig. Außer ich hab irgendwas übersehen. So, das brauche ich nur noch einen Quacksound, der abgespielt wird. Und dann sind wir eigentlich ready. So, das passt. Also ja, die Koordinate muss ich noch reinballern. Stimmt. So, da speichere ich mal auf die Schnelle. Dann mache ich noch in die Config was rein. So. Und da jetzt auch die Config reinballern. Und dann soll es gleich losgehen. Dann schallert es hier gleich im Auto aus Quack durch. Aber nur einmal pro Spieler, ne? So, dass du das wisst. Quack. So, Config 6. Location. So, jetzt sind wir bei 1, 1, 4, 2. 2, 8, 5. Also Minuswert. 1, 1, 4, 2 Minuswert. Das ist Y-Achse. Minus 1, 7, 2, 7, 2, 9. Äh, 3, 9. Und Z nehme ich immer die Hälfte. Also die Hälfte vom ersten ist dann 3, 4, 4. Statt 4, 4, 4. Also nicht die Hälfte. Ich ziehe mal eins ab. Rotation. Wo soll die hingucken? Gleich wie ich, ne? Also so in die Richtung. Ist dann Richtung 3, 5, 3, 7, 5. So. Und dann brauchen wir noch das Objekt. Das tue ich hier auch noch rein. Zack, ist drin. Und dann muss ich jetzt eigentlich nur noch einen Sound raussuchen. Dann geht's los, Leute. Ich google mal schnell nach Enten-Sound. So ein Quack. Kennt ihr dieses YouTuber-Quack-Sound-Effekt-Ding? Warte mal. YouTube-Quack-Duck-Sound-Effekt. Ich glaube, das ist nämlich dieses... Genau das hier ist es. Gut, das lade ich noch schon runter. Und dann bringen wir das noch schön ins Format. Dann haben wir alles so. Ah, ist das geil. Ich feier's jetzt schon. Ich muss nur schauen, in welche Location ich diese... diese Ding rein tue. Ah, wartet mal ganz schnell so. Da, x... Was ist x-Sound? Nee. Ich muss mal schnell gucken, ob es hier drin ist. Ich muss jetzt schnell schauen. Nee, das war nicht hier drin. Es war in dem... Wie heißt das Script nochmal? Ich muss das in ein bestimmtes Script reinballern. Ah, wie heißt das nochmal? Interact-Sound heißt das. Interact, 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 Interact. Ah, ich hasse es, ins Script rauszusuchen. So sehr jedes Mal suche ich's. Ah, da ist es, genau. Da kommt's nämlich rein. Unter HTML. So, genau. Da muss man's... To... OGG-Format müssen wir's bringen. Ja, ich hoffe, das klappt, Leute. Ich hoffe, das klappt, so wie ich's mir grad vorstelle. So, Download ist gleich ready. Ihr werdet so... Ihr werdet so staunen, wie schnell das geht. Dass du hier reinkommst und dann ist das kleine Entchen da drin. So, Quack-Sound. Zack. Das Lustige wird ja sein, man wird die Ente nicht direkt sehen. Das ist nur ganz kurz, dass du sie siehst. So, Quack. Nenn wir das mal... Ich nenne's wirklich einfach Quack. 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 So. Rein da. Und dann müssen wir nur noch den Sound reinballern. Und dann sind wir fertig, Leute. Dann bin ich mit dem Script komplett ready for Miami. Dann können wir unsere Hands abputten. So. Quack. Also, ich glaube, ich hab's, Leute. Ich glaube, ich hab's. Den Wait-Timer vielleicht noch ein bisschen... Hochsetzen. Ist near. Zack, boom. Und dann macht er das... Ne, wobei, das passt schon. Setz. Wobei, Alpha muss ich gar nicht setzen. Den mach ich raus. Den Alpha-Wert muss ich nicht setzen. Zack, zack. Den muss ich auch nicht setzen, den Wert. Ja, passt. Gut. Ich glaub, ich bin fertig. Jetzt speichern wir das. Da müssen wir mal alles restarten. Und dann gucken wir uns mal an, ob das so funktioniert, wie ich mich das vorstelle. So. Passt auf. Jetzt geht's gleich los. Restart. Inter... Achso, erstmal refresh. Restart. Ach, das darf ich ja nicht zeigen, sonst sieht das ja Andeln, was ich mache. Wartet mal ganz kurz. Nicht, dass Andeln die Ressources sieht. So. So, passt auf. Gut. In der Theorie müsste es funktionieren, Leute. Okay, es funktioniert schon mal, aber die Ente ploppt nicht auf. Da haben wir ein Problem. Die Ente ploppt nicht auf. Das ist blöd. Aber... Es funktioniert. Der Ton kommt auf jeden Fall schon mal. Ich muss jetzt nur noch schauen, dass ich dieses Aufploppen der Ente noch hinbekomme. Warum ploppten die nicht auf? Alpha ist auf... Ne, das sollte so passen. Das sollte passen. Ach, wartet mal. Das kann ich noch schnell probieren. Das könnte noch sein, dass ich die Location doch noch auf 1 erhöhen muss. Also warte, ich gehe nochmal die Location in Wert durch. 1, 1, 4, 2. Das passt. Also Minuswert. Minus 1, 7, 2, 7 passt. Und das mache ich mal Z auf. Ja, doch ein bisschen höher. Vielleicht braucht die Ente ein bisschen weiter oben. So. Ich restart nochmal das Script. So geil. So, restart. Ich hoffe, das klappt, Bruder. Ich hoffe, das klappt. So, pass mal auf. Ja! Es geht! Es klappt! Oh mein Gott, es klappt! Habt ihr gerade gesehen, das Ding in der Ecke? Okay. Ich muss nur schauen, ob das jetzt noch funktioniert, wenn ich hier reinkomme. Wartet mal ganz kurz. Oder sollen wir das hier im Eingang platzieren? Ne, hier müssen wir die hin platzieren. Ist auch viel besser. Aber es klappt, Leute. Hier wirst du begrüßt. Hier machen wir sie hin. Hier machen wir sie hin. So. Hier. Pass auf. Die im Eingang, weil sonst sieht man die ja hinten nicht. So. Aber es funktioniert. Wie geil! Wie schnell wir das gerade gescriptet haben. 1, 7, 30. Aber gut, ich muss auch sagen, ich habe das Script, das habe ich ja mal self-made geschrieben vor ein paar Monaten. Das ist eigentlich genau schon perfekt vorgeschrieben. Ich muss nur noch die Koordinaten und ein paar Sounds und so reinmachen. Aber sonst? Alter, wie geil. Das funktioniert einfach direkt auf Anhieb. Ich mache nochmal aus. Pass auf. Leute, es wird so lustig, wenn du hier reinkommst. Ach, warte, ich muss die Dings noch anstellen. Ein bisschen größer machen. Jetzt können wir die Koordinate nach... Ich mache mal größer mal 5. So, und jetzt? Zack. Pass auf, Leute. Jetzt wird es umso besser. Jetzt wird es umso besser. Guck. Ach, ich muss sich nur herdrehen. Warte. Ist doch wichtig. Der muss sich in die Richtung drehen. In die Richtung müssen wir noch. Das ist noch der Feinschliff, der jetzt noch kommt. Rotation. 1, 6, 7. 5, 1. Und dann haben wir den Feinschliff. So, jetzt ist der Feinschliff ready, Leute. Jetzt wird es nur von einer Ente begrüßt. Also, es ist zwar keine Ente, aber es ist das Näherste, was an der Ente hinkommt, Leute. Besser geht es nicht. So, jetzt mal zurück. So, jetzt, jetzt, Leute. Jetzt ist er fertig. Jetzt ist er fertig. Der Begrüßungsandel. Ja, das kommt ab und zu vor. Da ist ein, ja, unser Haus eigentlich soll das sein. Ja! Ja! Okay, das lassen wir jetzt so, Leute. Also, ich habe euren Wunsch erfüllt. Wir haben jetzt eine Begrüßungsende beim Andelsentenhaus. Ist das geil. Ey, auf diese Idee hätte ich viel früher kommen müssen. Ey, Leute, das sind schon mal 8000 Likes wert hier, ne? Komm, wir haben mal auf den Like-Button hier für die Begrüßungsende. Ah, ist das geil. Der arme Andel, Bruder. Der arme Andel. Oh, nee. Das heißt, jeder, der hat das Auto aus, kommt jetzt von der Ente begrüßt. Ah, ist das schön. Das ist, Leute, und schaut mal, es ist nur einmal. Wenn ihr jetzt nochmal hingeht, es passiert nur einmal. Das heißt, ihr kriegt die ganze Zeit die Ente. Ihr bekommt nur einmal die Begrüßungsende. Nur ganz kurz. Also, ich mache nochmal. Eimer mache ich noch. Warte, weiß ich nochmal hier nochmal aus. Pass auf. So. Eimer, einmal. Eimer will ich noch das Eimer sehen hier, wenn ich hier durchgehe. Pass auf, ich gehe nochmal durch. So, ich gehe hier nochmal rein. Ich kaufe ihn dir, aber bau bitte keinen Turbo ein. Nee, ich habe schon einen Fehler gemacht, wey. Okay, perfekt, jetzt lasse ich mal so. Schau, die hört jetzt die Ente, habt ihr gehört? Er hört die Ente auch. Weg, 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 weg. Das lassen wir jetzt so. Das lassen wir jetzt so. Jungs, weg. Weg, weg, weg vom Auto aus. Jetzt ist es halt wirklich ein Entenhaus. Oh, geil, ey. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Wir haben jetzt offiziellen Enten daraus auf RLO. Das muss ich jetzt hier wegmachen, die Koordinaten. Wie haben wir jetzt gebraucht, dass wir stripten? Fünf bis zehn Minuten circa. Sehr stolz auf uns. Mein Fahrrad ist verbuggt. Das sind mal wieder so Sachen, die liebe ich. Hätte mal eine Frage wegen meinem Auto. Umstellt man die Frage nicht direkt? Ach komm, wir fahren. Jetzt habe ich ja Zeit. Jetzt haben wir ja ein Entenhaus gemacht. Leute, das ist 8000 Likes wert, würde ich sagen. Come on. Da müssen jetzt die Like-Button gedrückt werden hier. Ich finde das so schön, dass jetzt jeder, der ins Auto auskommt, von der Ente begrüßt wird. Das müsst ihr euch von der Zunge zergehen lassen. Jetzt bin ich der Einzige, der die ganze Zeit eine Ente hört. Jetzt bin ich nicht mal der Einzige. Wo ist denn der denn? Ah, der ist eh gleich hier vor. Er hat eine Frage zu seinem Auto. Schmudi, ich bin gleich bei ihm. Ein Frock zum Fahrzeug. Ist das jetzt so eine Basic-Frage, ist natürlich durch. Hallo? Moin, moin. Achso, es ist ein Mail. Hallo? Bitte, wie kann ich helfen? Ich habe noch eine Frage. Bitte? Und zwar, wenn das Auto ja eigentlich nicht mehr viel Sprit hat, sprühen ja die Funken. Ja. Und ist es normal, dass es bei dem Auto am Kofferraum oben ist? Und vorne? Oh, lass ihn mal schauen, bitte. Ist das offen? Ich habe es extra nicht auf... Ja, dürfte offen sein. Ich glaube, du musst zuerst einsteigen oder so. Ah, jetzt geht's, ja. Ah, ja, ja. Sehe ich gerade. Das ist aber komisch. Ja, vorhin war es nie, glaube ich. Naja, da die Funken sprühen, kommt aber vom Auto. Das ist an sich, ist da oben anscheinend eine... Ich muss dir vorstellen, so ein Emitter, das ist so ein Teil, das wird im 3D-Model gesetzt, dass das Spiel weiß, wo muss es was rausschallern. In dem Fall, hier oben ist es gesetzt worden. Was ich nur sehr komisch finde, ist, dass eigentlich das nur im Auspuff passieren sollte. Und der Auspuff ja richtig gesetzt ist, weil es kommt ja Rauch am Auspuff raus. Ja, ich glaube, früher war es eh am Auspuff. Warte, ich probiere mal was. Repair. Achso, ja gut, jetzt ist es vollgetankt. Ja, das ist blöd jetzt. Es war früher im Auspuff? Es war früher im Auspuff. Mhm. Also für mich macht das gerade... Weil es war jetzt einmal links, einmal ober. Ich kann mir das Model sonst mal anschauen. Mhm. Ob das wirklich irgendwo da so ein Problem hat. Aber an sich sollte das nicht passieren. Finde ich jetzt auch sehr komisch. Also habe ich jetzt auch noch nie bei so einem Auto gesehen, dass das irgendwo Funken spült, wo es nicht soll. Ich könnte mir... Du hast ja einen Sportauspuff dran gebaut, oder? Äh, ich denke ja. Ja. Vielleicht ist da der Modder von dem Sportauspuff irgendwo... ...dann beim Sportauspuff selber diese... ...diese komischen Dummies woanders hingesetzt hat. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber wenn du... Okay. Wenn du jetzt das wieder umbauen solltest, dann ist es vielleicht sogar weg. Aber an sich finde ich das tatsächlich nichts krass störendes. Weil wie oft hast du das schon, dass da Funken sprühen und eigentlich ja... Ich schätze mal, dass das vom... Ich schätze mal, dass das vom... ...angebauten Auspuff kommt. Wenn du sagst, dass das davor nicht so war. Wie lange hast du das umgebaut? Oder war es schon immer so? Okay. Das war schon immer so. Aber ich könnte es mal ausprobieren. Könntest du sonst noch mal leer fahren und schauen? Äh... Ja. Klar, kann ich machen. Ohne Aus... Wobei Auspuff kostet viel. Egal. Ja, aber was kostet denn der Ohrmau? Sonst... Jetzt kann ich dir das geben. Ist ja kein Problem. Okay. Sonst testest du es halt einfach mal und... Ja, mach ich. Und schaue ich mir das Model mal an. Aber an sich ist es jetzt nichts grobes, was jetzt irgendwie... ...schlimm wäre. Ja, ich baue mal um. Okay. Fahr mal leer. Jawohl. Dann melde ich mich nochmal. Okay. Perfekt. Perfekt. Jawohl. Alter Sabuel. Bist du dapper. Servus. Bin auch wieder dabei. Nach langer Zeit mal wieder. Spende. Zu geiles Script mit dem Entenhaus. Und bitte zeig mal Smokey Matze oder... Aber jetzt kann ich es nicht lesen, Bruder. Was hast du noch geschrieben? Und zeig bitte... Das mal Smokey Matze Ryan oder Olli. Warte, ich ruf mal Smokey an. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, nochmal 107 Euro, Bruder. Kuss geht raus. Ich habe Smokey ja nicht eingespeichert. Wobei ich habe... Habe ich ihn jemals eingespeichert gehabt? Nee, hatte ich... Ich hatte ihn ja nie eingespeichert. Ich habe ihn mit dem RP ja nie eingespeichert. Ich könnte sonst... Weißt du, das Problem ist, Smokey macht gerade RP. Den jetzt herzuholen, ist problematisch. Aber wir fahren mal nochmal zum Auto. Also ich will mal gucken, was so die... ...die Leute dazu sagen, wenn das hier drin passiert. Wenn es da drin schabbelt. Ich fahre da nochmal hin. Die armen Autosverkäufer. Ah, das ist was ich da wusste, schau. Ja, ja, das ist was los. Ah, guck. Was handelt da? Oh, Alter. Das ist ja mal geil. Alter. Ach du Scheiße. Tekken-Sing, ich kann mal Tekken-Sing. Tekken-Sing. Oh, der hat's gesehen. Tschau. Da ist nichts. Da ist nichts, ne? Da war doch Kraft-Empfang-Sing, die gequarkt hat. Das ist ja was ganz Neues, der Herr. Das ist ja was ganz Neues. Ah, es funktioniert. Das Geile ist halt, die Leute, die schon hier waren, die sehen das nicht. Die haben's ja schon einmal gehört. Ja, Tom. Entschuldig's, das willst du verstehen. Ah, die Empfangsente. Es funktioniert, Leute. Die Empfangsente funktioniert gut. Ich hab alles gesehen. Das Traurige ist halt echt, der eine sieht's, der andere sieht's nicht in dem Moment, ne? Das ist eben genau das, was ich wollte. Ah, ist das schön. Ja, das ist echt schön. Oh. Wir haben einen Admin und Judy. Ist eigentlich Andel da? Lass mal schauen. Ja, gut. So wollte ich nicht schauen. Ich wollte Andel gucken, ob Andel da ist. Ich glaube, Andel ist heute nicht da. Ich glaube, Andel macht was anderes. Ich hab nämlich gestern, hab ich, ähm, Hitman gespielt. Ah, doch, Andel ist da. Was macht denn da? Wisst ihr, was wir schauen, was der Andel macht? Genau. Fest drauf. Schließen und dann... Ist hier mit seiner Freund unterwegs, oder? Ah, ne. Ja. Ah, schon. Guck. Das macht er schon wieder für einen schlechten Eindruck. Wie schaut's aus? Wir sollten Andel vielleicht davon erzählen. Wäre ich? Ja. Das ist ja gut, aber ich hab's zeitlich geschafft. Oh. Das war jetzt nicht die Frage. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was er Geld hat. Verhandlungen weiß ich nicht. Ihr müsst euch vorstellen, Andel hat erst die Villa gekauft. Guck euch das an, wie viel Kohle er hat. Das ist 3,9 Mille. So viel hat gerade mal 1 zu 7 als Filmenkonto. War hart zu sein, GmbP, Ehrlicho? Nee, Kollege, nicht in Black & White. Ein Park, natürlich. Och, nee. Ach so. Scheiße. Da muss ich hin. Ich glaube, ich hab ein Problem mit dem Licenseplating gemacht. Da bin ich unterwegs. Nachdem ich den Custom-Kennstil... Ja, ja, ja. Da war ich das Problemchen, ja. Ich glaube, ich hab das Script kaputt gemacht. Das Licenseplate script. Vermute ich mal. Jetzt angeschneit oder abgeschnallt? Nee, angeschneit. Aber das macht ja keinen Sinn, weil er kommt jetzt sein Licenseplate enden und dann wieder einparken. Aber es kann halt sein, dass ich es wirklich kaputt gemacht habe letztes Mal. Das kann wirklich sein, Leute. Schön, Schüttel. Jetzt ging es aber schnell. Hallo. Servus. Es geht um das hier. Ja. Und das hier? Ich hab jetzt mein Kennzeichen dran geschraubt. Und war dann danach beim Mechaniker. Dann ging noch halbwegs alles, glaube ich. Danach konnte ich nicht mehr abschließen. Jetzt kann ich wieder abschließen, aber nicht mehr einparken. Okay, ich schau's nochmal an. Wann hast du das gemacht? Mit dem Kennzeichen? Äh, halbe Stunde? Okay, jawohl. Das reicht, dann schau ich mich schnell das an, ja? Ja. Okay, chill. So, jetzt guck ich mir das an, Leute. Vielleicht wurde der auch abgeschleppt und das dasselbe. Ich muss echt gucken, Leute, was da los ist mit dem Kennzeichen. Also entweder ich hab das Kennzeichen-Script komplett kaputt gemacht letztes Mal. Weil ich hab letztes Mal erst das Kennzeichen-Script abgeändert. Dass es direkt die Fahrzeuge mit Tuning und so weiter speichert. Dass wenn man's ändert, man's nicht mehr in die Garage stellen muss. Aber anscheinend, entweder hab ich's kaputt gemacht. Oder die Leute machen Fehler. Oder es ist wieder in der Dings drin. Ich schau mal. Aber jetzt langsam hab ich das Gefühl, ich hab damit was zu tun. Weil ich hab's erst seit gestern geändert. Und seitdem gibt's diese Probleme. Also der Zusammenhang ist schon sehr groß, dass ich mal Kacki gebaut hab. Frag mich nicht warum. Ist mir anscheinend passiert. So, Abfrage. Können wir das Kennzeichen eingeben. Okay, chill. Oder, wisst ihr was ich glaube? Er hat ein Leerzeichen drin. Oh ja, er hat ein Leerzeichen drin. Ja, da ist er selber schuld. Ja. Folgendes Problem. Das Fahrzeug hat ein Leerzeichen drin, was da nicht rein darf. Siehst du das hier vorne? Ja, das hab ich von auch schon gesehen. Ja, ich hab jetzt in die Daten, man guckt, da ist ein Leerzeichen drin. Eigentlich hat unser Dev das Kennzeichenscript so gemacht, dass man kein Leerzeichen einbauen kann. Ich muss nur mal drauf hinweisen, dass das vielleicht fixen sollte, weil leider passiert's ab und zu mal. Dann kannst du's wegmachen, dann mach ich's. Ich wollte eigentlich auch selber kein Leerzeichen kennen, aber ich find's selber sieht scheiße aus. Ja, Sichi, das ist jetzt, hm. Lassen wir uns schon überlegen, was wir zum Besten machen. Ähm. Wir könnten probieren, ob wir dann noch das Kennzeichen reingeschaltet bekommen, neues. Können wir mal probieren, ich geb dir mal eines. Warte. Da ist ein Leerzeichen drin. Es wird aber auch gesagt, man soll kein Leerzeichen reinballern. So, probier mal, neues reinzumachen. Ob's geht. Wenn's nicht geht, dann einfach sagen. Aber wenn's geht, können wir das noch retten irgendwie. Aber gib einfach irgendwas ein, nur bitte ohne Leerzeichen. Okay. Und wenn er sagt, ist nicht dein Fahrzeug, dann müssen wir was neu machen. Ist nicht mein Autor. Okay, warte. Dann machen wir mal folgendes, ich nehm mich kurz schon mit. Ich muss ja das Auto hier entfernen. So. Wir gehen mal schon zum Abschlepper. Ja. Soll ich einsteigen? Ja. So, probier's mal ausparken. Ob's überhaupt funktioniert. Nicht genug Geld da. Dann geb ich dir was. Warte, wie viel kostet denn das? 5000? Keine Ahnung, ich bin frisch. Lass mich mal schauen. Ja, 500 Dollar sind's. Steht oben. So, einmal ausparken. So, warte. Jetzt macht's... Genau, jetzt probier nochmal mit dem Kennzeichen am Montieren. Ob's jetzt funktioniert. Jetzt, ja. Jawoll, warte. Ich hab jetzt grad in der Datenbank was abgeändert. Perfekt, jetzt funktioniert's. So, möchtest du's nochmal auf deinen Namen ändern? Wie vorhin? Ja, ja. Genau. Ne, wobei, wobei... Ich glaub, ich geh gleich zu Mechanikern, wo ich mir generell ein neues, weil ich Namen irgendwie auch nicht so geil finde. Wie? Dann würde ich's... Ich würde komplett was anderes machen. Aber das kennst du... Ich hab's dir gerade gegeben. Kannst du machen. Kostet nix. Montier's jetzt am besten an, aber ohne Leerzeichen und Sonderzeichen. Kannst reinballern, was du möchtest. Jetzt soll's aber dann wieder funktionieren. Okay, super. Was machen wir denn? Was schreiben wir denn da am besten rein? Was ist schön? Spoiler. Bei dem Auto. Spoiler 1. Was ist schon drin? Das hab ich für Gelds, was ich reinschauen wollte. Naja. Gut, wenn's noch ein Problem gibt, einfach anschreiben. Ja, okay, super. Dankeschön. Danke dir. Bitte. Das ging schnell. Der hat ein Leerzeichen drin gehabt. Alter Samuel. 107 Euro vorhin wieder donated. Bruder, ich weiß nicht mal, was mit euch los ist, Leute. Warum so viel? Warum so viel? So, das müssen wir doch schnell mal gucken. Ich fahr wieder bei dem Job hinten. Ich fahr jetzt mal hin und ich glaube, ich sperre den Job gleich zu. Bis wir den gefixt haben mit den Leuten. Ja, du bist im Auto genau, hast ja recht. Aber das mit dem Leerzeichen, das komische war, wir haben das schon gefixt gehabt, dass man überhaupt nicht erst das Leerzeichen eingeben kann. Deshalb wundert es mich sehr, dass die Leute das schaffen. Aber ich glaube, da ist im Skript wieder was kaputt gegangen. Unser Dev hat das damals im, ich glaube, JavaScript war das, hat er das umgeschrieben im Overlay. Aber irgendwie funktioniert das nicht mehr. Also nicht mehr richtig. Sonst kann ich das mal probieren, ob es gefixt ist, aber... Also dann war das doch nicht meine Schuld. Ja gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Also der steht hier, musste meine Lieferung wegen eines geparkten Fahrzugs abbrechen, wollte einpacken, gescheitert, Konkretation weg und Transport noch da. Hallo. Hallo. Was war jetzt genau mit der Lieferung? Ja, war im Parken des Fahrzeugs. Ich konnte den Abgabepunkt nicht erreichen. Ich bin jetzt einmal zurückgefahren, um das Auto wieder einzuparken. Er hat gesagt, Lieferung gescheitert, Konkretation wird einbehalten. Und das Fahrzeug ist nicht dispawned worden. Hast du dich dort hingeparkt auf dem Lieferpunkt? Ja, ja. Und ich bin auch im Fahrzeug sitzen geblieben. Okay, lassen wir doch schon was schauen. Wollen wir also auf dem Brandkonto haben wir... 10,017... 10,02... Das sind ein paar Dollar. Das sind 15 Dollar Kaution. Also die 15 Dollar würde ich jetzt nicht hinterher holen. Dann mach ich sein Auto weg. Ups. So, ähm... Kaution wären 15 Dollar, die weg wären. So viel ist das gar nicht. Ja, darum geht's für dich. Und... Ja, ja, das geht's nicht. Das Auto steht jetzt rum. Genau. Weißt du noch, wo das war? Weil wir sind gerade dabei, die ganzen Spots zu suchen, wo Autos draufstehen. War das bei McDonalds? War das im Discord schon mit? Ne, das war in der Nähe von dem einen Nightclub da, wo auch in GTA Online das Apartment da ist. Achso, du hast das eh schon reportet im Ticket, oder? Ne, ne, ich hab's nicht reportet. Nein, nein. Aber ich kann den Spot hier... Sicherlich bin ich der jetzt in den nächsten 10 Minuten, aber da kann ich dir ansonsten nochmal rein schicken. Jaja, sonst fahren wir da schnell hin. Den Wagen mach ich mal weg auf die Schnelle. Dann fahren wir schnell hin. Und zeig's mir den Spot einfach, weil wir sammeln die gerade. Weil wir haben letztes Mal einen davon gefixt, aber es gibt anscheinend noch zwei, drei Stück. Und da wissen wir halt nie, wo das jetzt genau ist. Deshalb ist das ja gut, wenn das reportet wird. Also ich kann dir ad hoc... Ad hoc 2 kann ich dir auf alle finden. Einer, den hatte ich im Discord gesehen. Der ist da hinten bei diesem Einkommen im Müllcontainer da. Genau, ja. Und... Ich markier den mal auf der Karte. Mhm. Ey, du musst mir ansagen, ich hab jetzt mich grad einen neuen Punkt gesetzt. Äh... Ja, achso. Beim Nightclub hast du gesagt. Wir... Wo... Wo muss ich jetzt lang fahren? Links, rechts? Ja, links, links, links. Links, ja. Ah, ich glaub ich weiß, wo du meinst. Da wo der... Äh... Der Hefen da vorne ist, der... Punkt. Hier? Die Hefen? Ja, die Hefen. Ne, dieses... Dieses Glas hier haben wir zu denen? Nein, 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 nein. Dieser... Wie... Wie hast du das? Aber Hammer, Hammer, das meinst du? Ja, genau. Ah, okay. Da weiß ich wo der ist. Das war viel zu weit oben, das war weiter runter. Ja. Okay. Den Spot kenn ich mir auch nicht, dass es dazu geparkt ist. Deshalb ist es sehr gut und was auch geportet wird. Musst du davor parken irgendwo oder irgendwo hinten? Ja, genau. Davor. Und da stehen dann Autos rum? Okay. Genau, genau. Schau ich mir jetzt schon an. Mal gucken, ob hier ist, das sind die und dann... Ja, da vorne ist er. Und hier schätze ich mal stehen dann manchmal Autos rum, oder? Hier vorne? Nein, 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 weiter hinten. Der Abgabespot ist weiter hinten hier. Ah, okay. Hier, hier links, ja. Und wo? Ne, ja, aber vor dem Bushaltestellen häusern. Ne, ne, du bist dran vorbei. Achso. Mal zurück. Jetzt praktisch rechts. Ah, hier. Ja, bei dem blauen. Hier. Ja. Finde ich es. Ja, ja. Oder hier halt, okay. Und hier stehen Autos manchmal. Ja, nein, nein, nein. Ja, ist so eine Grünfläche. Ist das eine Straße weiter? Jetzt bin ich bei diesen... Grünfläche? Weißt du was, ich fahre mal nicht hier lang? Also, es ist eine Bushaltestelle. Hier ist so eine Grünfläche. Hier? Ne, nein, nein. Das ist an der Straße, da ich so eine Grünfläche. Kommt die Grünfläche und dann... Vielleicht meinst du die Straße hier? Ne, ne, ne. Also schon die andere. Das ist gar nicht so oft die Punkte jetzt abgefahren wird. Das erste Auto und dann einfach nicht intus. Da ist die nächste Straße links rein. Nicht die? Die nächste. Nach dem... Hier. Die Straße. Nein, das meinte ich nicht. Welche Straße sind hier vorne links? Die hier? Na, mal rechts. Ja, rechts. Na, mal rechts. Ja, ja. Ja, ja. Wo weiter? Waren wir noch eine? Ja. Hier. Okay. Ich funkte jetzt gerade selber nicht. Das ist... Ich würde ihn dir sonst einfach reinschicken. Das ist natürlich so süß. Hast du ein Screenshot davon gemacht? Ne, aber ich kann die Bildschirmaufnahmen noch machen. Aber das ist... Also Videobeweis. Oder meinst du, du kannst den Punkt ins Radar rein tun? Ich würde... Ich würde ihn dir einfach gleich in den Discord und die Bugreport rein gucken. Ja, ja. Perfekt. Ja, dann kann ich gucken. Dann sehe ich auch was, ne? Versuch ihn jetzt direkt rein, dann schaue ich gleich. Und er kann... Und äh... Den zweiten Punkt kann ich dann auch eben machen. Okay. Lass dann machen wir das so. Ja. Dann setze ich dich wieder dort ab, wo du warst. Jo, das ist ja gut. Ich schnall dich mal vor, dass du es nicht warst. Jo. 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 Ciao. Bis dann. Gut. Dann haben wir das auch gemacht. Jo. Äh... Ja, es ist wieder, dass wir mit dem Auto fahren. Da fallen doch zumal hin. Einsatz zumal. Also, jetzt habe ich Einsätze des Todes. Ja, wo ist denn der Punkt hier? Ja, ganz weit oben. Draußen, ne? Da komme ich ja niemals hin, so auf die Schnelle. Ach komm. Die wartet sicher lange auf mich. Die ist bei der Tankstelle und wartet, bis da das Ding ist. Da werde ich schnell machen. Gut, schauen wir nochmal. Hallo. So. Neu Auspuff ist dran. Problem besteht noch. Okay. Dann ist es wirklich das Fahrzeug selber. Scheine. Aber ich verstehe das nicht, weil... Schau mal hier. Hinten siehst du da, wo die Flammen rauskommen beim Auspuff? Ja. Weil eigentlich nimmt er sich da die Koordinate raus, dachte ich mir immer. Für den, dass er hinten rausspuckt, die Flammen. Der Koffer am Deckel ist es auch nicht. Ne. Ah, warte doch. Aha. Siehst du das? Jetzt gehen die nach oben. Das ist am Kofferraumdeckel ist das anscheinend. Am Kofferraum habe ich aber nichts verändert. Ne, ne. Das ist dann das Fahrzeug selber. Das meine ich ja. Das ist dann anscheinend... Da muss ich im Fahrzeugmodel mal gucken, warum er das macht. Da wird irgendwo ein Dummy falsch gesetzt sein. Das heißt ein Dummy ist äh... Hier gesetzt und ein Dummy ist wahrscheinlich die Tür vorne. Sag ich mal mal die Tür vorne auf. Ja. Ein Dummy ist an der Tür, weil wenn ich die Tür jetzt aufmache... spritze das auch auf die Seite raus und sonst hinten oben. Okay. Gut, dann ist das ein Model Problem. Das weiß ich das. Dann ist es also nicht der Auspuff. Ja, okay. Warst du also gezahlt für einen Auspuff? Ne, das passt schon. Ja, wirklich jetzt? Ja. Also so viel Geld? Ah gut, wenn Urus fährt. Gut. Ich spare brav. Okay. Ja, dann wirst du auf die Buglist schreiben. Urus. Falsche Dummies gesetzt. Jawohl. Sehr gut. Ciao. Ciao. So erstmal das Fahrzeug wieder schick machen. Die Felgen wieder schön. Ja, guck. So sieht das gut aus. So sieht es gut aus. Da pein ich mich mal wohin. Bis ein neuer Einsatz reinkommt heute. Ja, das gefällt mir heute. Schön Einsatzfahrten machen. Vielleicht mal... Wisst ihr was? Wir fahren mal zum Chord rüber. Wir fahren mal gechillt zum Chord rüber. Weil das da Andel drin ist. Wir schauen was passiert ist. Vielleicht ist der heute vor Gericht, weil er im Autohaus irgendeine Scheiße gebaut hat oder so. Na komm, dann fahr mal hin. Fährbrüder Basis. Ey, das ist so schön, wenn man sich an keine Regeln halten muss. Denn man kann ganz gechillt, so schnell fahren wie man möchte. Auch ohne Blaulicht. Das ist komplett egal. Du fährst einfach. Ach, was macht der? Schau mal. Niemals wieder da. Er kommt heute den ganzen Tag in den Weg hier. Da ist immer was. Ich wette, was holt sich jetzt irgendwas zum Anbauen. Guck mal gleich mal hin. Gucken wir mal da. Ah, hier geht's durch. Auch egal. Ist das in der Bank? Was machen die denn? In der Bank sind sie. Was machen die denn in der Bank da drin? Jetzt frage ich mich echt, was die da in der Bank gemacht haben. Weil in der Bank ist nie was los. Ey, in der Bank ist nie was los. Was jung ist? Nein, nie. Niemals nie und nie mehr so. Aber fahr mal rüber. Habe ich mal Bock zu schauen, was beim Andel ist. Ich muss Andel unbedingt das zeigen im Autohaus. Die Ente vorne. Die alle schön begrüßt. Das müssen wir auf jeden Fall machen. So. Jetzt kann ich was vorlesen. Endlich. Jetzt komme ich dazu. Philipp. Stopp. Danke für den Antisent. Der Frechtax. Wenn ihr das Quark mit... Achso, ich muss weiter runter scrollen. Sorry, Leute. Ganz viel noch nicht vorgelesen. Eieieiei. Tut das immer so leid im Herzen. Aber wisst, es wird alles vorgelesen. Alles wird hier vorgelesen. Nichts wird ausgelassen. Außer ich übersehe mal was. Leon Puska. Taxi on off duty point. Wäre cool. Das Takt... Ah, stimmt. Du hast recht. Das wäre echt gut. Weil sonst steht immer Taxifahrer... Wenn du den Job Taxifahrer hast, bist du ja immer on duty. Und dann wird das hier oben eingeblendet. Ja, siehst du hier sind gerade zwei Taxifahrer. Also wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Ein on off duty point für Taxifahrer. Wäre ich mir im Kopf behalten. Maurice Dries. Dankeschön auch für deine Donation. Von 1 Euro. Robin Rux. Hast du heute keine Gerichtsverhandlung oder Anhörung? Die ist am Mittwoch, ne? Ist heute Mittwoch? Ne. Heute ist Dienstag. Ich dachte schon. Ich hab schon verkackt, weil... Ich dachte nämlich nicht, dass heute Dienstag... Ich dachte schon, heute ist Mittwoch. Jetzt hast du mir einen Herzinfarkt gegeben. Gerichtsverhandlung ist morgen Mittwoch. Mit den Jungs. Jungs und Mädels. Ich kann nochmal nachschauen. Ich sagte sogar ganz genau, das ist der Zeitpunkt. Ich hab's nämlich eingespeichert über dem Handy. Ich mach die ganzen Gerichtshandlungen. Sagt immer am Handy. Ähm... Pass mal auf. Also ich denke mal, dass morgen auch ein Stream kommt. In dem Zusammenhang. Mittwoch um 20.30 Uhr ist Gerichtsverhandlung auf RLO mit Marc Humpe. Das heißt, morgen höchstwahrscheinlich auch ein Stream. Ich weiß es aber noch nicht. Mal schauen. Ähm... Ja. Alter, ich hab grad echt einen Herzinfarkt bekommen, dass es jetzt schon Mittwoch ist, Bruder. Schreib doch mir hier rein. Hast du heute nicht Gerichtsverhandlung? Der Julian. Oder Julian. Sind sie der echte Xur? Nein. Ich bin der Fake. Ich bin leider nicht der Echte. Ich konnte mir den Echten leider nicht leisten. Ein bisschen auf RUSCH bestellen. Der Flumaro. Ey, dich bist du wieder am Stream. Ach guck mal, Flumaro von EURO. Der Kuss geht raus. Ähm... Dann... Dein letzter Virus. Ey, feier deinen Stream. Schau dich jetzt seit vier Jahren. Mach weiter so. Ey, komm bei deinem Stream echt gut runter. Ach, Kuss geht raus. Freut mich. Bravo, Hello. Dein letzter Virus in VIP geworden. Und Sampi ist auch VIP geworden. André F. Bestes Führer. Bin auch wieder dabei. Kuss geht raus an André F. Komm mal, der fährt ja einfach rüber. Ich weiß nicht. Ich hab weder was gesehen noch ist, was was führt. Alles gut, Leute. Alles gut. Und Text and Drive. Text and Chill. Claudia Herrmann, danke für den Euro. Anime Boy haben wir hervorgehessen, glaube ich, jetzt schon. Mit einer Euro nur. Muss weiter hoch scrollen, ja. Das ist das beste. Text and Drive. Schau dich schon lange. Liebe deine Videos. Sag schon an. Hi. Für 25 Euro. So. Wise Buffalo. Dank fürs Sub werden. Dr. Fy? Ist das richtig, doch? Das sind voll geil. Mach weiter so. Bist der beste Hundi. By the way. Kennst mich noch. Der Furz ist für dich. Heben dir für später noch auf. Kannst nochmal warm machen. In der Fritteuse. Das war die Mikrowelle. Wer das denn? Ich freue mich, wenn die Bewerbungsphase wieder aufmacht. Wir werden schauen, dass wir die Bewerbungsphasen öfters aufmachen werden. Aber schau, heute 150 Spieler und dann ist das cool. Es fehlen noch ein paar Bewerber. Es sind noch nicht alle durch. Das heißt, unser Ziel ist es eigentlich so. Standard 200 Spieler rauf zu kriegen. Ich will gar nicht so viele Spieler auf einmal drauf haben. Weil sonst ist einfach zu viel los, glaube ich. Es ist einfach alles viel zu viel. Also ich finde so 200 Spieler ist das Maximum, was ich perfekt finden würde auf dem Server. Mal schauen, wieso ist es denn mal hier bei... Oh, wir haben fast reingefahren schon. Gerichtswandlung aus. Wo sind die noch? Keiner bei dem Gerichts... Wo ist denn der Andel, sag mal? Die waren doch gerade da alle. Die waren doch gerade alle im Gericht, oder? Hä? Wo ist denn der Andel hin, sag mal? Jetzt schaue ich auch, was der Andel macht. Ich will spende. Guckt er sich das gerade an. Ah, es kommt Auto aus. Hallo? 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 Waren Sie schon beim Autohaus? Was? Waren Sie schon beim Autohaus heute? Ja. Wurden Sie empfangen wärmstlich? Wieso? Ja, fahren Sie nochmal hin. Hä? Ja, fahren Sie zum Autohaus. Ich gebe Ihnen den Tipp. Ich habe gerade einen Stress. Ich muss zur Hochzeit. Nein, müssen Sie nicht. Sie fahren jetzt zum Autohaus. Das ist wichtiger. Sie sind ja gleich da. Ich bin auch gleich da. Das muss ich ihm zeigen. Er kommt. Er kommt zum Autohaus. Wurden Sie wärmstlich empfangen? Nein. Da muss ich hin. Dann warte ich hin. Pass auf so. Er sieht das Quack natürlich jetzt schon. Ich sehe es jetzt nicht. Aber wir werden gleich sehen. Hallo? Ich wollte nur sagen, ihr habt jetzt neun Angestellten. Ihr habt jetzt einen Empfang beim Reinkommen. Bitte schön. Ja, komm rein. Ins Autohaus. Und? Gefällt es Ihnen? Der ganze fünf Minuten Code verbracht. Wie gefällt Ihnen Ihr neues Autohaus Geschenk? Statement? Soll ich jetzt wirklich was dazu sagen? Statement? Ich lasse es lieber. Warum? Statement? Also habe ich da doch vorhin ne Ente angequakt. Ich will jetzt ein Statement dazu hören. Ob das passt oder nicht. Statement. Das ist grauenhaft. Warum ist das grauenhaft? Den Leuten gefällt es? Du siehst weg, bevor er das Eier legt. Okay. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, angenehmen, endigen Tag. Schieb mal zur Seite. Das geht auch. Sein Ohr. Viel Spaß bei der Hochzeit. Verstehe ich. Danke. Zu welcher Hochzeit wurde ich dieses Mal auch nicht eingeladen? Welche ist das? Harris. Ah, gut. Wurde ich nicht eingeladen. Dankeschön. Da würde ich mir Gedanken drüber machen. Ja, ja. Würde ich mir Gedanken drüber machen. Da fahre ich gleich hin und reg mich auf. Sag mal, wo findet denn die Hochzeit statt, dass ich dort hinfahren kann? Wo findet denn die Hochzeit statt? Finds im RP heraus. Ja, ich bin aber gerade nicht im RP. Das ist das Problem. Das ist gerade das Problem. Deshalb, ich würde sonst... Ich bin im RP heraus. Ja gut, warten Sie. Der Herr, hallo? Der Herr, hallo? Der Herr! Wissen Sie... Wissen Sie, wo die Hochzeit stattfindet? Wissen Sie nicht? Gut, dann fahre ich den Damen und Herren da vorne hinterher. Dankeschön. Ja, machen Sie das. Viel Spaß. Hä? Was ist denn los? Sag mal, seid ihr nicht zu spät zur Hochzeit? Frag nicht. Sag mal, ich muss sagen. Wie ist denn deine Möglichkeit noch? Alter, ich hole gleich meinen eigenen Hubschrauber, Alter. Das ist unglaublich. Was ist denn los? Seit 20 Minuten probier ich das mit dem Hubschrauber abholen, aber er fliegt die ganze Zeit um mir vorbei. Hallo. Achso. Ja gut. Wir haben Strahlen und... Ich bin nicht dran schuld. Ah, wie geil. Wie geil ist das denn? Der arme Adel. Schau. Er kann nichts machen. Ich mach mal hier. Äh... Oh. Finde deinen Bewusstlosen nicht ein. Die fünfte... Oh, das ist aber gut. Da fahre ich gleich mal hin. Er muss aber Slash Hilfe machen. Wann findet er denn? Guck mal hier. Von hier oben runter. Ach komm, ich fahre da hin. Es gibt ne Hochzeit, da bin ich um den Crash nicht. Ich will den irgendwie zugucken. Oder vom Herrn Harris, äh... Wurde ich nicht eingeladen. Jetzt bin ich echt mad. Ich wusste nichts davon. Ich wusste gar nichts davon. Von Herrn Harris. Ja gut, ich hab mit dem halt auch nichts zu tun. Aber als Polizeikollege vielleicht. Doch schon. Als Polizeikollege. Die Hochzeit von Herrn Harris. Da fahren wir schon mal vorbei. Stimmt, Mark Rumpf hat ja mit ihm nichts zu tun. Das stimmt schon. Ich frag mich, was dann an das Auto schmausen mit ihm zu tun hat. Aha. Hier flackerts. Komm. Hallo, tschüss. Ich hab mit Absicht gedreht. Da hinten war nämlich was komisches. Ich hab geguckt, ob der... Soll der hier irgendwo liegen? Ja. Eigentlich genau hier. Jetzt haben wir gedacht, er ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob er füllen liegt oder... Ja. Ich schau mal schnell. Ich tp mich mal hin. Wenn wir ihn erreichen können, sag Bescheid. Jawohl. Äh... 5 Minuten. Und Franzi findest das mit zwei Skadets. Jetzt weißt du, warum man mir den Spitzenansgarstgei gegeben hat. Der Herr ist nicht mehr in der Stadt. Der ist weg. Ja, ja. Ach so. Ich hab gedacht. Ja. Also der kam rein. Wir sind ihn auch direkt angefahren. Eine Minute... Keine Minute später. Direkt losgefahren. Äh... Ja. Und er war schon nicht da. Vielleicht hat er Kopfschmerzen gehabt in dem Moment. Vielleicht. Kann sein. Weil... Wär schon dumm, wenn man da jetzt einfach den... Den Jürgen macht, weil dann ist alles weg, ne? Ja. So sieht's aus. Mhm. Ich schau mal schnell nach, was passiert ist mit dem. Weiß jemand den Spielernamen von ihm? Nein. Nein. Absolut nicht. Okay, dann schau ich schnell in der Lok nach. Bin gleich wieder da. So. Einmal ein Problemchen haben wir hier. Nämlich, da ist ein Spieler aus dem Dings raus. Und dann schauen wir gleich mal, wo es genau passiert ist in der Lok. Das ist natürlich auch unser Ding. Äh... Connected, disconnected. Wir schauen nochmal bei Tote, wer gestorben ist. 5-0... Dings hier. So, hier ist er, äh... Tim Hoiwoi ist das gewesen. Er ist gestorben hier. Um... 20.50 Uhr ist er gestorben. Was? Das war vor 10 Minuten. Aha. Gut. Vor 10 Minuten ist er gestorben. Dann schauen wir gleich mal rein. Unter... Ähm... Connected, was da passiert ist. Ob er wirklich gecrasht ist oder nicht. Wenn er gecrasht ist, dann kann man es nochmal sagen. Okay. Dann bekommt er seine Sachen wieder. Wenn nicht, dann nicht. Aber sieht so aus... Also, der 5.02 war das. 5.02. Das darf ich jetzt wieder raussuchen. Um... 20.50 Uhr war das. So ist er denn. Das ist er nicht. Ah, hier! Has left the server. Reason exiting. Also, er ist nicht gecrasht. Er hat mit Absicht geexited. Ist in dem Fall... Ähm... Ja. RP-Verweigerung in dem Fall. Gut. Jawohl. Also, der Herr ist weder gecrasht, noch ist er... Ähm... Mit Absicht... Connected... Äh, äh, äh... Mit unabsichtiges Connected. Er hat geexited. Das heißt, er war auf Exit gegangen. Oh! Oh! Yo, RP-Verweigerer anscheinend. Ja. Oh, schön. Ja. Werde ich mal nochmal noch gucken. Werde ich mal gleich mal anschauen. Gut. Das... Werde ich mal schauen. Das werde ich mal eintragen. Da steht jetzt Left Server Exiting. Exiting ist nur, wenn man selber sein Game schließt und nicht rauscrashed oder einen Timeout hat. Das heißt, er ist gestorben. Hat geexited. Ich schaue nochmal, ob er reconnected ist direkt. Weil das ist dann RP-Verweigerung, aber vom Feinsten, wenn er das macht. Kein Bock auf, äh, Dings Medics oder so. Mhm. Okay, er ist bis jetzt aber nicht connected. Das heißt, er ist rausgegangen und das war's dann für ihn. Gut. Dann schreibe ich ihm mal, er soll bitte ein Ticket aufmachen und dann passt das. Einwohner-Chat. 50... Ja, Leute. Leute, ich weiß. 509 ist es. Ich weiß. Ich hab's ja hier. Ich, 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 ich weiß. Ich hab wieder 503 gesagt, das ist 509. Ich weiß. Äh, ich hab nämlich den Namen schon von ihm. Die ID, äh, ich kann's nochmal überprüfen. ID, warte, pass auf. Ich geh hoch hier. ID ist 509, nicht 503. Sorry dafür. Ich hab mich grad vorhin verhaspelt. Es ist 509, ja. Aber er ist normal geläftet, äh, nachdem er auf dem Boden gelegen ist, direkt. Also eine Minute nachdem er gelegen ist, hat er einfach disconnected. Das ist nicht so geil. Ich werd den jetzt im Einwohner-Chat drauf hinweisen, dass er ein Ticket aufmachen soll. Und dann passt das, glaub ich, ganz gut. Weil so geht das nicht, dass man einfach, wenn man am Boden... Weißt du, die fahren an und alles. Das ist ein riesen Einsatz und dann disconnected man einfach. Das geht halt nicht. Es geht heut nicht. So. Ist er grad... Der ist sogar noch online. Der ist sogar auf Discord noch online. Dann tu ihn mal ansprallen, was da los ist. Ach, wo ist es denn jetzt? Ach mein Gott, jetzt suche ich grad wieder einen Einwohner-Chat. Ah, da ist er. Ja. So. Gut. Oh, ist der falsche. Ist der falsche. Ups. Ihr habt den falschen markiert. Ist der falsche. Ist der falsche. Ist der falsche. Ups. Ups. Ihr habt den falschen markiert. Oder ist das der Richtige? Ach, scheiße, warte mal, ist der falsche Das macht, aber das Discord ist auch so scheiße Einmal steht es so richtig, einmal Es ist halt Mein Gott, ey, warte, ich geh da rein So, connected, so, jetzt geh ich nochmal Warum gibt ihr mir den falschen Account Wenn ich da Ad mach, was soll denn das Warum gibt ihr mir den falschen Account Mein Gott, ey, das ist genau so eine Scheiße Auf die ich grad richtig hart Bock hab Ne, er kopiert grad den Namen nicht richtig So, jetzt aber Jetzt hab ich den falschen reinmarkiert, damit sie sich jetzt grad gedacht haben Oh, was sind grad passiert So, jetzt hab ich den richtigen Bitte einmal Ticket aufmachen Wegen dem So Der soll mal ein Ticket aufmachen Weil vielleicht hat er schon das Aufgemachte, schau mal rein Hat er uns aufgemacht? Ne Ist kein Ticket offen von dem Ja gut, dann warten wir Gut, ich hab ihn jetzt mal kontaktiert Der wird jetzt am Ball sich dafür rechtfertigen müssen Gut, seine Sachen sind so oder so weg, die er jetzt grad dabei gehabt hat Einfach abfahren und wir regeln das dann Alles klar Alles klar, danke schön Alles gut, bitte Ebenfalls, ciao Einfach ausgeläftet, der Ehre Man guckt mal, was die sich hier für den Aufwand gerade gemacht haben Freundlich, freundlich Kein Kampf Das geht nicht, Leute Das geht nicht Ich bräuchte mal jemanden zwecks Regelwerkauslegung Ja, das kann man aber auch im Achso, vielleicht braucht er gerade Weil gerade was passiert ist Das ist regelwerkmäßig Ist da Matze da? Ja, guck mal, Matze fährt Ja, ich frag mal Matze Hallo? Ja So, weißt du, wo die Hochzeit ist? Auf irgendeiner Yacht Aber frag mich nie, auf welcher Perfekt, danke schön Tschüss Ciao Erstmal fragen Und dafür Also jetzt fahren wir hoch Checken wir das mal ab Gut Was heißt Ticket? Ein Ticket ist bei uns im Discord Muss man eins aufmachen Da werden alle Sachen Wenn zum Beispiel was reported wird Zum Beispiel ein Spieler wird reported Oder ein Bug wird reported Ein spezifischer Mit Bildern und so weiter Ausführlich Dann muss man ein Ticket im Discord aufmachen Und eigentlich unser ganzes System so Also sehr viel läuft über Discord Das ist echt geil Also auch zum Beispiel Die ganzen Bilder, die hier abgespeichert werden Im Handy Das läuft alles über Discord Also Discord, beste App, Bruder Alter, Agent PvP mit 107 Euro Ah Kuss geht raus Agent PvP am Start Ich denke gerade an Agent Rippchen Irgendwie, keine Ahnung Woher kenne ich den Namen? Agent Rippchen Woher kenne ich den nochmal? Alter, Bruder Kuss geht raus an dich Agent PvP Fehlen hat sich den Reißabt Für 107 Euro Da kann man wirklich nur fettes Danke sagen Für deinen Frechen Support Und Die Leute schreiben nie was dazu Sie lassen einfach die Einblende Für sich selber reden So, jetzt schauen wir mal Wo wir hier hinkommen Der braucht Hilfe Im Regelwerk Er braucht Hilfe Jetzt weiß ich warum die mit dem Helikopter dorthin wollten Weil sie auf die Yacht müssen Also es gibt heute hier eine Hochzeit anscheinend Da fahren wir aber auch gleich hin Können wir uns das gleich anschauen Aber ich muss schnell diesen Einsatz anfahren Da geht es anscheinend um irgendwas regelkomfortmäßiges Das vielleicht irgendwer Scheiße gebaut hat Oder er hat eine Frage Weil er irgendwo angebaut hat und nicht darf Ich schätze mal Er hat irgendwo angebaut Und weiß jetzt nicht Ob er das darf oder nicht Deshalb schauen wir uns das mal an Besser Fragen als nicht Fragen Aber solche Fragen kann man eigentlich auch im Discord beantwortet bekommen Aber ich glaube ja Guck mal wo der ist Der baut hier oben glücklich an Also schätze ich mal Ja hier sind ganz viele Gut dann parke ich mein Auto aber so hin Dass man es nicht sieht Falls ein Cop vorbeikommt Weil sonst Denken die vielleicht So Ich schaue mal ob ich angeschossen werde Das ist der Sound auf ich spende Ich kann mich jetzt auch hinten zippen Aber ich gehe mal hin Dass die Angst kriegen Hallo Ich bin es nur Alles gut Alles gut Hallo Moin Frage Was gibt es denn regelkonformes zu klären Bitte Folgendes Im Regelwerk steht ja Dass Verbrechen nur ausgeübt werden dürfen Wenn die Polizei im Dienst ist Ich hatte letztens eine Situation Wo ich jemanden getasert habe Da war noch keine Polizei im Dienst Dann wurde ich erschossen Dann kam daraufhin Street Und meinte das ist okay Da ja vorher Streitigkeiten entstanden sind Dass er mich dann abgeklärt hat Ohne dass die Polizei im Dienst war Genau Und da wir ja sowieso So einen Gruppierungskonflikt haben Ja Wir stressen uns ja die ganze Zeit Mit den Sogenannten Southside Bouncers Also Darren Archer und so Wenn jetzt keine Cops Im Dienst sein sollten Und auch kein Marshal Dürfen wir uns trotzdem Mit denen bekriegen Und die niederballern Lass den mal schön gucken Bevor ich jetzt das Falschste sage Ich schaue selber nochmal nach Genau Lass mal schauen Bin ich mir gerade unsicher Wie wir es formuliert haben Es geht immer um die Formulierung Gucken wir mal nach Wie steht es im Regelwerk geschrieben Unser Regelwerk sagt folgendes So So Das steht da nicht drin Können wir nur andere gewinnende Fraktionen Ne Ne Ich glaube wir haben das in dem Regelwerk Gestehen haben oder Aber warte doch Im Dienst stand da noch Was war noch Polizei Nee Polizei 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 Ah hier Ein Überfall Oder eine Entführung Darf nur dann durchgeführt werden Wenn die Polizei im Dienst ist Genau sowas geschrieben So folgendes Im Regelwerk ist es so verankert Dass das Jeglich nur auf Überfälle Und Entführungen Ist Das heißt alles andere Ist ja erlaubt Also ihr dürft euch Gegenseitig die Köpfe einschlagen Wenn ihr wollt Ihr dürft nur Keine Person entführen Und halt keine Überfälle machen Überfälle könnt ihr aber so oder so Nicht machen Wenn kein Cop da ist Es ging nur darum Wenn ihr zum Beispiel Ich sag mal Eine Person überfällt Wieso das ihr irgendwo hingehen Und sagt Komm ihr gebt mir jetzt 50.000 Dollar oder sowas Und das geht's halt Oder was halt ist Also begreifen wir uns mit denen Egal wann Genau ihr könnt euch Jederzeit entkriegen Weil ich war mir jetzt unsicher Weil ich So wie es ihr mir gerade erklärt habt Habe ich mir gedacht So war es nicht im Regelwerk Weil es gab ja auch Dass im Regelwerk Wenn jetzt auch kein Medic da ist Kann man Die Person Muss man die ja Rewive Muss ja zum Rewive Punkt laufen Also ihr könnt euch Die Köpfe einschlagen Wie ihr wollt Auch wenn kein Polizist im Dienst ist Geht nur darum Dass weder Entführungen Dennoch Überfälle Auf Personen stattfinden Und dürfen Also ein Gangkrieg Darf jederzeit stattfinden Oder was auch immer Wenn kein A mehr Und FD im Dienst ist Müssen wir sie halt Zu dem Rewive Punkt bringen Ja genau Damit das halt nicht Ausgerutscht werden kann Ich fäng lieber Einmal zu viel nach Als einmal zu wenig Jawohl Perfekt Na dann Danke dir Danke dir Danke Tschüss Ciao Kannst du uns schon was sagen Wann die Hood kommt Achso was Achso ich Ja genau Boah Ich bin am überlegen Da war schon was reicht Folgendes Also ich hab die Hood mir angeschaut Die Grove Street Die zieht aber massiv Leistung Also wenn du dort bist Hast du minus 20 FPS als sonst Ach die Kacke Das liegt aber daran Alles was MLO und Custommade ist Das zieht immer Leistung Jetzt hab ich überlegt Ob ich die Grove Street So lasse wie sie ist Aber dafür halt diese Anderen Hoods noch einbaue Die ziehen jetzt Nie so viel Leistung Zum Beispiel diese Da wo jetzt der Der Walmart da steht Also nicht Der auf der Autobahn Sondern der der halt Die große Da wäre dann eine Custom Hood Wäre dort Und es gibt noch eine andere Weitere Custom Hood Die woanders steht Die würden gehen Aber ich weiß nicht Weil Grove Street Zieht viel Leistung Ich muss noch ein bisschen testen Aber die bei dem Bei dem Möbelhaus Die könnte ja dann Zur Grove Street gehören Oder Wir müssen schauen Wie wir die Aufteilung noch machen Ähm Es wird ja mehrere Gangs geben Ne Ja das Ja Grove Street ist eigentlich Der ganze Abschnitt Wenn du runterfährst Ob wir das Noch zum Abteil machen Das müssten wir schauen Aber ich denke schon Dass das ein Abschnitt dann wird Grove Street Also von der Tanke Bis runter zum Wendehammer Ja genau Und dann halt noch Das dazu rechts Muss ich jetzt schauen Wie wir das machen Aber ja Das wird schon Dort testbar noch Na gut Wunderbar Dann danke dir Bitte kein Problem Vielen Dank Ciao Ciao Viel Spaß dir noch Ebenfalls So Ich habe noch mal Das Regelwerk ruhig gelesen Bevor ich irgendeinen Scheiß erzähle Aber über das habe ich mir Gar nicht so Gedanken gemacht Bis jetzt Bis genau formuliert ist Aber die Formulierung Ist ganz wichtig Weil Wenn du jetzt sagst Ja du darfst Ne Dann musst du auch sagen Wann du darfst Und wann nicht Gut Dann haben wir das auch So ich schau noch mal Ob der sein Ticket Aufgemacht hat Im Discord Ob er sich da schon Gemeldet hat Hätte er weiß Was es geht Und auf jeden Fall Schon magst Ne Ja Ich frage mich Warum er geläftet hat Also anscheinend tut es ihm leid Aber ich verstehe nicht Wenn es ihm leid tut Warum läftet er raus Es muss ja so ein Ragequit gewesen sein Dass er einfach gestorben ist Und dann ist er geragequittet Oder so Das hat es auch gesehen Er hat jetzt nicht mal eine Minute gelegen Und ist gar einfach gequittet Aus dem Game Also Alles fährt an Feuerwehrrettung ist da Und er geht einfach Ist halt nicht so geil Jetzt habe ich mich mal gefragt Was da los ist Aber gut Sowas gibt es halt auch Ist halt ein neuer Spieler Das ist neu drauf gekommen Macht erstmal einen schlechten Eindruck Sowas Und einfach leftet Wenn man am Boden liegt Ist auch dumm Weil wenn du am Boden liegst Und so ein Combat Log machst Die ganzen Sachen Aus dem Inventar verschwinden Und dein ganzes Geld Was du dabei hattest Auch verschwindet ebenfalls Also Du respawnst halt dann An der Ambulanz Ist halt auch nicht gerade gut für ihn Also verstehe ich das nicht Dass das Leute machen Combat Logging Sowas will ich überhaupt nicht sehen Das ist das Also das ist etwas Das zerstört halt auch HP in deiner Hinsicht Jetzt können die Jetzt können die ganzen Feuerwehrleute Und die ganzen Ambulanzleute Die gerade angefangen sind Keinen RP machen zum Beispiel Und das finde ich halt so kacke Alles was halt Das RP in irgendeiner Art und Weise Kaputt macht Finde ich nicht so geil Aber wisst ihr was Wir schauen jetzt mal Richtung Hochzeit Oder es ist also dünn gemeint Auch irgendein Träger ist das Dann stelle ich meinen Wisst ihr was Wir machen mal einen Sprung Nach oben Hui Wir dürfen ja Wir dürfen So Und hier dürfen wir auch durchfahren Alles frei für uns So Ist ja auch keiner da Sieht ja keiner So Pack mal ein und schauen mal Wo die Hochzeit stattfindet Da fliegen wir mal hin Hui Fliegen Wie ein Admin Baby I love you so I never let you go For embrace Da war irgendwie jemand Kann das sein War hier jemand Keine Ahnung Baby I love you so I never let you go Boah direkt nach dem Stream Das Lied Leider kann ich nicht einspielen Schau mal hier die Grenze Die läuft ja komplett durch Wir haben jetzt auch eine neue Regel Habe ich das schon gesagt Mit der Regel Mit dem Mit dem Grenzübergang Wisst ihr das schon bei R&O Die Polizei darf jetzt an Grenzübergängen Wenn sie euch kontrolliert Komplett Das Auto durchsuchen Und euch durchsuchen Was davor ja nur Möglich war Wenn man ein Dings hatte Nennen Durchsuchungsbefehl Bei Grenzkontrolle Also wenn man jetzt eine Grenzkontrolle macht Sich dort hinstellt Mit seinem Polizeiauto Und dort eine Kontrolle durchführt Darf man Die Person So auch das Fahrzeug Kontrollieren Also komplett In den Kofferraum schauen Komplett die Leute Filzen Soll nämlich das RP fördern Dass die Leute mehr Diese Grenzkontrollen benutzen Also die Polizei vor allem Weil die Die hat das irgendwie Nicht wirklich benutzt Ich hab's reingemacht Und irgendwie hat keiner RP draus gemacht Und so ja gut Müsst ihr auch Nutzen haben Die Grenzkontrolle Und der Nutzen war dann eben Ja durchsuchen So wie in echt halt auch Bei einer Grenzkontrolle Wüsst ihr ja durchsucht Ob du irgendwas dabei hast So ich schätze mal Dass die hier hinten An der Yacht das meinen Gell Hier hinten gibt's nämlich Noch eine fette Yacht Was sind die Yacht Das ist doch hier irgendwo oder Bin ich blöd Ach nevermind Die war doch gar nicht hier Die war hier Hier vorne war die doch Ich Ich Hier war die irgendwo Oder nee Hier Ich geh hier nach hinten Bruder Hier müsst die sein Leute bin ich blind Bin so ein Blindfisch Manchmal Äh Weißt du was Ich tp mich einfach Zu anderen Das ist mir egal Ich tp mich einfach Ich wird schon dort sein Ja Da ist sie Ach Ina Ach so Ja gut Mit Vertreter Von Supreme Court Gern auch noch Eine Kleinigkeit Dazu sagen Wenn er möchte Das Leute das Schau mal zu Sind wir dabei Wir sind wenig äußert Aber in den Zeiten Als US-Investigator Wissen wir glaube ich Alle die damals schon da waren Er hat damals Eine wunderbare Arbeit Das war immer auch Ins Verlass Und Macht noch heute Immer noch eine toppen Arbeit Und Andrea Du Schauen wir uns jetzt an Leute Bist glaube ich Die beste Chefin Die man sich Vorstellen kann Ich hoffe du bleibst es Auf weiteres Auch Nach diesem Tag Heute Und Ich wünsche euch beiden Alles denkliche Gute Dankeschön Gut Dann Kommen wir schon Zum förmlichen Teil Die Trauzeugen bitte Jetzt einmal mit den Ringen Nach vorne treten Hilfe ich rutsche runter So Ich habe eine Idee Ich habe mich einfach unsichtbar Dann störe ich hier auch nicht so Ich stelle euch jetzt die Frage So Andrea Möchtest du Patrick Harris Hier und heute Zu deinem Ehemann Nehmen Ist der Dass der Tod euch scheidet So antworte mit ja Wir crashen hier gar nichts Leute Ich mache hier keinen Quack rein Jetzt die gleiche Frage Noch für dich Patrick Bist du dir hier anwesend Der Andrea Zu deiner Ehefrau Nennen Bis dass der Tod euch scheidet So antworte auch du Mit ja Ja Wunderbar Ja Dann wirst du so voll Unemotion Ja Zu Mann Und Frau Ich klatsche Ihr dürft euch jetzt küssen Das geht leider nicht Dann im Arm nehmen Boah War so schön Umarmung Er steckt dir den Ring zu Habt ihr gerade gesehen Dankeschön Leute Schön dass ich auch noch Dabei sein durfte Aber halt als Geist Ne Ich bin gar nicht da Ja Also es ist traurig Ich wurde nicht eingeladen Wir haben alle drauf gewartet Ach schau Das ist die Ente Das andere ist keine Entchen Frau Harris Danke Jetzt sei sowieso Bin ich Kopf da So Schau mal Es ist kein Kopf da Jetzt weiß ich warum Boah Nicht dass mich da Einer Boah Alter Wäre ich jetzt hier Reingelaufen Dann wäre ich alles Hochgegangen Oh Da brennt Da brennt Jemand Das war aber Nicht ich Vorsicht Die liegt noch Vorsicht Das war nicht meine Geh weg Geh weg Geh zur Seite Geh zur Seite Geh zur Seite Jetzt kommt Wunderbar Schau Ich musste gar nicht wirklich was sagen Schau 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 Boah Das ist doch geil Wenn man einfach so Als Als Go's Drum rennt Man sieht mich In der Spiegelung Ich hörs auch Gibt immer Spätswinter Ich schubs gerade die Leute rum Ich wurde hier gerade schon weg Geschubst Okay, lass es fließen Man kann Leute schubsen Wir haben 16 Ich schubs denn hier runter Leute Ich bin der Rumschubsgeist Ich will sogar diesen Rollstuhl nehmen Warte, ich mach das Du darfst jetzt über die Schwelle tragen Das kann tatsächlich auch gut sein Irgendwie Äh, hallo? Bringen sie symbolisch Bringen sie symbolisch Einfach mal Ähm Ich glaub Wunder ist besessen Oh Gott, hab ich Ja Scheiße Oh mein Gott, das wollte ich gar nicht Oh mein Gott, das wollte ich ja gar nicht Oh mein Gott, die Arme Die Arme Es tut mir leid Ich hab's nicht mehr losbekommen Ich hab's nicht mehr losbekommen Es tut mir leid Oh mein Gott, es tut mir so leid Die Arme Ich hab's nicht mehr losbekommen Ich hab's nicht mehr losbekommen Ich hab dann X gedrückt Ich hab dann X gedrückt Dann ging's Ich hab's nicht Angst Ach nee, ey Ich schau sie dir an, weil es ist eh schon Rollstuhl und sowas Das geht schon Auf der Hochzeit spielt der Roller rum Äh, der, der, äh Genau der Roller Das Ding um Das Schau aus, tut mir leid Die, die werden dir das Leben zur Hölle machen Schau Dann wird's ja abtransportiert Ich, ich wünsch dir dann viel Spaß Ich hab's nicht mehr drauf Waisel 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 Mal in der Nähe von Annel Hintengeräusche machen Ganz lustig Wir hatten es damals als Erlufen Wir hatten es in Orangen Wir hatten es in Orangen Ich bin ja gar nicht da, Leute Ich bin ja gar nicht da Ich hab's nie vergessen Dankeschön Waisel dafür So Das könnte echt in so ein Best-Off reinkommen Die arme Dame Ich könnte eventuell noch ein bisschen ziehen Aber Kann man euch ein Wasser geben, wenn ihr Bock habt Ja, war schon cool, dass die hier eine Hochzeit gemacht haben Hier oben, ist schon romantisch, doch Könnte man gut machen Na gut Aber ich werd eine andere Location dafür suchen Da steht er nicht Er steht wirklich nicht auf der Fahndung Er steht nicht auf der Fahndung Ich hab kurz nachgedacht Was war das für ein Tier? Was war das für ein Tier? Ich bin ja nicht im Dienst, oder? Der, äh Übrigens, ihr könnt euch da essen, trinken, trinken nehmen Whisky Whisky gibt, Champagner gibt's Gibt's euch die volle Ladung, oder was? Du nicht? Haube Kein zu harter Alkohol Was ist, wenn ich eigentlich so ein Buch trage, oder nicht? Fall ich dann auf? Wie wär's mit so einem schwebenden Rucksack? Aaaaah Also dem müssen manche noch... Also dem müssen manche noch... Schwebender Blumenstrauß Whisky Cola Ich bin jetzt ein Schwebender Blumenstrauß Äh... Telepathie Äh... Äh... Der fliegende Donut Der fliegende Donut Hehehe Wenn schon so viele Polizisten da sind Und so Haube, wie wir das mal machen? Jetzt fliegt der auch schon Essloch Haube Haube Oh mein Gott, wie schön Was ist denn mit dem Fisch? Du hast ja keine Warte bei der Bekwaisel, oder? Nein, 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 nein Naja, geh nicht Dir liegt das Geld schon zu Füßen, Harris Hehehe Geh nicht Also ich... Ist jetzt das auch, was ich seh, oder? Ich fühl mich hier so im Spuckkreis Wieso schwebt da eine Rose? Ähm... Ist für dich, Harris Also lieber schwebt da eine Rose, statt eine Hose Das ist für dich, Andrea Die Rose Äh... Es ist weg Da ist die Rose Ne, für mich Ja, ich schätze mal Ich steh wieder... Komm Oh, perfekt die Pizzeria hat geöffnet Du stehst wieder im Kreis Perfekt Alle abrücken 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 Verlegen die Party Ich wollte nur zeigen, dass ich auch da war Ich war auch da Hast du nicht auch ne riesen Villa mit schönem Ausblick, oder so? Wo wir jetzt alle hier einrücken können? Ich muss leider gestehen, die gehört nicht mir, die gehört Andrea Also wenn dann... Ja, aber jetzt gehört sie auch dir Ahhhh Jetzt gehört ja die Hütte auch mehr Ja, richtig Perfekt Perfekt Alle Ränder Perfekt Ja, perfekt Ja, ja, ja Abriss-Party Was ist mit deiner Stimme los? Also ich... Ich schwere, ich hab jetzt nichts gesagt Ne, ne, nicht du, das kann man ja mal hier so von rechts sein Ja, also... Ich hab mal nichts gesagt Ja, soll man mal rein, aha Guck mal, guck mal der Sarge und Fröhlich ist ja auch da Ich? Ich hab gar... Lieutenant Fröhlich Ach Sarge und Fröhlich ist ja auch hier Ähm... Was ist denn hier los? Oh mein Gott Ne, war ich das? Ah, was ist denn hier los? Warte, 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 warte Ich stell mich mal zur Seite Ich, 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 ich trau immer Aua, es hat weh getan Oh, sieht man mich jetzt eigentlich hier, wenn ich hier oben bin? Ne, man sieht das nicht, krass Das wird aber ganz schnell weg von hier Aber man sieht mich nicht in der Spiegel, ich dachte nämlich Man sieht's Die Boote schwimmen weg, also ich weiß nicht, ob die das wissen, aber irgendwer hat sein Boot nicht geankert Ja, irgendwas am Boot nicht ge... Ach, okay Gut Äh, ich glaube da sind die Steuergelder echt gut aufgehoben beim LAPD Für Hubschrauber Wenn... Wenn der Hochzeit ansteht Ja, da ist das... Danke, Leute, da fließt das ganze Steuergeld hin Für sowas Wissen Sie, was das kostet mit so einem Hubschrauber hier oben landen? Der ganze Spritz und so? Ja, ja, ja Das ganze LAPD Erstmal für private Zwecke nutzen Das ist klar, gell? Und das ist ein Polizeiboot da hinten Achso, der schwimmt weg Ich glaube, der checkt das gar nicht Checkt ihr das gar nicht? Ist der hier wegschwimmt? Ah, doch jetzt Ah, okay Er, er Er schwimmt da wieder weg Okay, gut Also Hochzeit haben wir noch mitbekommen Das... Das Jahr wurde gegeben Das ist sehr schön Ach, schau mal hier, Steuergelder Guck Steuergelder Schön investiert hier Gibt's hier noch wo Steuergelder? Okay, das... Drogengelder Guckt Mit Einschusslöchern Hier Drogengelder Alles Drogengelder hier Ja, 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 ja Ne, gut Immerhin keine 50.000 Polizeiautels Die hier unten stehen Äh, wo hab ich mein Auto nochmal geparkt? Am, äh, Prison hab ich das geparkt, gell? Äh, ich geh nochmal zum Prison Ich hoff das Geh los Nee Trotz, um Dispenschein, wir gehen ja nicht Was sich hier überschlagen Etwas, wie viel mithältnis Wichtig Hat's überschlagen Was hat sich mit dem Abrunden erledigt? Ui Da gab's nen Verkehrsunfall Ja, den hat's wirklich überschlagen, gut Den hat's da zusammengestaucht Den hat's da zusammengestaucht Klauen den Hubschrauber Ne, was ist das? Warum soll ich nen Hubschrauber klauen? Ich bin, Leute, ich brauch doch keinen Scheiß Das mach ich doch niemals, Leute Das müssen wir niemals machen Oh, da, da liegt wer Oh mein Gott, da haben wieder zwei Leute Gleichzeitig ausgeparkt Ich glaub, wir müssten mal ne Abfrage reinmachen Die jederzeit abfrägt, ob da ein Auto In der, in der Nähe ist Sollten wir vielleicht machen Aber wenn, wenn die Zeit gleich Drücken Genau zum selben Moment Dann passiert's ja so oder so, ne? Ei, 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 ei Aber ich könnte was scripten Dass wenn eine Menü drin ist Ah ne, dann muss ich das wieder Server-seitig return Ja gut Das kann ich auch nicht machen Egal Dann, äh, müssen sie sich halt absprechen Ich mein, das sollten sie mal hinbekommen Pfff Oder mehrere Auspackpunkte Wobei das wär auch Chaos Wenn da irgendwo anders ein Auto steht Und dann So, fünf Polizisten wieder im Einsatz Das ist sehr schön zu sehen Gut Jawohl, das taugt mir Das gefällt mir Wie viele sind online? 145 Perfekt Besser geht's nicht Und der Überfall Die schallert rein Ich schau mal, ob mein Auto noch da steht Oder ob's despaunt ist Ich schätze mal, es ist sicher despaunt Oder da hinten ist niemand Mal gucken Also, ich vermute mal, es despaunt das Ding Ja Skispaunt Aber ist auch gut so Ähm Home-Land Charter Und, ganz wichtig, Kiesklauen Tolla Hoppala, Entschuldigung Das, was mir grad auffällt Hier dieses Menü gefällt mir nicht Mit den Schlüsseln oben Das würde ich viel schöner machen Ich zeig euch mal das andere Key Das hier sieht viel schöner aus Das hier Das Menü Weil wenn man jetzt die ENB rausmacht Keine Ahnung, sieht schöner aus insgesamt Jetzt haben wir Screenshots gemacht Perfekt So, jetzt haben wir Zeit Leute Jetzt können wir wieder vorlesen Was auch immer Angerupt werden Ich hab letztes Mal einen Trick rausgefunden Wenn man sich cool anhört beim Sirenenfahren Wart mal Wartet Da so Ja, hört sich cool an, gell? Der hat rechts angefangen wegen mir Okay Ja moin Der ist einfach wegen mir rechts angefangen Aber das so wartet Ah, so war das Der war meins So hab ich gedrückt Ja, genau so war das Wenn man zu viel an der Ding spielt Das hört sich irgendwie lustig an Dieses Ah, ist schon cool Aber da muss man gut mit der Sirene spielen können Das ist nicht so einfach Vor allem in der Fahrt geht das kaum Ja Ja Hab ich letztes Mal Hab ich letztes Mal gelernt Beim Fahren Ist mir aufgefallen Dass man so seine Sirenen auch ansteuern kann Auch wenn man nicht die Ding an hat So kann man richtig hart die Leute nerven Soll ich mich mal hinstellen Und mal mein Radar anmachen Geht das denn im Auto überhaupt? Ich glaub nicht, ne? So lange ich kein Polizist bin Geht das nicht Ich pack mich hier mal ein Und warte bis ein Einsatz reinkommt Ich trink mal ein Schluck Red Bull Es ist grad so schön Habt ihr ELS drauf? Nein ELS Find ich Ist zwar geil, weil du kannst Viel einfache Auto Models machen mit ELS Aber Non-ELS Find ich in dem Fall besser Weil es keine Leistung zieht Also das Script zieht an sich Keine Leistung Nur dass dabei das Ingame ist Und äh Ich bin komplett damit zufrieden Dass wir uns dazu entschieden haben Kein ELS zu machen Weil das war damals die Frage Wo ich den Server aufgebaut habe War auch by the way Der Grund Warum wir einen LA Server gemacht haben ELS Also wer es nicht weiß ELS ist Dieses Emergency Light System Script Wo man Äh Zum Beispiel die Pattern und so einstellen kann Und das läuft über Extras Also Rehicle Extras sind diese ganzen Sachen hier Diese Und darüber läuft das eigentlich Dass das immer gespawnt und despawnt wird Und das zieht halt doch Leistung Und hat halt damals schlecht gesinkt Und deshalb haben wir dazu entschieden Ein LA Setting zu machen Statt Österreich Setting Weil es stand immer im Raum Ein Österreich Server zu machen Und äh Weil ich ja damals Die ganzen Österreich Mods gemacht habe Und dadurch dass ich damals Kein Non-ELS konnte Mit äh Und damals ELS sehr verbuggt war Auf Servern Haben wir uns dann dazu entschieden Ein LA Setting zu machen Also das war wirklich Der ausschlaggebende Grund dafür Dass wir jetzt Wheel of Online Als LA Setting haben tatsächlich Ist ne geile Geschichte Also ELS Damals Ja Aber ELS funktioniert derzeit schon besser Mit dem Sync und so Aber Ich bin ehrlich Ich bin immer noch jetzt Fan davon Dass wir Keine ELS haben auf dem Server Ich find's einfach cool Vor allem Ich find das Lightning Sieht trotzdem geil aus Schau mal die Blitzer Wenn ihr gute Blitzmuster habt Kommt das schon gut ran Vom ELS Style her Also kann man schon viel rausholen Wenn man es richtig macht Es gibt natürlich Blinkmuster Nicht so geil aus Oh das hier passt zum Beispiel auch perfekt Finde ich Hast du schon eine Location für den Antrag Ja Ja ich komme noch aus der Zeit Wo ich einen Server hatte Ich glaub AX war damals Noch in den Startlöchern So ganz drin Und Ich weiß noch Der Pauli Hau draus Habe derre Wie Horst der RP Server VLive Online Wie man oben rechts sehen kann Bewerben auf VLiveOnline.net Aber erst die Bewerbungsphase leider offen ist Udi Der Kuss geht raus Alter Pauli Vielen vielen Dank Bewerbungsphase ist aber leider derzeit geschlossen Also Austria X ist ja ein Österreich Server Und das lustige ist ja Der damalige Leiter von AX Das ist ja nicht mehr der der heute ist Die haben ganz oft die Leitungen verschoben Mit dem Den kannte ich damals Den kenne ich auch in VLive Das ist der Benni Und der hat damals ein L.A. Projekt gehabt Das hieß glaube ich Wie hießen das damals das L.A. Projekt Weiß ich gar nicht mehr Auf jeden Fall so ein 5M Projekt So ein privater Server Und er hat damals meine Mods halt auch verwendet Um dann irgendwann einen Österreich Server zu machen Statt einen L.A. Server Und in dem selben Moment Waren wir auch dabei einen Server aufzubauen Und da war ihm die Frage Bauen wir einen Server auf mit Österreich Setting Oder L.A. Setting Und er hat damals schon angefangen Einen Österreich Server aufzubauen Und damals hieß es noch gar nicht AX glaube ich Ganz ob ich weiß es gar nicht mehr Ich will ja auch gar nichts erzählen Aber jedenfalls ist dann Austria X Austria X gibt es nicht mehr Sicher gibt es das noch AX Ist ja noch aktiv Ist dann so gewesen Dann haben die irgendwann Die Leitung gechanged Das war dann Desert Und Desert war auch der Typ Der uns damals geholfen hat Auf RLO den Server zu machen Der war der erste Scripter bei uns Also deshalb die Verbundenheit Zwischen RLO und AX ist sehr sehr groß Einmal geht noch Alter Pauli Kuss geht raus Nochmal Einmal geht noch Also wenn es AX nicht mehr gibt es Es ist ein Schuh Ich schau mal kurz rein Einer schreibt mir hier AX gibt es nicht mehr Ich schau mal rein in den Discord Also wenn es das nicht mehr geben wird Nö also Austria X gibt es noch Ich bin auch noch drauf auf dem Discord Und AX hat die Projektleitung Bei uns nicht gegeben hat Und das war halt bei Benny damals Das ist ein Kumpel von mir Der ist Kenne ich auch in real life Den habe ich in real life schon öfters getroffen Das war eigentlich der Der AX angefangen hat zu machen Und die changed halt die ganze Zeit Projektleitung Und der letzte mit dem ich viel Kontakt hatte War eigentlich Desert Und Desert ist jetzt auch nicht mehr Projektleitung Und Desert war der halt der bei uns viel gemacht hat Damals Also finde ich schon irgendwie lustig wie das so ist Und dass wir halt jetzt eigentlich Eigentlich war es so Wir wollten wirklich einen Österreichs server machen Und allein durch ELS haben wir dann gesagt Ne wir machen L.A. Setting Finde ich schon lustig dass sich das so Dass sich das so gedingst hat Finde ich mal AX auf 5M Ja aber du musst gewitelistet werden Die haben auch eine Whitelist Ist halt ein österreichisches Setting Mit Österreich Fahrzeugen Wann machst du einen Antrag für Verbot? Ja ich weiß noch nicht Also bis Donnerstag kann ich eh nichts machen Wir fahren mal zum Spot hin Wo ich gesagt habe Wo wir einen Antrag machen Bzw ich zeige euch den Spot Wir müssen da gar nicht hinfahren Passt auf ich zeige euch hier den Spot Oh ist das schön wenn wir hier hochgeschoben werden Hauseigener Fahrstuhl Schaut So sieht der hauseigene Fahrstuhl aus So hier sehen wir Hier möchte ich ja den Antrag machen hier oben Hier soll er stattfinden Wo dann die Leute so aufgereiht sind Und die Die Hochzeit habe ich mir auch schon überlegt Die wollte ich eigentlich Nicht hier machen Die wollte ich Ich habe nämlich zuerst überlegt Die hier zu machen Aber ich war dann Ich bin dann doch etwas uneinig gewesen Wegen Hochzeit Wo waren das denn mal Das war ähm Hier Hier wollte ich sie eigentlich machen Bin ich mir aber gerade unsicher Das ist der Sound auf der Spende So hier war sie dann geplant Voila Hier so wisst ihr Hier war dann die Hochzeit geplant Aber ich bin mir doch etwas unsicher dann Weil es sehr in der Stadt ist Und keine Ahnung Also ich Da überlege ich noch Ob wir die hier machen Oder woanders Ich hätte da noch eine andere Location gehabt glaube ich Mal gucken wo waren das nochmal Ein Überfalli Ja wo waren nochmal die Ich hatte eine Location gefunden Die ganz geil gewesen wäre Aber mir fällt sie gerade nicht ein Wo war denn das Hochzeitslocation Wo war denn das Doch ein Partyalarm Da haben wir Sichi Noch ein hier Von wem denn Von MW Habt ihr noch vor das Militär mit rein zu bringen Derzeit nicht Derzeit tatsächlich noch nicht Aber Alter Kuss geht raus 100 Euro mit Fies Der Ehrenmann mit Fies hat er gemacht Da kann man nur fett 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 Danke sagen Fettes 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 Danke an MW Bruder muss los Einfach ein Hunni Nee wo waren diese Location Ich überlege gerade Die waren nicht hier Nee wo waren die Ich habe eine geile Location Nicht Observatorium Ich wollte äh Für die Hochzeit Nicht für den Antrag Für die Hochzeit habe ich überlegt Na wo war denn das Also wisst ihr was ich auch überlegt habe Die Insel wieder rein zu bringen Und dann dort die Hochzeit zu machen Das war noch eine Überlegung Das habe ich immer noch im Kopf Aber da weiß ich noch nicht Ob ich bis dahin das schaffe Aber wo waren diese Location Mir fällt es gerade nicht ein Wo war denn das Ich habe irgendwo was gefunden Dachte mir so Ja das ist ein geiler Spot Aber ich weiß nicht mehr wo das ist Ein Golfplatz Nee es war was anderes Es war irgendwo eine richtig geile coole Location Wo viel Platz war Aber ich weiß nicht mehr wo das genau war Also ich habe sie vergessen Na super Ich habe sie vergessen Warte ich gehe mal hier drüber Ich werde es ja wohl finden Das kann doch nicht so Kann nicht so blöd sein Am Strand habe ich Genau diese Location habe ich ja mal gefunden Aber es war was anderes Nee ich finde die nicht mehr Keine Ahnung wo die hin ist Dafür bin ich leider zu blöd Dafür bin ich leider viel zu blöd wieder Ja keine Ahnung Nee die Playboy Menschen war es nicht Irgendwo habe ich immer was gefunden Aber ich weiß nicht mehr Also Observatoren war es nicht Also hier habe ich mir gedacht Wäre cool Aber da bin ich mir noch unsicher Das wäre halt unter den Top 10 Würde ich mal behaupten Wobei ich habe ja keine C Alter Pauli Wollen wir mal im Discord reden Ja Bruder wird schwer Wird schwer Brudi Pauli nochmal mit 50 Rühnchen Er hat vorhin 20 oder nicht Mit derselben Frage Bruder ich äh Es ist kein Disrespect Aber ich Es kommt halt so rüber Als würde man bei mir donaten Und dann kann man mit mir reden So auf die Art und Weise Also Ich rede halt so Mal mit meiner Community Wenn ich mal in einen Channel reingehe Was aber jetzt nicht halt so häufig ist tatsächlich Weil ich Wenn ich mal am PC bin Eigentlich am Server Oder irgendwas anders arbeite Ich bin wirklich Ist der PC an Arbeite ich eigentlich Ich habe gestern das erste Mal nach langem Wieder mal abgeschalten am PC Gestern habe ich mal Ah wobei ein bisschen habe ich was gemacht Aber gestern habe ich abgeschalten Gestern habe ich Hitman gezockt Das weiß ich Aber sonst wenn ich am PC bin Bin ich immer am Arbeit Am Hakeln Deshalb bin ich böse Dass ich nicht immer im Discord rumhänge Vor allem das blöde ist Weißt du wenn ich in den Discord reingehe Dann schauen 50 Leute rein Dann kannst du dich eh nicht mehr Richtig unterhalten Dann könnte man ein Limit reinmachen Dann kommen halt auch nur 10 Leute rein Ist halt auch blöd Aber wisst du was ich mal überlegt habe Auf dem Discord Vielleicht mal so einen Talk zu machen Anlager das mal gemacht Bei sich auf dem Discord Da konntest du Leute reinziehen Einer wurde geannutet Und man konnte eine Frage stellen Oder ein bisschen quatschen So Das wäre vielleicht mal ganz cool Dass man sich mal so ein bisschen bequatschen kann Aber trotzdem ey Kuss geht raus an dich Pauli Kuss geht raus Aber vielleicht machen wir mal so einen So einen Talk im Discord Einfach so just for fun Können wir mal machen Wäre ganz cool Hat Andel auch gemacht Muss ich ihm nachmachen War Küsschen aufs Nüsschen Ne ich weiß nicht mehr wo die Location war Wo ich mir etwas überlegt habe Bin mir leider sehr unsicher Leider leider Ach schau mal Sie sind doch jetzt hier vorne Oder? Das ist jetzt Musik läuft hier Ja ich glaube da läuft Musik oder? Nö nicht mal Da läuft da kaum Musik Ich fahr mal hier vorbei Ah die fahren rot Ok Ja bis jetzt keine Reports reinbekommen Leute Ist jetzt alles ruhig Vielleicht kommt noch was Aber ich glaube das ist Weil die Hochzeit gerade war Da waren gerade so viele Leute dort Äh Also hier habe ich auch noch nie jemanden einparken gesehen gell Dass die hier sich einparken krass Das ist der Sound Ja boi Haben die aber eingepackt Ich pack mich hier eigentlich Ich lese mal durch ein bisschen Ich warte auf meinen Einsatz bis ich gebraucht werde Ich lese gleich alles durch Bruder Ich lese gleich alles durch Ah geil Kannst du Party machen? Ja kann ich Ja kann ich Für Pauli Kann ich Party machen Gruß geht raus Hoffentlich fährt jetzt keiner vorbei Aber der Fortnite Tanz Ach so hier Hier für die Party Leute Ok der Typ da vorne schaut mich schon so an Als hätte er Gerade das Leben vor sich gesehen Guck Der ist voll fertig da vorne Guck Den wir andrempeln Perfekt Dann guckst du halt nicht rüber Prinzessin Alles gut So Ach kennt ihr den besten Spot? Den habe ich ganz vergessen Wieso was ich mach das mal weg Den besten Spot um Wenn man gerade nichts zu tun hat das Admin Den zeige ich euch jetzt Den kennt nicht alle Liegt auch daran dass man das nicht sieht von unten Hier oben Hier Das ist Finde ich der geiste Spot den es gibt auf dem Server Das ist der gut berüchtigte Admin Spot Wo du einfach alles gucken kannst was da gerade passiert Am Parkplatz und am Hauptplatz Und es gibt noch einen zweiten Ich habe nämlich mal überlegt dass wir den hier einrichten Dass wir hier so Möbel hin machen wo man sich hinsetzen kann Der zweite ist nämlich direkt hier oben Hier Da gibt es ebenfalls noch mal so einen Spot Da kannst du auch mal vorne vorne alles gucken Aber der hier ist besser Oder hier oben Der ist auch gut Hier oben kannst du auch Aber ich finde den hier cool weil der so mittendrin ist Hast du so einen schönen Überblick über das alles Da setze ich mich dabei mal hin bis ein Einsatz reinkommt Bitte Wir schauen dann gleich mal Ich gehe mal nämlich die Donis durch Das wollte ich schon die ganze Zeit machen Leute Gehe ich jetzt mal schnell durch Auf Ehrenbruder Basis Ich werde aufregt ich habe es nicht gelesen Das ist nämlich wichtig und richtig dass man sie liest Ah Andri F Beste Streamer bin auch wieder dabei Dankeschön Das habe ich ja alles vorgelesen Hi haben wir vorgelesen Das haben wir vorgelesen Vorgelesen Ah hier Night Gaming YouTube Danke für den Euro und Dustin Ich freue mich wenn ihr bei uns das aufmacht Und da habe ich dann das letzte gelesen Äh Schnitzelchen Was geht ab Abgesehen Leute wieder Admin Action Jetzt am besten noch als Hirsch Sehen wir uns hier als Hirsch natürlich Pauli nochmal Ich lese es euch vor Ähm Sebi meine letzte Spende Auf und weiter Mit großartigen Südgrüßigen Raushangstern Sebi Einmal Captain 1 End Toge Danke für 1,57 Euro Dann äh Okay das kann ich glaube ich nicht vorgelesen Steven Ohms haben wir ja vorgelesen Hi Du hast meine erste Spende überlesen Nein ich brauche immer ein bisschen zum vorlesen Wisst ihr Bescheid Erfleigen Doktor Fai Lauren Peters Und Felix Sind wir hier geworden BzwG resubbt Ah das wieder wer probiert mich Äh Mike hat mich grad probiert hier auch wieder äh Dranzukriegen Wann Kennt man sich wieder für ein Zauberwerb Wenn es soweit ist Einmal auf Instagram folgen Da kündige ich immer an Wenn es soweit ist Äh Luki Grüß aus Salzburg Dankeschön äh Luki Grüß geht zurück nach Salzburg Manuel Huber Danke von Euromark in der Lump Wenn ich ein Gespenst kaufe Ist das dann mein Hey Was mein geistiges Eigentum Was ist groß grauen telefoniert Ein Telefant Peace love und happiness Dankeschön an Mark in der Lump Für diese wunderschönen Flachwitze Die haben wir heute wieder gebraucht Anubis Dankeschön Nach 13 Stunden Dienst Kurz für dich und das Projekt Rausscheppern Und dann IC gehen Kuss geht raus an Anubis Der Alex Schmidi Auf und geilen Stream Dankeschön für ein Zwanni Dann Max Dax Geiler Name Das könnte fast andere Name sein Kannst du uns den neuen Hubschrauber zeigen PS Oh Was Onlyfans Ich weiß gar nicht den Spornamen Von den neuen Hubschrauben Wenn ich ehrlich bin Ach ich geh mal schnell aufm Hauptplatz Ach schau die Security Kisten Sind auch so geil So geile Security Karren Wir könnten mal gucken was die hier machen Ist das nicht 1 zu 7 Ah ne Kami ist da Ah da sind die da drüben immer noch beschäftigt Ich hör mal ein bisschen mit Ein bisschen mithören geht immer Ein schönes Team noch Dankeschön Raveleon Oder Rave Raveon Oder Raveflon Ich weiß noch nicht wie ich ausspringen soll Sissi Stehen die Kocher noch aufm Berg oben Ne Glaub nicht Wir können aber mal hinschauen wenn du möchtest Ich hör mal hin Weil wir könnten mal Blips anmachen Dann schau ich wo die Kann ich gucken wo die ganzen Leute sind Was die grad machen Guck mal was da hin Chefin Das ist gleich die ganze Map Pool Also oben ist mal keiner Ah das würde ich mal interessieren was die ja grad machen Das letzte für heute Ich hoffe Bruder ich hoffe Kuss geht raus Ja gut die bauen hier an ne Das ist der Sound auf der Spende Aber der Der Spot ist nice Der ist echt gut Warum die hier Ah die fang grad mit dem Auto rum Hier ist grad ein Verkehrsunfall oder sowas Das soll ich auch mal hin Das interessiert mich nämlich Ah ja Verkehrsunfall Ah es kommt was Ah ja 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 warte Hab hier Verdacht auf Ok Hallo Hoi Bitte Hab ich schon gelesen Ich check das mal schon ab Ah Jo jo Kannst du mir das schreiben Wie mach ich Die Daten von dem Account Ja Warte kurz Perfekt Danke Das ist Das ist jetzt aber lustig Lineline122 Ok damals ein Lustiges Problem Da hat sich jemand als Frau beworben Ist hier aber ein Mann Aus dem Grund steht gerade Verdacht Account Sharing So das ist das ist jetzt mal krass hier was wir jetzt grad haben Check mal gleich mal ab Sarah und bin 18 Jahre jung Hallo 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 Ich hab mal ne Frage Ja In deiner Bewerbung steht dass du Sarah heißt Naja das haben wir mit dem Dings hier abgeklärt Darf ich kurz so reden? Ja ja klar Äh wir haben das mit einem anderen abgeklärt Achso ok ist das geklärt Ja wir teilen uns einen PC Ach geteilt durch einen PC ok Genau das haben wir mit einem anderen abgeklärt Im Ticket Das wurde geklärt ok dann weiß ich bescheid Ja Deswegen auch im Forum Mhm Dass da irgendwelche Meldungen kommen und so alles ne Ok ne weil das ist jetzt über Also du bist jetzt mit dem Account Achso habt ihr jetzt zwei Bildern geschrieben oder nur eine? Äh wir haben zwei Steam und Discord Accounts also unterschiedlich Das Problem ist ja das genau der Account auf Sarah zugeschrieben ist wo du grad hier bist Echt? Äh das ist komisch ja Line Line 122 Achso dann haben wir dann habe ich mich wahrscheinlich bei 5M jetzt vergessen ja Also den Namen dort 1 da wieder Wer bist denn du dann? Äh ich bin der Noxic A.E. Noxic Hä? Ja da bist du aber mit dem falschen Steam Account drin um das geht's und das macht keinen Sinn weil der Steam Account ist auf dein Charakter gebunden Äh ich bin doch grad mit dem Charakter drin Nee du bist mit deiner Frau hier drin Hä? Jetzt geht's dir los Warte warte mal checken Warte warte ich muss nochmal drücken Und? Weil über deinem Kopf steht Line Line das ist nämlich das Das soll dir da eigentlich ein Noxic stellen Ja 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 das ist ja vom 5M hier wenn du einstellen wirst dann müsstest du deinen Namen einpassen Achso stimmt er hat recht du kannst das auch machen du kannst im 5M ebenfalls deinen Namen ändern das ist dann nicht Das hab ich jetzt vergessen wahrscheinlich zu machen Ja seit gestern halt gespielt Achso ihr shared euch einen PC und spielt mit 2 Accounts und deshalb Genau Ah ok Jetzt hab ich nämlich den Report bekommen mit dem Account shell Gut Wäre vielleicht cool wenn man vielleicht mit einem Namen oben oder einfach das weglässt weil dann nimmt er den Steam-Namen automatisch Achso ok dann Ok das will ich jetzt Wenn du das weglämst dann hast du automatisch Steam-Name Ok dann machen wir das Das führt mitunter zu sehr großen Problemen dann sonst Ja alles gut Ja aber sonst kriegen wir den Report Account-Sharing oder sowas und dann Ja gut Hast du ja wenigst Ok ne da wissen wir Bescheid Jawohl Perfekt Yay Danke Ciao Danke Ciao Weil dieses GZ-Phone ist halt echt der absolute Rotz Zum einen also ihr müsst euch vorstellen das das Phone was wir hier haben ne Das Ding hier Sieht zwar geil aus und so aber es hat so heftig viele unnötige Bugs und es zieht so viel Serverleistung Also Client-Leistung habe ich hinbekommen aber du kannst das Ding nicht performant laufend bekommen weil dieses ganze Handy hier so geschrieben ist und wenn du da was änderst an den Abfragen funktioniert das nicht mehr richtig vor allem diese ganzen MySQL Abfragen sind so gescriptet dass du die nicht auf Async umschreiben kannst das heißt das wird dauerhaft reingepusht in die Datenbank das heißt das wird alles andere was gerade in die Datenbank geschrieben wird gestoppt und das wird halt direkt genommen und das zieht so viel Leistung also wir sind am überlegen dass wir das hier changen und das eBay hängt sich immer auf wenn irgendwer was löscht Und da weiß ich auch nicht genau woran es liegt und da haben wir schon so viel gefixt ich glaube ich bin schon mal drei Tage an diesem Handy verzweifelt die ganzen Bugs zu fixen alter es war echt heftig viel Aufwand aber es funktioniert teilweise eBay ist eigentlich das größte Problem gerade und dass es viel Leistung zieht aber es gibt halt relativ wenig Phones die gut funktionieren muss man auch sagen es gibt nicht viele dass unser Phone unser GZ Phone ist eigentlich ein kompletter Rewrite vom Original es sieht zwar ähnlich aus wie andere aber wir haben da ein Custom Script auch schon drin dass es schon mal viel weniger Leistung zieht und optimierter ist aber es ist ja trotzdem also mit den Abfragen also die MySQL Abfragen sind Schmutz das ist leider das Problem und es zieht zu viel Serverleistung und du kannst es du kannst es nicht mehr performanter machen du kriegst es einfach nicht mehr performanter hin leider also da sind wir schon wirklich ans Limit gekommen was möglich ist von der Performance her So jetzt haben wir das mal gewiss da jetzt heute wechsel ich teste es mal eBay Ja geht wieder das ist immer wenn einer was löscht ganz komisch und wir konnten es nicht reproduzieren bis jetzt wenn man es wenigstens reproduzieren könnte wäre ja geil aber sonst die Phone naja ihr müsst euch vorstellen ich habe Präferenzen bei Phones wisst ihr was wir unbedingt brauchen Telefon WhatsApp Kontakte das ist Standard Twitter muss nicht sein was sein muss Instagram eBay Kleinanzeigen Dark Chat und alles und Kamera muss es haben also du musst auch bei WhatsApp Sachen senden können und halt eine Wallet wie hier wo man dann einen Betrag eingeben kann und so weiter und so fort das sind so unsere Bedürfnisse Ich habe auch schon eins in Aussicht da schaue ich aber noch ob ich das nehme oder nicht jetzt ich muss es mal testen ob es gut ist oder nicht Problem ist an diesen ganzen Phones sehr viele sind encrypted also encrypted du kannst nicht viel machen du kannst sie nicht testen musst oft 300 Euro 200 Euro ausgeben dann kannst du es erst testen und wenn es dann Schmutz ist dann sind 200 Euro weg aber geht oft nicht anders aber es gibt sehr viele Phones und sehr viele funktionieren leider nicht richtig leider ich habe schon sehr viel Geld für Phones ausgegeben die nicht richtig funktioniert haben sehr viel ich glaube insgesamt 500 Euro in den wirklichen Abfluss geworfen also wirklich ganz schrecklich Phones ganz schlimm sowas an gute Phones ranzukommen Ähm Was ist noch da Also neuen Hubschrauber weiß ich nicht ich weiß den Spawnnamen leider nicht Hubschrauber Äh CC war vorgelesen Flumaro war vorgelesen Lennart Budde Dankeschön für den Euro Valder DJ Valder Dank fürs Resumen Der Ehrenmann 1963 Dank für den Euro Mann der Redcar guten Abend Wie geht es dir? Bist der besten Weg jetzt sehr gut Redcar Ich hoffe die auch letztes Mal auch im Stream bei Ann dabei gewesen Wollen wir so hat er 0 Dollar Das ist weil ich jetzt das Phone gerestartet habe Wenn ich jetzt meinen Geldbetrag ändere Achso ich vielleicht mal Ja ich sag doch erster Report Die stimmt nicht Beinahe ob es jetzt richtig stimmt Das Phone zeigt nur da in der Bank Ich wusste nämlich dass so ein Report kommt dass auf der Wallet 0 Dollar sind Jaja ich habe es nämlich wegen Ebay Klaranzeigen gestartet und jetzt glauben alle sie haben kein Geld mehr auf der Bank Weil sobald ich jetzt einen Betrag einlege bei der Bank dann refresht sich das glaube ich wieder Ich kann euch das mal zeigen Das ist halt wenn man eine Resource restartet Schau mal ich zahlre jetzt 1 Dann mal 1 Dollar Jetzt sollte theoretisch das Phone sich wieder geupdatet haben Ja seht ihr Phone wieder geupdatet Aber stellt euch vor das Phone fragt unnötigerweise alle 5 Sekunden euren Kontostand ab Ist ja komplett unnötig Beim Einloggen wird es einmal abgefragt und deshalb ging es jetzt nicht Aber der Spot hier oben der ist auch geil Also wenn ich mich hier was hinbaue So eine kleine Plattform und hier oben Ich muss mal gucken so ein Admin Space wäre echt geil Bruder Oder hier Oh Alter hier Bruder Das ist doch mal ein Admin Space hier Da einfach hin machen So eine kleine Ecke Ein Geländer oben hin Und schon kannst du hier runter gucken was hier unten passiert Das ist doch geil Du kannst dich hier hinsetzen Das ist doch richtig geil Das ist der beste Spot glaube ich bis jetzt Ja hier hast du alles im Überblick Ich glaube das werden wir mal ausbauen hier oben Dieses kleine Ding hier Da kann man uns dann treffen Das gefällt mir So Frechdachs Wenn du das Quack mit dem Pet Script verbindest Dann ist es ja meistens aus wie mit dem Pet Script Ich habe es ja nicht mit dem Pet Script verbunden Das mit dem Quack ist ein Custom Made Script Was ich mal vor Vor ein paar Monaten geschrieben habe Für andere Sachen Wo dann so ein Pet Spawn Und dann wieder weg ist Das ist für die ganzen Jumpscares Wenn wir auf der Map haben wir Geister und alles platziert Das ist ein Custom Script Also du fährst durch zum Beispiel Und dann ploppt irgendwo ein Geist auf Mit Soundeffekten Und das passiert nur zu gewisser Uhrzeit Also RLO hat halt echte Jumpscares Und es gibt ja auch diesen Wie heißt das Ding Bigfoot haben wir ja auch Der am Straßenrand manchmal erscheint Und ein Geräusch von sich gibt Das ist ja alles selbst geschrieben So und das Script habe ich jetzt verwendet Auch bei Andel im Auto aus die Ente rein zu machen Also da spawnt dann eine Ente Und gibt einen Sound von sich Ist halt auch geil Aber die nicht zu einer bestimmten Uhrzeit Die macht das immer Kein Name Kannst du mal einen Anbauer suchen Und sagen Polizei Hände hoch Wäre lustig Nee Ich möchte nicht Leute erschrecken Ich kann dann eine Fußraumspinne vielleicht machen Aber jetzt Leute Und nur die erschrecken Weil es sieht aber cool aus Wenn ich hier oben sitze Guck Ziehen die das hier von hier oben Na ich schau mal was die machen Ah ja wenn ich sitze Kann ich ja nicht Das ist ja auch nur so eine Sache Schau mal wenn ich sitze Und ich mach Kamera Dann geht das nicht Verstehe ich auch nicht warum Braucht mich nicht Aber hab ich einen Ja das hab ich nicht Naja egal Aber trotzdem Eine sehr schöne Location Hier kann ich jedem weiterempfehlen Wärmstens empfehlen Wärmste Empfehlung Jetzt hör ich aber mir Das hier von unten an Was die hier machen Ich hab gehört Mit einem Fernenglas Kann man die Leute abhören Oder nee Mit einer Sniper war das Äh Gift Weapon 406 Weapon Heavy Sniper 1 Soll es sein Genau Ach scheiße Ich brauch einen Kofferraum Ja wenn schon Denn schon Hallo Ach komm Ist halt Bug Using Was wir jetzt gerade betreiben Aber man kann es machen Darf man aber nicht Wahrscheinlich wenn wir das Man kann abhören Krass ne Dass das klappt Ist da mal Bug Using Haben wir gesagt Aber es funktioniert Ich verstehe bis heute nicht Warum das funktioniert Wenn du das mit dem Phone machst Geht es nicht Du musst mit einer Sniper wo drauf Komischerweise bei denen Funktioniert es nicht Vielleicht muss man auch Schreien oder so Ich weiß es nicht Vielleicht haben die da Gerade geschrien unten Ah doch die hört man auch Aber nicht so laut Aber die kann man hören Hier von hier oben Ja sogar die Schritte Auf anderen RP-Sorben Funktioniert das auch Das ist glaube ich Weil die Die Schritte werden auch Übertragen Also ihr hört wirklich Von hier wenn ihr reinzoomt Die Schritte Das ist krass Wollt ihr das Und wenn ich jetzt aber Wieder mit dem Handy reingehe Oder mit einem anderen Tool Und dasselbe mache Geht es nicht Wir haben auch die Schritte nicht Also ich verstehe nicht Warum die Sniper das macht Und die anderen Sachen nicht Da muss irgendwo ein Script drin sein Dass das ranzoomen anders macht Oh das Ding Jetzt weiß ich was diesen Sound macht Da unten Wie hässlich Gut Also das kann man machen Wenn man möchte Man muss nicht Ich glaube ich lasse die Sniper hinten drauf Sieht cool aus Das ist von GTA selbst Ach stimmt Den GTA Online Ist das glaube ich auch so Da gibt es ja auch so Ein In-Game-Voice-Chat Und da kannst du glaube ich Dann auch die Leute irgendwie hören Irgendwie so ist das Aber ich frage mich Was das für eine Funktion ist Weil die kenne ich so an sich nicht Kann man probieren Äh wartet Ich kaufe mir mal so ein So ein Fernglas Ob da dasselbe Problem besteht Also Problem ist es ja nicht Das ist halt ein Bug Oder Bug ist es ja auch nicht Das ist eine Funktion Die man nicht nutzen soll Weil es halt so an sich nicht möglich ist Weil du kommst ja nicht mit so einem Abhörgerät ran Du gehst ja mit einer Sniper ran Und dadurch kannst du die Leute Nicht besser hören Wenn du mit einer Sniper rangehst So ich hole jetzt so ein Fernglas Aus dem Shop Und stelle mich hier nochmal genau hier oben hin Und ich glaube das funktioniert auch nicht Mal schauen So Ich glaube mit dem Fernglas geht es auch nicht Ne Mit dem Fernglas funktioniert es auch nicht Das ist ganz lustig Also wirklich nur mit der Sniper Frag mich nicht warum Ist halt so Ist halt einfach so Gut Dankeschön an Philipp Doppelt 95 sind Dann kein Name Kannst du mal Also das mit dem Anbau Ich vorgelesen Lord Chaos Gibt es ein unzerstörbares Auto Wenn nein Das Spaß Ja, das Go-Kart kannst du glaube ich nicht zerstören. Das ist glaube ich immer full. Das hat auch unendlich Tank. Wobei, nee, das Go-Kart kannst du zerstören. Also ein unzerstörbares Auto, weiß ich nicht. Ah, ist das der neue Helikopter? Ich glaube, es ist der neue Helikopter. Ich schaue mal schnell hin. Ja, das müsste er da sein. Oder? Nee, doch nicht. Das ist auch nicht der neue Helikopter. Das ist ja komplett weiß, ja. Ja, ich habe den nämlich mal irgendwo gesehen. Aber ich war mir unsicher, ob es jetzt der ist oder nicht. Aber, ja gut. Ah, 1 zu 7. Guck, 1 zu 7. Scotty wieder am Grundstück. Der ist der einzige, der immer hier ist. Könnten erst hier schrubben rennen. Oder? Echt, schauen wir, was die Leute machen. Ah, schau, da oben ist wer. Ich gehe mal dorthin. Oben ist jemand am Berg. So, ähm, Dave, Lennart, danke für den Euro. Samuel, Servus, bin wieder dabei. Nach langer Zeit mal wieder Spende zum geilen Script mit dem Entenhaus. Und bitte zeigt, dass wir hier vorgelesen wollen. Jawohl. Und, äh, Twistfox. Hi, Xion. Bist du, der beste YouTuber und wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, Twistfox. Wünsche ich dir ebenfalls. Wünsche ich dir eben... Oh, 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 was steht denn das Ding hier? Wie krass. Äh, Leute. Ah, aha. So hat das Rockstar Games gemacht. Guckt mal, was Rockstar Games gemacht hat. Die waren zu faul, den ganzen Berg nochmal neu zu modellieren. Die haben hier einfach über den alten Berg den Berg hier hinzugefügt. Schaut mal. Von dem Update, wo dann die Bunker gekommen sind. Guckt. Ist ja krass. Ey, wie faul kann man sein? Rockstar Games ist erstmal komplett faul. Ja, wir machen da einfach über den Berg nochmal hier den Berg dazu. Ja, das wird schon keinem auffallen. Theoretisch kann ich jetzt hier rumlaufen, ne? Ja, krass. Ist ja voll geil. Also, so arbeitet Rockstar Games. Guckt. Schau euch die Spaltmaße an. Das geht aber so nicht, Jungs. Guckt euch das an, wie das hier aussieht. Sieht aus wie hingeschissen. Also, für ein Millionenunternehmen, das hier so grenzwertig zu machen. Guckt euch das bitte an. Also, das ist echt schon heftig, ne? Also, Rockstar, das habe ich... Also, das habe ich noch nicht gesehen bis jetzt sowas hier. Guckt euch den Übergang an. Spaltmaße auf Tesla, Bruder. Spaltmaße auf Tesla. Ey, das geht nicht, Rockstar. Also, das ist wirklich... Nö. Das könnt ihr auch nicht machen. Warte, oben fällt es aber... Fällt es oben auf? Vielleicht hier ist so ein... Also, hier fällt es nicht so auf. Oben geht es. Aber unten aber extrem, Bruder. Aber cool. Das sehe ich zum ersten Mal so. Das sehe ich zum... Also, hier kannst du auch kochen. Ich höre mal vor, du stellst dich hier mit deinem Wohnmobil hin und kochst hier eine Runde. Das ist schon geil. Habt noch einen Punkt gegen den Job. Da bin ich gleich unterwegs. Ich gehe unterwegs. Kocht jetzt jemand oder nicht? Achso, ich habe hier mein Radar aus. Da war ja was. ESP ist aus. Oder ist der schon weg? Der ist anscheinend schon weg. Der war da oben. Hatte ich dann anscheinend verpieselt. Ah, da unten ist er. Der fährt hier runter. Aha. Ach, Polizei hat nach oben geguckt, ob da wer kocht anscheinend. Ja, 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 ja. Werden der denn lang? Ah, der sucht gerade so Spots ab, wo die Leute anbauen. Hier wäre auch ein geiler Anbauort. Aber Comfort wrong. Hier so im ganzen Berg ist niemand. Aber wobei hier ist jemand. Schau was der macht. Was ist denn im Supportfall? Oh, Digi. Aber der Spot ist doch nice. Das sieht keine Sau. Gut, jetzt gehe ich zu dem Supportfall. Also, Nummero 578. 578, ich bin unterwegs. Hallo. Nicht das Waffenmenü aufmachen. Nein, nicht das Waffenmenü. Ja. 578. Hallo. Weder? Ah, hier ist noch so ein Spot. Mit diesem Job. Wo der weiße Transporter steht meistens. Also, eigentlich immer steht der Transporter eigentlich immer drauf auf dem Punkt. Äh, das ist der, aber der Transporter muss ich dir sagen, das ist ein anderer Spieler gewesen. Also, der stand jetzt auch nach und servistet jedes Mal hier, deswegen. Ja, kann nicht sein. Der spawnt hier nicht. Der Transporter. Das, äh, Detritz-Sporter, der fährt nicht im Verkehr. Das ist ein Addon. Der kann gar nicht von selber spawnen. Okay. Das heißt, da, ein Spieler stellt den hier ab oder so und, und crasht oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Oder, macht den Job nicht weiter, dann muss man einen Abschlepper holen. Weil, diese Autos, die kommen, äh, nicht vom, äh, Parken. Also, hier parkt es uns nie was. Das, das weiß ich. Ja, weil der gestern nämlich auch schon bei dem Trapeer-Verstand, deswegen... Ja, dann wird für's wahrscheinlich der andere Spieler das auch gemacht haben, schätze ich mal. Aber guck mal, der, der ist, das Spielerfahrzeug, ist auch vorne kaputt. Und, warte ich, schau mal, ob der... Gut, abgesperrt ist, sehe ich alles, aber der spawnt so nicht. Und das ist genau das Fahrzeug, was, äh, für den Job gemacht ist. Also, bei sowas einfach Abschlepper rufen. Ja. Weil, äh, diese Vans, die spawnen so an sich nicht. Ja, okay, dann trotzdem, danke. Jawohl, kein Problem. Tschüss. Ciao. Soll ich die Waffe reinlegen, ganz schön weg. Aber für sowas denke ich mir auch, so würde ich einfach einen Abschlepper rufen und fertig ist. Die Transporter, die spawnen hier so gar nicht. Die sind gerade online. 135 noch, um die Uhrzeit, ganz gut. Ist das der neue Heli? Nee. Ah doch, das ist der neue Heli. Da ist er. Da haben wir ihn, Leute. Weil, irgendwer wollte einen neuen Helikopter sehen. Das sollte halt, glaube ich, sein. Oder ist er das? Ah, ich frag mal. Hallo? Ich hab mal ne Frage. Ist das dein neuer Helikopter? Nee, das ist der Black Hawk, der, was US Coast gerade vorher war. Achso, okay. Er kommt nicht in ein neuer Helikopter oder so? Hab ich ja mal gehört, ja. Hab ich ja mal gehört, ja. Oh, okay. Wie ist der wie neu, der Helikopter hier. Ich dachte schon, das wär der komplett neu. Es kommt noch irgendeiner. Der haut doch nochmal raus hier. Der Agent PvP. Ich lese jetzt aber von unten nach oben vor, Jungs und Mädels. Von oben nach unten wird vorgelesen. Äh, von unten nach oben. Von oben nach unten. Nee, von unten nach oben wird heute vorgelesen. So ist es. Was ist hier hinten los? Was ist denn hier los? Ach du, was ist denn hier los? Eieieiei, hier ist was los, Jungs und Mädels. Da ist aber ganz schön viel passiert. Geht zum Papier, Alter. Was meinst du? Da sind auch noch... Ui, das ist... Hier ist voll. Also, hier ist Full gerade. Oh, das ist wieder perfekt abgestellt, Jungs und Mädels. Perfekt. Die sind natürlich auch wieder perfekt abgestellt. Da wird einer abgeschleppt. Oh, nicht schlecht. Ich will schon mal, was die Leute machen. Ah, hier ist wir an diesem Spot. Da schau ich auch hin. Was machen die denn hier? Achso, der lacht sich gerade ab. Tschüssi. Aha. Der baut doch irgendwo an, oder nicht? Äh, hallo? Ist ich hier in der Nähe dieser... Ja, hier ist doch diese eine Berkspalte. Wo ich letztes Mal, äh, das Video gemacht habe. Wo ist denn die denn? Die ist hier hinten. Äh, dieser geheime Ort, den muss ich... Äh, zeige ich euch nochmal. Das ist so geil. Äh, nee, falsch. Ich muss hier rüber. Äh, hier. Hier war das. Denkt mir schon, es war doch weiter drüben. Das ist der Berg gegenüber. Hier oben ist er, genau hier. Schaut. So ein geiler Spot. Und so fies. Das könnte eine Admin-Höhle werden. Hier setzen wir uns hin. Ist das nicht geil? Also das ist schon geil. Ah, ist das schön. So. Ähm. Äh, procs, danke für den Euro. Er schreibt, moin, fein deine Videos. Übest. Und wann kann man sich hier auf dem Server bewerben? Wenn es soweit ist, einfach auf Instagram vorbeibuppeln. Äh, da kündige ich immer an, wenn was Neues ist. Also auf Instagram einfach vorbeischauen. Hm. Okay, Lerns, kennst du mich noch? Äh, hieß mal 1-7 Hundebande. Boah, weiß ich nicht. Gab so viele, die sich schon so benannt haben. Berser, bitte mal ein Gastauftritt von Touren, aka Army Organizing. Kenn ich leider gar nicht. Kenn ich leider nicht. Arno Drost, äh, Clip zur Begrüßung. Ente ist auf TikTok. Jörg P78, danke für einen Euro. Dann Nemodork ist auch wieder dabei. Danke für drei Euro. Leon, äh, Post, danke für den CD. Bin wieder da, bist der Beste. Mach weiter so. Dankeschön. Andon Clan, danke für das SIP-Werden. Der letzte Virus auch nochmal dabei. Wünsche dir noch einen echt angenehmen Stream und alles weiter. Oh, senden wir? Tatsächlich. Äh, Stream, dass alles weiter gut läuft. Schönen Abend noch. Dankeschön. Äh, Frechdachs, aber wie vor Homeland Razzia bei der Hochzeit. Ja, hat, Razzia war es ja Gott sei Dank nicht. Wollte die ja nicht stören. I'm Crazy Lounge, Leon Werner und Audio, abstrakt, danke für das SIP-Werden. Bogli. Kann man sich noch für einen SIP-Werden bewerben. Einfach auf real auf anderem.net vorbei. Ich weiß schon, wann die Beyond Star so offen ist. Paul Pyro, danke für 2 Euro. Und dann Christoph Krieg. Kannst du mich und meinen Bruder Stefan grüßen? Das ist mal Christoph und Stefan. So, äh, Paul Pyro, danke mir für 2 Euro. Danke mir für 2 Euro. Nochmal für 10 Euro. Laut jetzt 50 Mal raus. Der Dikabash ist auch wieder dabei. Gigi ist Liebe. Panzerfaust. Oh, ist das Crash. Gegen die Agustine ist schon geil. Aber weißt du was das Traurige ist? Dem geht es nicht so gut. Ich wollte eigentlich live Konzert gehen. Dann kam ja Corona-Mona. Leider. Ich hätte ihn sonst vielleicht live gesehen. Und, äh, dem geht es leider gar nicht gut. Äh, körperlich, gesundheitlich. Das ist traurig. Hi. Hallo, bitte. Ich, also der, ich kann, oben kommt, ich soll eh drücken, aber es passiert nichts. Also, sobald ich eh drücke, verschwindet es wieder. Du bist aber gerade, glaube ich, beim Helishop für die, äh, für die Polizei, glaube ich. Und für Rettungskräfte. Äh. Es gibt noch noch anderen, ähm. Also, ich weiß, dass der, was da hinten mal noch einer war. Bei mir steht, du hast keine Berechtigung. Steht das bei dir auch, wenn du drückst? Da steht gar nichts. Nee, komm mal zu mir. Weiter rüber zu mir. Komm mal zu mir. Also, und da als Drück sollte kommen, keine Berechtigung. Aber du siehst hier keinen, keinen, keinen Blip, ne? Ja, das war das, was mich gewundert hat, ja. Ja, weil das hier ist hier für Einsatzfahrt, äh, Einsatzhubschrauber und so. Das ist nicht für, für... Ich zeig dir, wo das ist. Warte. Mach mal auf die Kiste. Du musst, äh, Hubschrauber und Flugzeuge, da drüben kaufen. Ja, das ist rein für die... Sachen wie Polizei, Feuerwehr, Rettung. Wir haben da einen eigenen Laden. Und das hier ist der Laden für... die normalen Leute, für die normale Kundschaft. Ah, okay. Hier gibt es Zugschrauber und Flugzeuge. Genau. Jawohl. Da hier. Bitte. Das hat Babys gemacht. Hallo. Guten Tag. Also ich kam gerade hier an und das Auto war auf dem anderen Auto. Kann mal passieren. Zwar selten, aber passiert manchmal. Sehr selten. Hatten wir lange nicht mehr. Ja. Super. Jawohl. Das war's schon. Danke. Ciao. Ja, das kann ab und zu mal passieren, dass ein Fahrzeug ein Baby macht. Selten, aber es passiert trotzdem manchmal. Schau mal. Direkt zwei Einsätze hintereinander bekommen. Oh ja, das ist Maroky. Achso, warte mal. Aua. Au. Hallo. Guten Tag. Wie war die Hochzeit? Gut, danke. Ja, ich wurde nicht eingeladen. Ich war trotzdem dabei. Ich weiß es. Ich habe die Rose gegeben. Ich weiß es. Achso, woher weißt du das? Welches Geld? Welches Geld? Der Geldbündel, der was durch die Luft geflogen ist. Achso, ja natürlich. Natürlich, ja. Ja eben. Ich habe gezaubert auf deine Hochzeit. Ich weiß es. Hast du nicht gewusst, dass ich dich gebucht habe? Ich habe einen Zauber nochmal gebucht. Ja, echt? Ja. Dafür würde ich jetzt aber nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber Gedenkzettel kriegst du dafür. Ja, ich satteliere dann mal im Keller. Aber herzlichen Reizwunsch. Dankeschön. Danke. Warst du nicht mit jemand anderem zusammen erst? Ich? Hopplup. Nee, nee. Hopplup, hopplup. Weg ist er. Oh, die Ente. Ich hoffe, du lässt es hier drin. Das ist so lustig. Wenn du reinkommst, das Auto ist... Also, sollen wir es nochmal machen? Komm, wartet. Ich muss das nochmal machen. Einmal, ob ich mir das nochmal anschauen, wartet. So. So Leute, ich schaue mir das noch einmal an mit der Ente drin. Ich finde das so schön. Weißt du, du gehst zu mir, ich sehe es ins Autohaus. Möchtest ein Auto kaufen gehen. Ah, ich liebe es. Ich liebe es. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. So. Dankeschön an Lego Zock für 5 Euro mit Hashtag Lachflash. Perry, das schnabelt, ist auch dabei. Danke fürs Wippwerden. Ist nicht Perry, das schnabelt hier auch kurz auf dem Server? Wobei es gibt mehrere, die sich so nennen, ne? Wegen... Alter, hier ist was los. Bist du deppert. Hat sich da wirklich für ein Taxi gesnackt und es hat sich dann hier hingestellt? Gut, ich frage einfach gar nicht. Ja doch, das ist ein Job-Taxi. Der das dazu verwendet, um hier hinzukommen. Schauen wir mal, ob es registriert ist. Fahrzeug-Networking und... Ja, moin, der hat das echt einfach dazu benutzt, um hier hinzufahren, um sich ein Auto abzuholen. Er hat es hier einfach stehen gelassen. Leider ist nah verfolgbar, wer das gemacht hat. Leider. Würde mich sonst sehr brennend interessieren. Wenn man ein Job-Fahrzeug nimmt und sich das da hinstellt, dann lässt man es hier einfach stehen. Noch nicht da. Wisst ihr was, ich check das jetzt nochmal ab wegen dem Kennzeichen. Weil mich das jetzt mal selber interessiert, wenn ich jetzt ein Auto nimm. Ich hol mal schon ein Auto raus. Ah, wisst ihr was, ich hol bei der Versicherung meins raus. Jetzt habe ich eh so viele Autos drin. Ich habe, glaube ich, gar... Ja, komm. Hab ich irgendwo ein Nicht-Kennzeichen? Rufmord. Ich nehme mal den mit Rufmord hinten raus. Also, die meinten, man kann ins Kennzeichen noch ein Leerzeichen reinmachen. Ah, okay. Also, man kann... Schau mal, ich kann jetzt kein Leerzeichen reinmachen. Ich kann aber, wenn ich hier schon mal geschrieben habe, jetzt eins reinmachen. Da ist das Problem. Ja, ja, ja. Und hier kann ich auch noch eins reinmachen. Ich meine, hier... Ja, doch, das sollten wir auch... Ah, wobei, man sollte eins in der Mitte dürfen, aber nicht am Ende. Aber schau, die haben das gemacht. Du kannst am Ende auch... Ah, das ist das Problem vielleicht. Das ist halt... Wir müssen eine Abfrage einbauen. Wenn ein Leerzeichen am Ende ist, dann kannst du es nicht abschicken. Also, da hilft ein Ride-Access nicht für das. Das ist... Ja, ja. Ja, wisst ihr was? Da werden wir irgendwas einbauen, dass wir schauen, äh... Oder das automatisch am Anfang und am Ende wegnehmen. Weil die Leute schaffen es trotzdem, wenn sie dir was schreiben, dann am Ende ein Leerzeichen einbauen. Dann funktioniert das Fahrzeug nicht mehr. Das ist kaputt. Dann kriegt man sich nicht mehr aus der Garage raus. Also, Leerzeichen am Anfang, das macht mich die Datenbank kaputt. Und Leerzeichen am Ende geht halt nicht. Gut, dann weiß ich schon, wo wir anfangen können zu fixen. Oder das Problem ist. Gut, das Ding muss ich jetzt wieder irgendwo hinstellen. Super. Aber ich kann es einfach dv'n eigentlich. Ah, dv2 muss ich machen. Ich depp. dv2. Das Boot hat einfach eine Alarmanlage verbaut. Wie krass. Gut, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich sage, ich sage so, ja, der ist verbrannt. Nicht schlecht, die chillen am Beach. Die gönnen sich gerade richtig am Beach. Die gönnen sich gerade hart. Ja, also heute ist relativ... Also, ich würde sagen, wir beobachten jetzt eigentlich Leute. Weil jetzt habe ich keine Aufträge mehr. Dann sehe ich mir mal Blips aus. Ich werde einfach mal die Leute beobachten, würde ich mal behaupten. Oder? Was sagt ihr? Leute beobachten? Ja, nein, vielleicht. Was sagt der Chat? Gerade keine Aufträge. Ich dachte, heute kommt mehr rein. Also, es ist ja gut, wenn wer nicht reinkommt. Verstehe mich nicht falsch. Aber ich dachte, es kommt heute mehr rein. Ach, schauen wir mal. Christoph, danke nochmal für deine. Das habe ich vorgelesen. Nego, zeigt euch vorgelesen. Mogli, euch vorgelesen. Pauli. Das habe ich auch vorgelesen. Scuddy. Clown Helina. Das habe ich auch vorgelesen. Paul. Mach deine Hochzeit mal... Was flitzt an. Nein. Na, kurz geht doch mal raus an Pauli. Die ganze Zeit hier noch donated und VIP geworden. Auch der Brie ist auch nochmal VIP geworden. Leon Post, danke für den Euro. Der Brie einfach. Kannst du mich grüßen? Muss man den Brie? Ja, Leute. Wir gehen mal die Leute begutachten, was sie so alles machen. Ich meine, es sind so viele Leute online. Da werden wir sicher lustige Sachen sehen. Schauen wir mal. Celine. Zuschauen. Ah, das ist spannend. Schau, ein Hirsch ist da. Guck. Ein Hirsch. Oder würde ich so gerne zum Hirsch gerade machen. Aber ich lasse es lieber. Oder sonst irgendwas. Ach, das sind die neuen Rookies. Ah, stimmt. Wir haben jetzt so viele neue Rookies. Die werden gerade alle ausgebildet. Schau, der Hirsch. Jo, wir hirschten überhaupt in der Polizei. Wir hirschten doch. Das war der Positionsbutton. Das ist der Positionsbutton. Genau. Mit Shift einfügen. Äh, entfernen. So. Ach cool. Die werden gerade ausgebildet. Mit Shift einfügen macht. Ich glaube alle, die hier. Das sind jetzt alles. Ja, guck mal. Alle, die jetzt am Anfang sind. Die sind schon den ganzen Tag online. Okay, eher nicht. Aber die machen hier gerade Ausbildung. Gut, der sitzt am PC. Macht gerade Schreibtischarbeiten. Alleine für den Wagen feiere ich ihn schon mal. Schauen wir mal, was er macht. Schauen wir mal. Player Data. 30k auf der Bank. Dann hat er... Okay, auf jeden Fall nichts Illegales, wie es aussieht. Er macht nichts Illegales. Wow. Krass. Nimmert mich. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so der typische Anbauer. Hätte ich jetzt gedacht. Äh, da. Schauen wir mal. Ich glaube, der ist Anwalt, ne? Seht der sogar. Er fliegt dann. Oh, ja, lass das machen. Da freut er sich bestimmt. Auf jeden Fall. Oh, geil. Wie sehen die denn aus, Alter? 1 zu 7, das war. Das ist gerade richtig, ne? Äh, wo? Das Olli mit Stütze redet? Ich habe irgendwas gehört, dass bei 1 zu 7 ein neues Mädel dabei sein soll. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich weiß, ich weiß ja von dem RPA auch noch nichts. Bisschen noch, ein bisschen kirre. Mit dem Gutachten? Ne, das Anwärmungsverbot. Ach, da ist die Arme, die ich vorhin mitgenommen habe. Kann ich aber rauslassen. Na klar. Kann ich. Ich würde gerne schauen, ob irgendwer was Illegales oder so macht. Das würde mich unter einer Verfolgung oder irgendwie sowas. Das würde mich voll interessieren. Okay. Miss Undercover. Den Juwelier am CCTV. Da ist ja Ausbildung halt, ne? Machen. Hier macht niemand Illegales? Die 37 muss noch auf einen Mechaniker warten. Für ein Fahrzeug zum Absteppen. Wird ein Fahrzeug abgeschleppt. Eine illegale Sache wird hier gerade gemacht, Leute. Eine illegale Sache. Ein Fahrzeug wieder abgeschleppt. Oh, was ist hier los? Ja, ich weiß. Das habe ich schon geirrt, ja. Das hat die Lugier jetzt hier mal zu Ende. Aber ich muss jetzt auflegen, ich muss nämlich weitermachen. Ich habe die Lugier. Ach, Französisch. Und wir fähren. Und bitte pass auf die Lugier. Das ist Französischer, der Lugier. Ah, sieh, bitte, bitte, schreibe mir noch was auf. Was ist denn los? Was ist dein Problem? Ja, verandlung, ja? Aber du bist so ein Goldschall. Ja, das Ding ist, dass PD das verkackt hat. Oh, oh. Hate über das PD. Das Ding ist halt, das Problem ist halt allerdings, dass ich jetzt halt tatsächlich so lange bis nächste Woche danke fürs Auflegen. Aber es hat's auch so. Oh, Entschuldigung, ihr wollt denn niemanden in den Schub sind? Ach, alles gut. Alles gut, alles gut. Alla, Jungs. Smoky, was macht er? Ah, er ist in seinem Haus, schau. Smoky ist in seinem Haus. Guck, guck, guck. So, wir rumsmokin. Schön, aber einen schönen Pulli hat er an, der Smoky, gell? Einen schönen Pulli hat er an. Wunderschön. Ich kann leider nicht erkennen, mit welchem Fass... Ja, Ollis, das haben wir schon gesehen, das ist am Hauptplatz, der Chilter. Die machen alle... Was macht Andl? Ich hätte gedacht... Das ist doch nicht Andl. Doch. Seit wann legt Andl Hand an ihm? Ähm, 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 äh, was? Was? Nein. Andl legt einmal Hand an hier im, 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 im Mechanikerzentrum. Das gibt's doch gar nicht. Das erste Mal, dass ich das sehe in meinem ganzen Leben, Bruder. Das erste Mal, dass ich das sehe, dass er mal als Mechaniker tätig ist. Das ist ja krank. Ten four. Gut. Okay. Okay. Oh, hier geht's jetzt ab, Leute. Hier geht's jetzt ab. Ja. Warte, wer ist denn das hier drin? André? Irgendein Killer? Warte, wie heißt der? Äh, Bad Killer. Ich schau mal, ob ich Bad Killer finde. Ich geh dir mal schnell hinten auf die Dächer, ne? Hier geht's jetzt nicht los, Leute. Hier ist jetzt was los. Jawohl, das wollte ich sehen. Ich schick dir gleich noch einen. Dieser, dieser Killer sucht gerade. Wo ist er denn? Na, wo ist der da drin? Gehst du mal mit, äh, deinem Kollegen die Dächer ab? Jawohl. Das erwartet ihr. Ja, hier guck ich mal. Ich soll mal zuschauen. Guck mal, hier geht's jetzt ab. Ja, endlich Action, Jungs und Mädels. Ein Juve wird grad gemacht. Ja, ich kann zugucken. Perfekt. Da sind wir dabei, oder? Das ist, das ist jetzt Action. Action ist da. Und Polizei, weißt du, das ist für dich cool. Hast du dein Auto eigentlich abgeschlossen? Die hauen nicht ab, die sind hier mit der Geisel drin, die nehmen alles mit. Das gefällt mir. Ja, das mein ich nicht. Das ist schon mal sehr gut. Ich mag das nicht, wenn man einfach reingeht, zwei Sachen mitnehmen oder mit der abhaut. Die nehmen hier alles auseinander. Die sind nur zu zweit aber, ne? Ah, Küsschen ab und ziehen. No, geil. Gut, da schauen wir jetzt zu, Leute. Das ist, das ist interessant. Ja, mach mal nichts zu wissen. Ich will die Chantal hören. Zeig mir die Chantal. Geil. Ich muss mal ganz kurz verhandeln. Servus. Hallo. Guten Tag. Ich gehe mal ganz kurz aus dem Funk. Ich bin mal kurz aus dem Funk, ich verstehe sonst kein Wort. So, jetzt aber. Okay. Guten Tag. Ich hab's. Sie haben zwei Geiseln, wie ich sehe. Ja. Okay. Könnte ich mit beiden Arten sprechen? Ja, klar. Moment. Ich hol jeweils immer einen nach vorne. Alles klar. Machen wir so. Eine Kino-Ansicht. Wie geil. Kann ich ohne Block mit den Kuscheln? Nö, ne? Ne. Dann machen wir das mal anders. Warte, 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 ich mach das. Ich ziel sonst einfach auf die ist ja wohl schon. Ja, oder so. Also ich, ich... Der im weißen T-Shirt bitte einmal mitkommen. Natürlich. Und dann müssen einmal kurz hinter mir bleiben, sonst kriegst du eine Kugel. So. So, weiter kommen wir jetzt. Hallo. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Schau mal, da hinten versteckt sich ein Kopf. Äh, hier sind Optionen entsprechend, ähm. Okay. Sie sind nicht verletzt oder so? Nein, nein. Ihnen wurde nichts angetan? Nein, nein. Also ich muss sagen, äh, recht freundliche Geiselnehmer. Okay. Oh, der ist ja rechts hinten. Seht ihr das? Uiuiuiui. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich krieg zu essen, ich krieg zu trinken. Ich, äh, krieg's aber noch zwischendurch. Mein Joke ist ganz angenehm. Ich sag mal, für eine Geiselnahme ist das wirklich angenehm. Okay. Alles klar. Gut, wir werden alles, was in unserer Macht Stehende tun, sie da sicher rauszuholen, okay? Danke schön. Dann hol ich mal den nächsten. So, einmal bitte in der Mitte. Natürlich. So, sehr gut. Und deren Stelle aufpassen, dass die keine Nagelbinder liegen vorne, ne? Weil da die... Du bleibst bitte. Du bleibst bitte auch hinter mir stehen. Mir ist sehr nah am Auto dran, da vorne. Guck. Sehr nah am Auto. So, guten Tag, der Herr. Hallo, mein Name ist Gunther Muda, mir geht's ganz gut. Okay, Ihnen geht's auch gut, Sie sind nicht verletzt? Ihnen wurde nichts angetan? Okay, sehr gut. Okay, Sie werden auch soweit ganz gut versorgt? Genau. Okay, perfekt. Also auch nochmal für Sie, wir werden alles, was in unserer Macht Stehende tun, sie da sicher rauszuholen, okay? Ja. Okay. Dann falten Sie sich ruhig und bekommen Sie deren Anweisung, dann... Schau mal hier, zwei Kopf, sehen Sie die? Die sind da stehen? Okay. Kannst du wieder in der Mitte gehen? Fies. So. Sie haben, denke ich, mal Forderungen? Ja, eigentlich nur eine einzige. Okay. Wir wollen keine Nagelbänder und eine Fähre verfolgen. Ich bin jetzt mit der Fahrzeugaufteilung. Okay. Gut, dann kläre ich das mal eben mit den Kollegen ab und meld mich gleich bei Ihnen, okay? Mhm. Gut. Der Kino-Mod ist ja richtig nice, wenn er so zugucken kann. Gefällt mir. Anthony hat vorhin gefragt, hey, wann kommt wieder 1 zu 7? Kennst du mich noch? Ich denke mal morgen. Ich habe eine Frage zum Thema Chop-Char. Ja, na gut, aber das ist, äh, kein, will ich ja hier ablehnen. Weil das sind keine, äh, ganz, ganz, ganz schlimmen Sachen, die kann man in Discord-Fragen, Chop-Fragen an sich. Mal zum Thema Chop-Char, ja, das ist eine Discord-Frage. Du gruschelst nachher mit einem, Fluffan? Das ist nichts, was ich jetzt direkt machen kann. Du zählst nicht? Jetzt bin ich aber gespannt, wie die das machen, ob die da wegkommen. Ja, trotzdem irgendwann... Jetzt bin ich gespannt, wie die das machen. Leute, holt euch eure Chips, das wird jetzt sicher lustig, zum Zugucken. Die Verfolgung sagt, das ist das Geilste. Sind aber einige, die hier rumrennen. So, Dustin, danke für 1,07 Cent, Dustin. Und Lord Crusader ist auch wieder dabei, am Donnerstag-Antrag. See you nice, Herr Pixie, liebe, Xur, liebe PS, mal erstes Spiel. Kurz geht raus in Lord... Nee, kann doch nicht die Erste sein, ich kenne dich ja. Crusader, Lord Crusader. Kurz für Sie, Ihre Forderung nehmen wir so an. Wir setzen alles um und gehen kurz im Moment, okay? Ja, ja, alles gut, mach dir in Ruhe. Okay, danke schön. Voll nett, schau, geht doch. Ich mach das mal zu des Fensters, wenn wir mehr sehen können. Doch, doch. Ja, doch, das werden sie. Meistens machen sie das. Wir tun auf meistens. Also, ich sag mal, ich sag mal so, es soll ja für alle angenehm sein. Ja, aber wie gesagt, nur meistens halten die sich darin. Ich sag mal, im Endeffekt, die Comps möchten heile nach Hause. Die Geiselnehmer möchten heile nach Hause. Ich bin gespannt, wie die das machen, weil die fahren jetzt mit dem Auto. Die fahren zu zweit in meinem Auto. Das wird jetzt... Die müssen echt gut fahren können, wenn die zu zweit... Da sind auf jeden Fall weg hier. Zehn Minuten, Viertelstunde. Ah, Honda Civic kommt noch dazu. Honda Civic und einige BMWs. Ha? Aha. Ach nee, die Polizei. Honda Civic und BMWs. Ja, ist aber relativ fair, wenn die jetzt da mitfahren. Frage, ist es ein Highspeed-Unit da? Also, wir sind soweit bereit. Sie kommen, wenn es für sie okay ist. Ich bleib hier auf der Seite stehen. Das heißt, sie können rauskommen, sie geben mir die Geiseln, können einsteigen und fahren. Alles klar, machen wir so dann. Geister. Perfekt. So, wenn keine Highspeed-Unit da ist, ist alles okay. Okay, das ist alles legit gespielt. So, ich mach euch jetzt dir hier erstmal Kabelbinder drum. Ja, mach ich bei dir jedenfalls. Dann nehme ich dir jetzt hier die Handschalen ab, weil du hast immer noch Kabelbinder. Das ist richtig. Machen alles gut. Tatsächlich auch für dich. Jawohl. Wir sind jetzt ein bisschen. Ja, aber... Sind Sie schon bereit? Ja. So, wir gehen dann jetzt raus. Ich hoffe, Sie haben jedenfalls ein Auto-Kontroll. Ja, ja, alles cool. Ich mach das auch nicht zum ersten Mal. Äh, jetzt ist es los, Alter. Jetzt bin ich gespannt, was die machen. So, die zwei geht jetzt schon rüber zu dem Herrn, sobald mein Fahrer im Auto sitzt. Ja, natürlich. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend. Und... Gleichfalls... Also, das ist mal Fair Play hier, wirklich. Die haben keine Nagelbinder gelegt. Die haben hier... Die haben nicht weggetasert direkt und so. Also, das ist schon gut gemacht. Doch, doch. Ich glaube, ihre 5. Fair Play. Aber sowas will ich sehen, dass die Leute einfach fair spielen miteinander. Das ist... Ist auch ein fairer... Faires Auto, um abzuhauen, ne? Ich bin ganz ehrlich. Ich bin nervös. Ja, der hat es auch schon ewig nicht mehr einen. Aber jetzt gerade ist nur noch der Civic hinter uns. Und da landen sehe ich nicht. Ich sehe gerade halt wirklich nur den Civic. Ich auch nur. Also, schlecht sind sie nicht. Noch ganz entspannt, ohne Stress. Okay, mach ich auch. Ja, Smokey fliegt gleich mit, guck. Smokey ist auch gleich dabei. Ich bin nervös, weil ich schlafe ewig nicht mehr. Ja, komm, du warst auch schon länger nicht mehr. Fluchtfahrer, ne? Hm. Das ist ja schon in die ganze Zeit. Oh, jetzt der andere holt ein. Okay, zwei Wagen. Jetzt wird es lustig, Leute. Jetzt wird es lustig. Ich kann ihn so mitgucken. Jetzt halt. Aber der Sound ist geil von der Kiste. Geil, fällt mir. Der Civic denkt hinter uns, und der andere ist finometrautig. Ich habe mal eine Frage, habt ihr noch Nagelbänder? Schade. Schau mal bitte unten. Weißt du, wie Smokey mitfliegt? Der könnte sich jederzeit so dranhängen, nicht? So viel angenehmer, anstatt da immer mitzufliegen. Dieser Blow-Off-Sound, aber sowas von geil. Immer noch nur zwei. Ja, ja, ja. Aber das ist der Weg unter anderem. Feier ich auch. Wie geht es hinter uns? Hm. War doch klar, oder? Ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt machen, ne? Weil die hängen doch schon am Poppuss sind, die zwei. Okay. Dann kannst du es gucken. Alter. Da müssen jetzt fahrtechnisch echt ein Skill hinlegen. Hm. Also, sie fahren, ich muss sagen, sie fahren nicht schlecht. Die fahren gut. Aber die müssen fahrtechnisch irgendwas hinlegen, dass sie die zwei hinten loswerden. Die müssen irgendwie, weil die fahren hier viel zu viel auf diesen normalen Straßen lang. Die müssen viel mehr so Ecken und so ran lang fahren. Also so links, rechts und so kleine Ecken, wie hier zum Beispiel rechts abbiegen. Das machen sie nicht, das ist schlecht. Da kommen sie sehr schwer weg, weil auf Hauptstraßen kommen sie nicht weg. Auf Hauptstraßen werden die never weggekommen. Weil die müssen drauf achten, dass die hinten irgendwann Fehler bauen. Weil die sind gleich schnell. Also, wenn ich die wäre, würde ich in so Seitengassen überall rumfahren. Weil auf Hauptstraßen wirst du nicht los. Okay, das ist die Seite, Gasten. Das ist schon mal sehr gut. Also, so kannst du... Da siehst du, der hat sich jetzt verfahren, der eine BMW. Habt ihr gerade gesehen, wie easy das eigentlich ist? Ja, bitte. Der eine hat sich gerade verfahren. Einer ist schon wieder weg. Wie gesagt, viel Seitengassen fahren. Jawohl. Wir sind gerade ein bisschen beschäftigt. Ja, jetzt machen sie es richtig. Rein in die Seitengasse und dann probieren, über jede Ecke und Kante abzubiegen. Weil irgendwann macht der hinten einen Fehler beim Abbiegen. Ja, wir wussten nicht, ob du dir noch brauchst. Aber ich kann ihn nachher gerne nochmal ausmachen. Es ist die Technik, Leute. Es ist die Technik. Evituell. Oh, da fahren sie aber ganz schön viel rein. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Die machen ein Auto kaputt. Ich melde mich nicht mehr mehr, wenn ich mehr Setup. Außer, ich habe ein D-Stick und sehe das anders als die. Aber ich sehe es gerade sowas. Ah, nee, das ist nicht gut. Uiuiui, da können sie jetzt eingebaut werden. Uiuiui, knappe Sache. Soll ich nochmal rein, dass ich mich nicht machen? Mach das doch nicht von links. Ja, von links. Jetzt bist du hier und jetzt hast du hier. Ja, genau. Jetzt fahr hier durch. Nein, Sackgasse. Uiui. Ja, quetsch dich durch, quetsch dich durch. Komm, 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 komm. Ja. Okay, lass du wegfass durch. Oh, er fährt mit zu übrig. Ui. Komm, 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 komm. Also, ich fiel mal so mit. Zieh holst du. Und rein. Ja, jetzt hat sie. Ja, das ist schlecht. Fahr doch niemals den vorne hin. Also, ich bezweifle, dass die das noch schaffen, aber, ähm, die müssen viel, viel mehr gezielter diese Seitengassen. Das ist wieder Hauptstraße. Ich wär hinten geblieben und hätt noch mal im Gangviertel noch mal langgefahren. Und wisst ihr, was ein geiler Spot ist? Alles hier unten. Guck mal hier. Diese ganzen Seitengassen. Das ist das Beste hier unten. Hier fahren. Beste. Was war das? War da ein Auto? Ich hab keinen gesehen, ehrlich gesagt. Ich hab auch gesehen. Alter, ich hoffe, die schaffen das. Fahrt dann nach unten und fahrt in Seitengassen. Ich kann nur sagen, was ich grad denke, Leute. Ich hoffe, so sind die kommen weg, weil die waren so fair alle. Also, es ist eigentlich egal, wer gewinnt. Beide Seiten haben gerade übelst fair gespielt von dem, was das. Aber ich würd's denen jetzt mal gönnen. Vor allem, weil ich gehört hab, die sind schon lange nicht mehr Flucht gefahren. Beziehungsweise meine Bodycam nicht anmachen. Das selbe Problem wärs letzte Mal. Ja, ja. Ich glaub, die braucht doch gar keine Bodycam. Ich hab alles. Ich hab alles schön am Laufen. So, eins, zwei... Schau mal. Die beiden zwei, die die ganze Zeit hinter uns hängen, die hängen ja immer hinter uns. Die fahren wieder Hauptstraße. Das ist... Warum fahrt man, wofür Hauptstraße? Das verstehe ich nicht. Das ist korrekt. Und er weiß, wie du fährst. Ich denke mal, er denkt sich schon so ein Teil, weil er denkt sich wahrscheinlich auch von deiner Fahrweise, dass du das bist, weil da fahren ja nicht so viele durch. Ui. Ja, von der Fahrweise. Ui. Jetzt muss ich mal was einfallen lassen, Bruder. Geht doch gut. Ja, jetzt hab ich auch kurz. Jetzt sag ich kurz vor Orbi. Einen vor Orbi, Bruder. Was machen die denn jetzt? Ja, komm. Ich hab ganz kurz belastend gefunden. Die Seitengassen... Die Seitengassen... Die Seitengassen... Fahrt doch rein, Mensch. Überall. Ich bin schon immer schon reinfahren, die ganze Zeit. Ey, ich kann nur mitfiebern, das ist ganz schlimm. Jetzt fahren die wieder auf der Hauptstraße. Warum? Ihr seht doch, es funktioniert nicht. Fahrt doch nicht auf der Hauptstraße. Bitte biegt in die Seitengassen. Ja, der macht seinen Job gut. Also wenn die jetzt auf der Autobahn abfahren, dann raste ich hier nur komplett aus. Seitengassen. Seitengassen. Oh, ich hab ein bisschen Textures. Das erste Mal im Leben, dass ich mal ein bisschen Textures hab. Aber ich glaub, das liegt an dem F9-Menü, wo ich grad drinnen bin. Wenn ich rauskiss, ist das, glaub ich, wieder weg. Ich kann's immer probieren. So, oh, oh, schau mal, wo ich bin. Ja, ich glaub, das... So, jetzt aber. So, wo waren wir denn? Wie hieß die normalerweise mit B? Bienchen? Bienen? Biene. Mit Doppel-I. Deshalb. Ganz wichtig, mit Doppel-I. Irgendwann bei dem Menü hängt sich mal alles auf. Gehen, oder? Wohl, eigentlich, weiß ich nicht. Eigentlich sind wir hier zusammen drin, also kommen wir auch zusammen raus, oder wir verkacken zusammen, ist wurscht. Wie du möchtest. Wie fahren? Warum fahren sie Hauptstraße? Ey, sowas versteh ich nicht. Ja, aber da kommen wir hier zusammen raus, oder gar nicht. Wisst ihr, was die nämlich grad machen, wenn du nur Hauptstraße fährst, köderst du die ganzen Autos. Jetzt kriegen sie immer mehr. Jetzt haben sie schon drei, vier Autos drin. Haben wir die Kohle nicht, also von daher alles cool. Guck mal, sind die Textures bei mir wieder normal. Das ist, wenn du so immer die ganze Zeit im Spectate-Modus drin bist, soll man nicht. Also, dann sind immer die Texturen weg. Einmal Spectate raus und wieder rein, dann geht's wieder. Ich frage mich, warum das so ist, ist halt so. Jetzt habe ich mich gerade dafür entschlossen, ihn hier nicht alleine zu lassen. Er ist mich wieder zu weit weg. Ich glaube, das ist, weil mein Pet-Model weiter hinten steht. Ich glaube, ich muss weiter an die ran, und dann ist das wieder normal. Wartet mal. Wir fahren gerade vor Kopf weg. Ich geh mal hier eh. Pass mal auf, weil ich da oben stehe, ich glaube, ich muss an die Ding und dann wieder näher ran, weil sonst macht er das weg. Bin mir aber nicht ganz sicher. Was wieder normal ist. Ich kann's mir eh mal gucken. Ich will die Verfolgung weiter angucken. Sollen wir mal zu dem Spot hin. Wo war ich denn gerade hier unten? An der Bank. Kommt halt von so vielen Zugucken, glaube ich. Darf man nicht zu lange machen? Nö, jetzt ist wieder normal. Guck. Ja, ich muss immer in der Nähe stehen mit dem Model. Das ist die Kacke. Sonst sieht das so immer so ein bisschen bescheuert aus. So jetzt aber. Verstehe ich aber auch nicht, weil eigentlich die Peter mich immer mit mit den Leuten. So, jetzt aber. Jetzt ist wieder alles normal. Zwingt mir jetzt gegengeknallt. Zwingt mir jetzt vor Unfall. Okay, jetzt bin ich da. Hat sich aber schnell wieder gefangen. Ja, dumm. Boah, alter, Freddy. Schallert den Fuhi raus. Freddy, du Kanone. Ich seh immer noch. Gus geht raus, hat Freddy das Kanönchen. Für den Fuhi. Gus bin ich geliebt. Na, Fred, what? Wieder am Start. Ja, jetzt fahren die wieder in die Richtung. Ja gut, egal. Ich lasse es einfach. Ich schaue einfach zum Scheiß drauf. Also soll ich die ganze Zeit hinterher... Wobei, ich könnte hinterher fliegen. Dann sehe ich alles normal. Jetzt fahren die wieder da lang. Aber jetzt bauen die hier vor... Ja, natürlich. Die sind das jetzt schon gewohnt. Jetzt fährt er nochmal hier lang und dann steht hier sicher ein Auto vorne. Ja, guck, da steht er schon. Ich sag doch. Oder? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte schon. Ich dachte schon, die checken das. Aber ey, die müssen jetzt echt wegkommen. Die machen dann wieder auch mal denselben Fehler hier durch. Das würde ich nicht machen. Das Auto wird kaputt. Das ist doch gleich komplett Schrott, das Ding. Ui. Wecker. Wie der Evo aussieht. Wie der Evo aussieht, ist nicht schlecht. Der raucht doch gleich. Das Töhrt mich aber hart gerade. Das Töhrt mich echt hart richtig gerade. Ich werde schon wieder links gefahren. Jetzt waren sie wieder auf der Hauptstraße. Also ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Jetzt hat er da Kopflose noch rein auf Ehrenbrüder-Basis. Aber weißt du was? Ich schaue so mit. Ich tp mich hin. Ich schaue so mit. Ich will, dass meine Texturen da haben. Ich habe keinen Bock drauf, dass die mal unloaden hinten. So was Töhrt mich hart, wenn ich dann zugucke und dann... Ups, schaue weg. Ich schaue so mit. Ah nee, Hauptplatz crash. Nein. Ah gut, Hauptplatz gecrasht. Perfekt. Zu schnell hin, Tepet. Das habe ich mir jetzt richtig regelrecht verdient. Und ich wollte nur zugucken. Hätte ich das nicht gemacht. Aber ich schaue, dass ich da rein schaue. Ich will das nicht verpassen. Und genau jetzt crash ich mein Game weg. Immer dann, wenn es spannend ist. Immer dann. Nein. Aber ich connecte gleich. Leute, ich bin in zwei Sekunden wieder drauf. Das Geile ist, der auf Erdelo connectet man relativ schnell. Bin schon wieder am Connecten. Das ist auch geil. 5M lädt so schnell rein. Wenn ihr denkt, wenn ihr GTA Online oder GTA Singleplayer vergleicht, wie lange das braucht, bis man in den Lobby kommt oder bis das Spiel gestartet ist. Schau mal, ich lade schon in den Server rein. Wie schnell das geht, bitte. Dieser Unterschied einfach. 5M beste, Bruder. Bei Rage ist es ja auch so. Bei Rage MP brauchst du auch gefühlt so wie bei GTA Online, bis du mal reinschauen kannst. Aber bin gleich wieder drin, Leute. Gleich haben wir es geschafft. Aber ich hoffe, ich komme noch hin. Ich hoffe, die fahren noch mit dem Auto. Ich will das nicht verpassen jetzt. Genau das schlechteste Timing jetzt weg zu crashen, Bruder. Das schlechteste Timing einfach. Kannst ja da mal Donis lesen, aber ich bin gleich wieder drin. 100%. Preloading Collisions. Und rein in die Olga. Mach bitte, mach schneller, Bruder. Bitte, bitte, bitte. Bitte tun Sie mir den Gefallen und laden Sie rein. Awaiting Scripts. So. Jetzt kann ich mich da hinten pehen. Oh ja, die Verfolgung läuft noch, Leute. Ja, sie läuft noch. Nimm's. Ja, sie läuft noch. Wir sind noch dabei, Jungs. Hey, wie viel Sprit haben die denn bitte in dem Waden? Ne, jetzt. Also, no joke. Die müssen ja Sprit ohne Ende haben. Also, eins, zwei Polizeiautos. Drei sind hinterher. Vier. Vier Polizeiautos haben sie am Poppes. Aber sie fahren wieder Hauptstraße. Das ist nicht gut, Leute. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Da kommt ihr nicht weg. Ich kann's nicht nachvollziehen. Jetzt fahren sie aufs Land raus. Auf dem Land ist es immer schwieriger wegzukommen, wenn hinten Polizei dran ist. Das ist... Ja, jetzt fahren sie Autobahn. Ja, gut. Das ist... Also, jetzt und jetzt Autobahn fahren haben sie... Ja, gut. Also, ich glaube, sie schaffen es nicht mehr, Leute. Jetzt fahren sie auf der Autobahn. Jetzt ist es fast unmöglich, dass die das noch überleben. Aber schauen wir mal. Oh, die steigen um. Die steigen um. Was? Bei der Verkehrskontrolle. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Oh, die bauen den einen, die bauen den einen, die bauen den einen. Oh, jetzt haben sie schwer. Jetzt ist aus. Jetzt ist aus. Jetzt ist aus. Jetzt kommt die kommen da nicht raus. Die kommen da nicht raus. Jetzt ist aus, Leute. Also, wenn die sich dann noch... Ui, 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 ui. Okay, okay, okay. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's aber los hier. Ich glaub's nicht. Die haben das Fahrzeug geswitcht. Da war grad eine Verkehrskontrolle mit dem Wagen und genau jetzt holen sie sich den. Ich glaub's nicht. Wie geil ist das denn, Alter? Wie geil... Ist besser als jedes Fußballmatch, Leute. Das kann mir sagen, was ihr wollt. Das ist besser als jedes Fußballmatch, so was zu sehen. Das ist ja mal krank. Komplett random stand da jemand an der Polizeikontrolle und die klauen das Ding einfach. Ich komm gar nicht hinterher, so schnell fahren die gerade. Ich komm nicht hinterher, Leute. Ich glaub, die kommen jetzt auch nicht hinterher. Ah, jetzt, jetzt, jetzt fangen die sich, ja? Ist das geil. Ich dachte nämlich, jetzt ist es aus. Also, wo die da eingebaut worden sind, aber die haben sich rausgekämpft. Mit allen Mitteln haben sie es noch probiert. Aber es sind immer noch... Ja, Polizei, okay, Polizei driftet. Aber jetzt könnten sie wegkommen. Also, das, das hab ich auch nicht gesehen, dass bei einer Polizeikontrolle... Oh, 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 oh. Nicht schwer vor Unfallen, bitte jetzt. Jetzt bitte keinen schweren Unfall bauen. Weil dann ist alles aus. Boah, ich will, ich will gar nicht wissen, was die gerade da drin für einen Puls haben. Aber die sind gleich weg, die sind gleich weg. Guck, die flüchten. Die kommen weg. Die kommen weg. Die kommen einfach weg. Ich glaub es nicht, sie haben es geschafft. Ey, das war aber krass jetzt gerade. Das war jetzt, das war jetzt aber gut gemacht. Guck, die sind weggekommen. Die sind einfach weggekommen. Ja, komplett weggekommen. Auf Ehrenbruder-Basis. Also, da muss ich sagen, ich hab jetzt ernsthaft gedacht, das wird nix mehr. Aber sind wir uns ehrlich, hätten die jetzt den Wagen hier nicht geklaut. Mitten auf, auf, auf dem Highway, wo der... Ich muss jetzt mal gucken, was der Typ jetzt gemacht hat, da auf dem Highway. Die kommen jetzt... Also, da kommen die nicht mehr drauf, wo die jetzt gerade sind. Die sind abgerissen, ja. Die kommen... Also, ich muss jetzt mal zum Highway gucken, was da gerade los ist. Der Typ in der Kontrolle hat einfach sein Auto gerade verloren. Guck. Guck mal, wie das Auto jetzt steht. Kompletter, total Schaden, das Teil. Guck, es raucht schon halb, oder? Nee. Ah, nee, rauchen jetzt noch nicht, aber... Ding ist gleich leer. Jetzt wird ja festgenommen. Ah, über dieser Funk. Nee, geil. Einfach nur geil. Also, da 10 von 10 Punkten. Das haben die gut hinbekommen. So sind die jetzt hin mit dem Ding. Fliegen... Ich glaube, die fliegen jetzt, ne? Also, oder sie... sie fahren mit dem Auto weg. Ich weiß es nicht. Ich mach mal. Ich schau mal, wo die hin ist. So. Ah, die verstecken sich da hinten. Krass. Alter. Die sind da am ganzen Körper. Guck, wie die sich da verstecken. Aber da kommt eh keiner. Also, wenn da die jetzt verfindet, ist unmöglich. Sind gut gefahren, doch. Das... Also, von Fahrkünsten her war das okay, aber ich... Ich muss auch sagen, der hat, glaube ich, auch richtig Lack des Todes. Richtig hart Lack gehabt. Aber gönne ich den. Gönne ich den wirklich. Das war... Einer schreibt, das war geplant. Weißt du, was ich mir gerade denke? Ähm... Dass der Typ ist, an der Autobahn, der stand ja... Der wurde ja davor angehalten. Der stand ja rechts. Also, ich weiß nicht, ob das so krass geplant war. Der wurde ja von der Polizei angehalten, der musste was gemacht haben. Und dass ich den genau dann, dort in die Richtung fand... Ich meine, ich könnte mir nur so vorstellen, dass die vielleicht durchgefunkt haben und gefragt haben, hat welcher ein Auto parat? Das ist der Sound, auf der Spende. Das könnte ich mir nur so vorstellen. Kein Problem, ich bin jetzt da. Ähm... Der Evo muss da einmal auf den Stepphof bitten. Alles klar. Oh, schon, auch ein Unfall. Also, was hier Unfälle passieren? Sollten wir vielleicht mal eine 100er Begrenzung hier machen? Da fahren die eh mit 50.000 Sachen durch. Gut, da haben wir jetzt wieder ein bisschen gesehen, was hier die Leute so machen. Geil. Gefällt mir. Oh, schau mal, hier ist auch cool. Kann man da eigentlich irgendwie... Ach doch, hier kann man legit rein. Guck. Das kennt auch keiner den Spot hier, ne? Geheimer Spot an sich. Ach, das wäre auch so ein Spot, da könntest du gut wegkommen, wenn du, ähm... in der Polizei verfolgt wirst. Wenn wir mal den Westen anziehen. Das wäre ein cooler Spot dafür. Doch, doch. Gut, ich schau mal, was die Leute machen. Frag doch bei denen nach, ne, warum haben die gut gemacht. Sonst denken die noch, sie haben eine Regel gebrochen oder so. Das will ich ja, ich will denen keinen Schock verursachen. Am Hauptplatz, oder? Ach, das ist, äh... Das ist, äh... Das hat sich leider an, man. Was? Das ist, äh... Es gibt noch viele Ländertreffen am Parkplatz da vorne, oder? Warum habe ich diese scheiß Brille an? Das ist, äh, was auch zu dir. Da ist immer Parry das Schnabeltier gewesen. Oder kann man die Waffen selber testen mal, irgendwo im Wald? Das können wir machen, gerne. Okay, Asimgesprächung beim Ding. Nicht, aber... Festes, aber ich weiß, was du meinst. Oh, ich wollte mir selber zuschauen, aber wohl. Freude auf die Fahnen. Wir sind verunfallt. Im Einsatz? Das will ja auch spannend gehen. Äh, in die Hills. In die Hills, über dem alten FD. Kein Sichtkontakt. Die waren das so nicht. Da flüchtet gerade irgendjemand. So, gucken wir, wo sich denn da passiert. Kann man den was helfen? Kann man den was helfen, Jungs? Ähm, ich hab... Jetzt hätte ich jetzt Zugang gesehen, was hier los ist. Alles gut. Alles gut, gerne. Ich esse es. Dann brauchen wir mit dem Fahrzeug ansteigen. Ja. Hä? Die werden das gewesen sein. Doch, doch. Die sind nämlich über den Hillsgeld abgerissen. Kissen. Kommt schon rein. Der hat dort, als hier. Was? Oh, schau, der macht ja seine Fahrstunden. Guck mal dem mal zu, wie er seine Fahrstunden macht, oder? Der Herr John Smith. Ich glaube, was Besseres kannst du nicht heute Abend aussuchen, hier. Als jemand, der sich gerade hier in sein schönes Auto gesetzt hat und gerade seine schönen Fahrstunden absolviert. LONU. Ah, okay. Den hat es überschlagen. Schön, alles da. Oh, schau. Der Schäppi. Seid mal, Leute. Nee, die. Hat es gehört? Wie gesagt, hat es gehört? Ich weiß nicht. Gut, der hat es gehört. Immerhin hat er es gehört. Gut, viel Spaß. Oh, Bacella. Oder im Graben liegen lassen. Und seitdem ist er eine Versicherung. Die haben gesagt, hey, wann wollen Sie Ihren Anhänger abholen? Wie? Kaufen. Ja. Können Sie verscherbeln. Warte mal, gibt es da so ein... Aber Anhänger echt Much. Much. Alles Much. Alles Much. Mit den großen... Für den LKW geht es tatsächlich. Ja? Ja. Ich habe eine Idee, Leute. Ab und zu immer nur das Problem gab, wenn man ihn abgestellt hat, in die Mine. und dann irgendwann wieder losgefahren ist, dass der Hänger sich in deinen Augen irgendwie abgekoppelt hat, was er irgendwie aber doch nicht war und dann immer neben dem LKW hinterher gefahren ist, du ihn aber auch nicht mehr abkoppeln konntest. Ja, genau. Deswegen habe ich mir das dann immer angewöhnt, wenn ich die Mine fahre, den Hänger da abzustellen und die Zugmaschine daneben. Heißt du gerade so ein Soundeffekt? Wie heißt denn sowas? Aber das hat man auch öfters irgendwie so gehabt. Also nicht nur an der Mine. Airplane. Sondern einfach generell. Meistens. Ding Soundeffekt, das suche ich. Aber echt, du kommst damit nirgendwo mehr lang wegen diesem Scheißhänger der immer nebenher gefahren. Ja, ja. Ich habe den LKW. Pass auf. Deswegen fahre ich auch nie wieder mit Anhängen. Ob bin ich lange? Der kleine Toni möchte bitte von der Ikea-Spielhalle abgeholt werden. Nee, kleine Toni, bitte von der Spielhalle abgeholt werden. Doch, das ist schön. Oh, ich werde gerufen. Ich muss zur Spielhalle. Seit wann habt ihr ne Durchsage bei euch in der Pizzerie. Der da oben ist so ein Mikro. Ja, ist ja geil. Das ist nicht mehr geil. Ich habe keine Toni, es gibt zwei, es gibt mehrere Tonys hier, ne? Warte, den muss ich jetzt aber wiederholen, du. Ich war auf die nächste Durchsage geworden. Genau. Der kleine Jarrack bitte zur Information. Ich denke mir, so was war denn das gerade hier? Bum, bum. Ich dachte auch gerade. Der kleine Toni Promodori. So, bitte von der Spielhalle abgeholt werden. Ich wiederhole, der kleine Toni Promodori. Dankeschön. Ach ja, und die Mutter vom kleinen Jarrack. So, Jungs, gute Nacht. Ich muss zur Spielhalle. Ich muss da jemanden abholen. Einen kleinen Toni Promodori muss ich da irgendwie abholen. Oh, ich will mit dir. Ich will ins Bälle-Bahn. In ins Bälle-Bahn. Ich glaube, Spielhalle ist Casino, oder? Oh, geil. Kann sein. Würde ich auch denken, Jo. Ja, dann ab ins Casino. Darian schreibt. Total unlustig. Gehen wir ins Casino? Bruder, ich glaube bloß recht. Leute, der Stream ist für heute beendet. Sorry, aber ich glaube, ich bin heute einfach komplett unlustig. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ich bin wieder da. So, gut. Dann machen wir mal weiter, oder? Ich hoffe, er hat abgeschalten. Hat er jetzt abgeschalten? Ich hoffe, er hat einfach abgeschalten, Leute, oder? Ich glaube, der hat jetzt einfach das Fenster zugemacht und dachte so, ach, wenn er offline geht, dann gehe ich. So, wir sind wieder back, Leute. Also, wen schauen wir noch durch? War nur ein Choke, Leute. War nur ein Choke. Alles gut. Gut, er hat sich gerade sicher ausgemacht. Er hat sich einfach ausgedreht. Er hat sich einfach gerade gedacht, Bruder, ich mach mal aus. Ich mach mal aus, Brudi. So, nee, wir machen... Natürlich machen wir weiter, aber hallo. Aber hallo. Das muss ich sowas nicht den Tag verderben. So. Gut, Badkiller. Ach, das war doch der vorhin... Ah, nee, das war nicht der. Ich dachte nämlich zuerst, das wäre der gewesen. Du warst jetzt... Nein, Leute, bei mir doch nicht. So. Da wurde ich jetzt so oft als Geisel genommen. Der Prank des Jahrhunderts. Ah, shit, und ich hab keine Waffe dabei. So. Ich glaube, da wäre ich mal die ein oder andere weggeprankt. Das weiß ich. Bei mir leider auch nicht. Ich schneide, dass ich einfach alles schließen kann, gell? Ja, ist okay. Das ist Skill, Leute. Ich hab gerade 50.000 Tasten auf einmal gedrückt. Moskau geputzt aus. Das ist auch schön, ne? Oh, nee, da recke ich ab, glaube ich, wenn ich hier unten bin, oder? Recke ich da nicht ab? Da hab ich immer Angst, dass ich abrecke. Ich hab nur ein Auto gesehen, also nur ein Cop-Auto. Too broke. Eigentlich könnten wir uns den einpacken, was? Das war deine Stimme immer sehr bassig. Das hat man schon rausgehört. Sehr bassig? Sehr bassig und irgendwie auch so leiser. Das ist das an der Stelle. Ja, ich meine, das sind... Die zwei Stimmen, da kamen wir überhaupt nicht vergleichen. Ja. Ach so. Ja, überhaupt nicht. Die Stimme. Ah, Polizei. Gut. Ah, schau, wer da was gefunden hat. Das Kennzeichen ist angebracht. Wenn ein Kennzeichen angebracht ist, oder ihr das lesen konntet, dann gibt der eine das mal durch und der andere kontrolliert das mal bitte im System. Kennzeichen ist R-Li-Leerzeichen 259. Also R-Li-Leerzeichen 259. Ich glaube, der kann mal funken. Er sagt dann einfach R1 meldet den roten Peugeot jetzt durch, verliebt und durchfahren Richtung East Highway. West Highway. Oh, Schlingel. West Highway. 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 Ich wende, ähm Echo. Ich würde mich eigentlich gerne zugucken, was der... Gut, ich sag mal nix dazu, ich hab nix gesehen. Ich will nix sagen, ne, aber wenn das Auto daneben steht, ist es sehr auffällig, wenn ein Helikopter drüber fliegt. Ist das ein schlauer US-Marschützer? Oh, warte! Der Captain hat gerade gesagt, der hat zuerst auch gemeldet. Oh, ich hab gedacht, da gibt's Beef gerade. Hätte ich auf den ersten Blick so angehört, das hätte ich jetzt gerne mitgehört. Ich liebe es, wie sich heute Beef und ich zuhören darf. Das Problem, ich kann nicht schon mal fliegen jetzt gleichzeitig, das ist nur so ein bisschen... Okay, ich glaub, da haben wir jemanden gerade in der Privatsphäre gestört. Gut. Hab ich nix gesehen, Jungs und Mädels, da war nix gesehen gerade. Wir waren nie da. Wir haben nix gesehen. Nur ein Mann auf der Toilette. The doing is business. Nee, ich meine, wenn ich jetzt überhaupt keine Munition mehr hab, wie ich dann... So, dann gehen sie zur Ammonation und können sich dort einmal Munition... Ja, das stimmt. Seid ihr recht. Da drüber abbauen. Ja, alles gut. Na ja, gut. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Okay. Ja, das ist mal... Okay, ich hab nix gesehen an dieser Stelle. Ich hab nix gesehen, Jungs und Mädels. Nix gesehen. Alles gut. Einfach so, es hat man nie was gesehen. Es ist ja nie was da gewesen. Die Zeit war bei einem 20.000. Ich möchte keine Privatsphäre hier irgendwie brechen. Besessen wir aber... Ja. Schau grad's Crime. Voll ja scheiß. Na dann. Gute Nacht euch. Na, Alf, was auch da? Da waren richtig schön viele Leute, ne? Krass, also am Anfang brauchst du ja noch so ein bisschen Mauer, aber dann kam ja noch mal so ein Riesenschwung. Ich hab ja auch mit Miller diskutiert. Was, wegen den Rookies oder was? Na, wegen dem Dienst... Die Leute, die alle weg waren, aber ich hab halt gedacht, die sind alle bei der Hochzeit, am Ende waren sie aber nicht mal dort. Die waren einfach nicht da. Ja, ich hab keinen Plan. Und das hat mich halt wieder ein bisschen irritiert. Ich hab halt dann gesagt, ja, gut, ich hab da noch gedacht, ja, Hochzeit, bla 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 und bla bla bla. Aber die waren ja nicht bei der Hochzeit. Ich dachte, die waren bei der Hochzeit. Was? Als das drin stand, da war das ja noch gar nicht... Ja, das war komplett komisch. Ich war ein bisschen irritiert, zu wenig Leute, dass überhaupt da waren von unten. Aber Polizei war kurz auf Null heute. Die 104. Leute da waren oder so. Matari, oder? Ja, richtig. Ich dachte auch, die wären alle bei der Hochzeit. Ich bin so froh, dass ich nicht in der helles Haut gesteckt bin gestern. Mhm. Das können wir alles mit hören. Da haben wir es mit seinen spontanen Ideen, Alter. Das war echt spontan. Da wird ganz schön drüber gefahren gerade. Ich komm im Dienst vorhin. Ach, ist das schön hier zuzuhören. Ich hab gar nicht mehr eine Zeit. Ach, der Herr Harris. Ich komm runter und seh ihn. Und Skippo schon mal mitfahren, wie ich guck. Guck mir einfach daneben, steht auf Ehre. Und er guckt einfach mit. Und hört sich mal alles auf. Ich muss dann auch mal nochmal mit Commander sprechen, weil ich versteh nicht. Mich regt schon wieder auf, was dein Funken. Ich meine, ich habe mich erinnert. Aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Ich habe irgendwann mal eine Anweisung gegeben, dass sobald ein Einsatz läuft, der bitte auf einen anderen Kanal wechseln soll. Ja, stimmt. Bei mir hat es mich schon gestört. Ja, das stimmt. Aber da ist es auch nicht gemacht worden. Naja, stimmt. Aber da gab es eigentlich eine Operation 1, die das mal koordinieren kann. Gab es ja wenigstens vorher. Ja. Ja. Ich finde es einfach nur so geil, dass Skippo einfach daneben steht und komplett nichts macht. Er steht einfach nur hier. Beste Kollege. Kann er noch nachvollziehen, ne? Wenn das jetzt sowas ist wie mit dem Pflanzen-Zone. Aber bei einem Juwelier weiß ich es halt schon vorher. Ja, sicher. Aber wie gesagt, also ich meine, da war noch eine Operation 1 im Dienst, die halt dann mal gucken muss und sagen muss, okay. Ja. Na gut, die diskutieren gerade über den Funk. So, nicht, dass wir da wieder irgendwelche Sachen sehen, wenn ich sehen dürfe. Ja, und wir haben uns Überweise. Ich gebe ihnen halt nur diese eine Chance, weil wenn ich sie jetzt halt mitnehme und die mitbringe, dann gibt es die Chance halt nicht mehr. Wie gesagt, machen sie, was sie wollen. Mir ist das relativ pups. Dann nehmen wir sie mit. Ich nehme ihn mit. Jo. Perfekt. Brauchst du mich noch, oder? Weil dann würde ich meine Bodycam schon bereit machen dann. Für die Gerichtsakte. Gerne. Den haben wir ganz schön lange gebraucht da jetzt gerade. Boah, keine Misere. Scheiße. Aha, guck. In einem Casino. Das macht Herr Hobbs. Der Hobbs ist nicht mehr drauf. Warte hier! Da müsst ihr genau schauen. Hier haben wir neulich auch 20 Pflanzen gefunden. Ja. Da sind Pflanzen. Unten äh, zwischen den Bäumen. Wo? Genau hinter uns. Zwischen diesen drei Bäumen, ja. Die auf einem Haufen sind. Ah, da gab Pflanzen gefunden. Guck. Was hast denn du für Augen? Ich finde das gerade echt, ne? Ich weiß nicht. Ja, hinter uns. Da sind... Hier unten auf der Straße zum Baum. Und dann... Da links von uns jetzt. Da müsste man sie sehen. Ja, da sieht man sie. Ja, da sieht man sie. Ja. Air One made it. Nächster Plantage gefunden. Standort kommt. Standort hab ich geschickt. Ja, ich dachte immer, ich hab schlechte Augen. Nice. Dann beobachten wir mal so ein bisschen aus der Topfrand. Na hier, nett grüne Spur. Da kommen wir an. Ich hab hier fleißige Rookies, die gute Augen haben hier. Hallo? Und die haben guten Ausbilder. Jetzt beobachten wir... Beobachten wir, ob da sich irgendeine Person versteckt vielleicht. Das ist quasi direkt an der Straße. Das ist angenehm zum gucken. In so einer Kreuzung. Dann könntet ihr dann... Ich hab mal was zu trinken, Leute. Dann bin ich wieder da. Lass mich grad schon was zu trinken holen. Wir sehen uns in zwei Sekunden. Was ist jetzt am Kamp? Edward Eleven. So positiv. Bing ten. In one. Das ist ja negativ. Das ist ja negativ. Süß. Hat mir ein rotes Ullgrad geholt. Das handelt sich ja auch nur geringe Menge. Also ich denke mal nicht mehr als ein bisschen stück oder so. Ah geil. So. Ah lecker. Ey was zu trinken. Ich hatte nämlich nichts mehr. Ich hatte gar nichts mehr zu trinken. Das ist immer schlimm. Livestream ohne trinken. Ähm. So. Lass mich noch alles hier vorlesen, Leute. Bin nämlich hier gleich durch mit den Donis heute. Krass, krass. Cooler Zocker. Servus geiler Stream. Wollte mal fragen, warum mein Account im Forum entsperrt. Äh. Achso. Wann mein Account im Forum entsperrt wird. Ich weiß nichts von der Entsperrung. Also wenn einer gesperrt ist, dann meistens weil der Kaki gebaut hat. Wenn der Account im Forum einen Doppelaccount hat oder sowas. Dann werden die gesperrt automatisch. Oder doppelt. Oder kopierte Bewerbung. Was? Was das? Ach stimmt. Ich glaub da war mal was. Ja, ja. Ähm. Eigentlich sollte man sich dann vielleicht. Äh. Also wir müssten mal die gesperrte Account vielleicht mal löschen. Aber ich, ich muss schauen wie wir das machen. Mach mal ruhig ins Fortschalten kurz raus. So dankeschön an äh. Pauli nochmal. Manuel Rost. Hochzeit dann mit weißer Kutsche und weißen Pferden. Cool. Achso ne. Da kann man mit 15, was kann man als 15 jähriger ein Kind spielen verleihen. Ja. Man muss ja nur 16 sein. Man muss ja nur 16 sein. Mindestalter an der Straßenrand parkt. Wenn wir jetzt, äh. Das ist ja 20 Meter vorfährst. Das ist ja so ein Flussbett. Ich spiele auch hier zum Hügel. Wir stehen entlang und auf der linken Hand hast du drei große Bäume. Und zwischen diesen Bäumen sind diese Pflanzen. Dankeschön an äh Line High. Du könntest antragbar standen so die Feuerwehr einweilen und äh sagen hier brennt und ja ich weiß nicht ob das so gut ist oder? Nur mal romantisch finde ich es jetzt nicht. Erstens zum einen Satz und dann sowas. Da an der Kurve. An den Rost das war früher bei dir äh erst gestreamt und nach dem streamen Talk und Discord mit dir. Boah das ist ganz früher so. Ich glaube ab und zu haben wir das mal gemacht ne. Ähm wenn ihr die Scheinwerfer nochmal ausmacht geht nur mal in die Kamera rein. Ah schau mal da unten warten die. Das ist halt Polizeiarbeit dass wir grad sehen können was die machen. Krass krass krass. Aber lange darf die Air One nicht mehr oben bleiben. Die darf 30 Minuten oben bleiben. Ja das war die Wachlauf da hoch. Auf der linken Hand sind drei Bäume. So 20 Meter einfach nur Hochstiefeln. Ja schau mal ein bisschen mit. Das ist interessant was die machen. Das ist ja interessant. Er war ein Rekt ab erstmal. Äh Pauli haben wir vorgelesen. Wir sind doch. Ega Fabian dank für SIP werden. Manel Redscar. Kannst du mal schauen was die Spieler so machen. Ja machen wir gleich. Jetzt gerade aber auch von der Stunde. Wir waren am ersten Tag. Jürgen Puska. Gibt es eigentlich News vom Taxi-Job? Müsste einfach einen Taxi-Camp anstellen. Ja klar kann er erzählen. Nein also wir müssen da mal die Sachen umsetzen. Ähm. Und ich überlege das mal für die Taxifahrer so einen neuen Taxi-Counter reinmachen. Zum Beispiel einer kann links gucken. Einer kann rechts gucken. Also dieser Kilometer-Zähler. Da darf ich einen neuen reinmachen. Da muss ich aber noch schauen wie ich mich da genau reinmache. Weil jetzt sind wir sich ganz zufrieden. Äh. Die Aufgabenverteilung gut gemeistert. Nenn ich es jetzt einfach mal. Luki meine Familie ist sehr musikalisch. Meine Schwester ist schon. Ja. Oh Gott kann ich nicht vorlesen Brüder. Alter. Eier. Da kommt er mit ganz heftigen Chokes. Pauli. Dankeschön für den Euro. Flumaro. Das ist an der Vorhinein mit 1 in 7. Ich bin's da Flo. Moin. Wünsche dir noch einen guten Abend. ist leider schon schlafen in der halbe Stunde oder Luft bleiben. Stresst Gamer. Dankeschön, Stresst Gamer für eure Videos mit einem Stift, wo man mit Lenkrad spielen kann. Dafür ist der RP aber nicht ausgelegt. So eine Lenkrad-Mod ist auch nicht so einfach zum Laufen zu kriegen. Und das ist meistens von Single Player. Und ich finde es jetzt auch nicht. Also ich glaube, von 100 Spielern spielt einer dann mit dem Lenkrad auf Ergo. Also zahlt sich nicht wirklich aus, sowas zu machen. Die Kampfhase. Mein 20. Geburtstag, nach ein paar Tagen IC, wieder mal was für dich. Grüße wieder. Eckenberger, schon wieder ist Eckenberger. Der Kampfhase. Andi. Moin, kannst du mich schon meinen Freund grüßen bitte? Grüß mal Andi und den Freund. Ich weiß nicht, wie der Freund Heiser hat, den Freund von Einglis. Rost Rockstar Games eher eine Milliarde als eine Million unternehmen. Ja stimmt, Milliarden unternehmen. Weißt du was das krasse bei Rockstar ist? Die kriegen ja Unterstützung noch, obwohl die so viel Einnahmen haben. Die sind ja in England stationiert. Also es gibt ja eine Studie in England. Das ist das Hauptstudium. Da kommt ja Rockstar Games eigentlich auch her. Und die bekommen tatsächlich in England noch eine zusätzliche Förderung, dass die irgendwie keine Steuern zahlen müssen oder so. Da gibt es so eine Ausnahme für Firmen, die für das Land was machen. Also die im Land groß geworden sind, wo sie sind. Und dann zahlen sie kaum Steuern oder sowas. Richtig krass. Wo ich mal so denke, so Millionen unternehmen und dann zahlen sie kaum Steuern. Aber gut, man muss eh sagen, die meisten großen Firmen sind so in großen Steueroasen. Da darf man eh nichts sagen, gell. Wenn ich immer dran denke, was ich Steuern abdrücke oder was so die Leute so insgesamt... Weißt du, wenn du jetzt keine riesen Firma bist, eigenständig einen Beruf hast, also so eigenständig deinen Beruf ausrufst als Unternehmer, dann ist das echt krass, was du an Steuern zahlen musst, was andere nicht müssen. So große Firmen. Die großen Firmen zahlen dann insgesamt... Also prozenttechnisch weniger Steuern als eine einzelne Person. Das finde ich so hart unfair. Weißt du, Alter, so. Darf man nie vergessen. Ikea zahlt bis heute nicht richtig die Steuern. Ganz schlimm. Aber Leute, das ist die Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Die Leute, die viel Geld haben, die müssen weniger zahlen. Es ist wirklich so. Je mehr Geld du hast, desto weniger zahlst du. Prozenttechnisch natürlich, prozenttechnisch meine ich. Weil die sich alle in solche Gebiete verziehen, wo sie nichts zahlen müssen. Wo weit des Sees... Ey, erstmal auf Madeira ausreisen, gell? Das wär's. Freddy schreibt, wenn ich meinen Lohnzettel gucken könnte, könnte ich wollen. Ach ja, das ist auch nicht schön. Warum derzeit mit den ganzen Preisen, es zeigt alles nach oben und die... Wie sagst du, ist euch schon mal aufgefallen, dass alles nach oben steigt, aber irgendwie die Gehälter werden auch nicht besser angepasst. Außer vielleicht bei den Politikern, aber die machen das halt. Politiker können sich selber das anpassen. Ein bisschen genauer hinschauen. Ne, das find ich schon krass, derzeit. So ein bisschen tricky zu erkennen. Wieso sind da drei Lichter? Ich glaub, weil drei Leute die steuern können. Ich bin grad grad sicher. Ich bin grad hier rüber und guckt mal unter euch. Da sind so kleine Pflanzen. Sieht grad aus wie so ein UFO. Er wohnt. Die fliegen grad über die ganzen Probenfelder drüber, geil. Admiral Tequila, was sagt ein großer Stift zum kleinen Stift? Wachst mal Stift, der ist aber auch schon alt, ne? Er wurde direkt bei dem Flaschen gesichert. Er wurde direkt bei dem Flaschen gesichert. Wir sind zu viert im Heli und können das bezeugen. Lord Crusader ist meine Zeitespende. Du bist das erste. Hab ich überhaupt was spendet? Ich dachte, du hast schon öfters gespendet. No shit. Der Name kam mir so bekannt vor. Lord Crusader, warum kenn ich den Namen irgendwo her? Komisch. Aber vielen Dank an dich. Tim Herrmann. Hallo. Ich bin der größte Fan. Kannst du mich bitte grüßen? Kannst du meine Voten zeigen? Nur ganz kurz, Bruder. Aber Dankeschön. Tim Herrmann. Ja, aber wir haben ja gestört, ne? Ja, aber wir haben ja gestört, ne? Ja, aber wir haben ja gestört, ne? Wann kommt Sven Rumpel wieder? Weiß ich noch nicht. Wann wird es voll zu weit ist. Das Auto ein bisschen hin und her bewegt und man versucht sich wahrscheinlich noch zu verstecken bei uns. Schau, ich bin grad der Pilot. Guck. Wey. Kommt der Pilot? Kommt der Flugpilot? Ja, klar. Da wird mich zum Beispiel eigentlich schon diese Spalte. Da tun sie öfters an, oder? Also Freddy, weißt du, aber Freddy, warum hau es noch 50 Euro raus, wegen Wohnzetteln nicht so gut ist. Wenn ihr dann wie halbieter das Geld, dann spenden wir nicht so viel. Freddy haut immer wieder was raus, auch nicht nur bei mir, glaube ich, auch bei Andu. Da baue ich immer an, hier unten. Das ist mein Spot. Da fliegen sie auch schon drüber. Da habe ich ein paar Mal schon angebaut und bin gut durchgekommen, mit der Location. Und hier unten, Alter, hier wird immer angebaut. Ja, bist du deppert, hier auf einem Obseratom, hier drin. Äh, Obseratom, sag ich schon, in dem Ding hier meine ich. Er hat nichts angebaut. Häufigens wird, Mission Road. Na gut, dachte, es ist ein bisschen mehr Action hier drin, aber schauen wir mal, was andere macht. Jawohl, einen Moment. Ja, funktioniert. Angetuned wirklich Autos auf, ich glaube es nicht. Also krass, krass. Er ist der Mann meiner Träume, ich weiß es nur noch nicht. Er ist der Mann meiner Träume. Ah, Schießplatz. Er hat voll vergessen, dass hier ein Schießplatz ist. Stimmt, da hat er mal hingemacht. Da darfst du schießen, so viel du willst. Oh, Polizei auf dem Schreife. 1,07. Anscheinend haben die 1,07 einen guten Spot gesucht zum Anbauen, die haben sie nicht gefunden. Das ist sehr gut. Kuss geht raus in meine 1,07. Ach, schau, das sind doch die, die hier angebaut haben. Guck, die verstecken sich. Die verstecken sich. Ich glaube es nicht. Wie süß. Das sind die, die sie aufgeflogen haben. Die sie gefunden haben. Mit Hitchiwabchitchi verhaftet ist das so ein Kopf, ne? Guckt der hier oben? Ah, ne, die sind ja alle mit. Das ist kein Kopf. Also, jetzt ist ja keine Polizei. Da ist jetzt schon längst hier irgendwas. Oder ist das ein Kopf? Warte mal gucken. Entschuldigung, mal. Player-Data, ob ein Polizeiausweis dabei steckt. Okay, ich glaube, das ist kein Kopf. Ne, den Sachen, die da drin sind, glaube ich, das nicht. Inventory, Aceton, Bier. Nee, das ist kein Kopf, glaube ich. Ah, doch, das ist ein Kopf. Das ist ein Kopf. Ach so, das sind, ja, deshalb. Die ganzen Sachen, die sind konfisziert. Das ist einfach ein Kopf, der wartet hier, bis er rauskommt. Wie fies. Alter, wie fies. Das ist ein Kopf, da oben. Und der wartet jetzt. Und schau mal, hier unten, die zwei, die da unten sind, Das sind die, die angebaut haben. Und die haben sich da jetzt versteckt. Und er, er dreht den Spieß um. Er versteckt sie selber. Ja gut, das ist cool. Das gefällt mir. Das ist, sieht man auch nicht alle Tage sowas. Das sieht man auch nicht alle Tage. Dass sich ein Kopf versteckt und die anderen, also, weißt du, die anderen verstecken sich direkt davor. Wunderschön. Genau so gefällt mir das. So muss das. So muss das und nicht anders. Oh, R1. Ja, R1's down. Ähm, ja, du bekommst... Was machen die? Äh, jetzt bin ich verwirrt, was die machen. Machen die einen fetten Abtransport anscheinend. Transportieren die irgendwas. Will nicht wissen, was die transportieren. Äh, was im Spinn... Äh, der ist leer, oder? Ah, die transportieren irgendwas. Er erzählt gerade noch, er hat doch auch die Leute im Parkhaus dran. Ja, aber die drei Hände, die sind down. Ja, doch, ich glaube, ich habe schon mal einiges heißen. Aber meins, das muss ich euch nicht doppelt und dreifach zeigen. Ich dachte, ihr kennt den vielleicht noch gar nicht in einem Ort. Aber den habe ich schon mal im Stream, glaube ich, irgendjemandem gezeigt. Das ist in seinem Haus oben drin. Auto, 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 Auto. Oh, 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 oh. Mann. Der, der, der mit dem Fahrrad auf der Autobahn, Ich erlauben es mal nicht, er weiß schon, dass der im Casino. Okay. So, macht keiner mehr was Illegals? Oh, gibt es eine Verfolgung, oder so? Nee. Der Arme hat keine Arme mehr bekommen, Kuske draus. Du sagst, sie ist worden, bist zu alt. Oder baut wer an? Das ist nicht der Spot? Ah ne, das ist nicht der Spot. Ich dachte, das ist der selbst Spot, den wir immer angebaut haben. Was ist hier los? Ja, warum sind die da nicht im Krankenhaus? Deswegen, da komm ich da halt runter und schau mal, wenn sich da sonst keiner drum kümmert. Ich mein, wenn man sagt, man hat im Krankenhaus so viel zu tun, dann wäre das eigentlich nur die eigentliche Aufgabe, um nicht hier Verbrechensbekämpfung als Arzt zu machen, oder? Ja, sie brauchen mir wohl nicht meine Arbeit zu erklären, oder? Bief, ja. Ja. Der Baby, ich liebe es. Wenn Sie Bock das haben, dann können Sie sich gerne da oben reinstellen, dann will die mal wissen, wie es in der da oben drin geht. Und vor allem, wenn ihr da vorher mal nicht die Fetzen um die Ohren pflegen, okay? Ich hab einen Bruder gehabt, der war da oben, also was wollen denn von mir? Ja, wenn Sie einen Bruder gehabt haben, dann können Sie sich da oben ja gerne mal persönlich reinstellen. Also ich weiß nicht, wie Sie das finden, aber da oben ist das scheiße laut, außerdem beschweren sich die Patienten. Nichtsdestotrotz ist es nicht Ihr Job, hier auf Verbrecherjagd zu gehen. Und das ist nicht Ihr Job, mich zu belehren, was ich hier zu tun und was ich zu lassen hab? Ja. Da red ich mit Ihnen auch keine Worte drüber oder diskutieren? Ach, aber Sie dürfen auch Verbrechensjagd gehen, während ich die nicht belehren darf, oder was? Aber wie gesagt, dass es hier auch Verbrechensjagd geht? Ja, was möchte ich denn in die Wacken ein? Wann sind wir eigentlich per Du? Das musst du ja anders sein, oder? Dann gehen dein Krankenhaus und verarzte Leute, wenn du eben sagst, das Krankenhaus ist voll, du Affe. Oh, du Affe. Also wirklich? Was soll das denn hier? Das soll das sein, oder? Ne, was soll das denn? Bist du Arzt oder bist du Polizist? Du warst auf der Sunny-Schule und nicht auf der Polizeischule. Punkt 1, seit wann sind wir per Du? Und Punkt 2? Seit jetzt sind wir per Du. Hast du ein Problem damit? Ne, wir sind definitiv nicht per Du. Und Punkt 2? Ja, dann sieht's mich. Ist mir scheißegal. Und Punkt... Ich sitz sie schon die ganze Zeit, ich hab sie nie getötet. Ja, dann mach weiter. Das ist genau das, worauf ich stehen. Ja, aber warum rufen Sie denn nicht die Polizei an, wenn die da oben im Krankenhaus stehen? Das haben wir doch gemacht. Was glauben Sie denn, warum die Polizei hier grad steht? Ich kann nicht sagen, was passiert ist. Der Herr Marsch, der hat's da mit den Feuerwerkskörpern rumgeschossen. Der eine Polizei sagt sich oben, ja, ja. Im Krankenhaus scheppert's natürlich durch, weil ist ja übelst laut am Auto. Ja, das geht doch dich nix an. Ja, das geht mich nicht sehr wohl was an. Ja, das geht sie überhaupt nicht an. Kennen Sie das bitte regelmäßig? Ich hab keinen Bock mit den Typen da weiter zu diskutieren. Ja, richtig. Weil du merkst, du verlierst. Weil du merkst, du kommst nicht weiter, ne? Oh, das ist aber eine sehr schlechte Argumentation. Ja, dann geh in dein Krankenhaus, wo der Herr kommt und der Arzt und Leute. Und hör auf, hier auf Polizeijagd zu gehen, Junge. Was stimmt denn nicht mit dir? Bist du Polizist? Nein, bist du nicht. Erstmal reden. Lass sie mir überhaupt nicht sagen, dass sie mich da mal verstanden haben, okay? Was soll denn so was? Du bist Arzt und kein Polizist? Haben wir uns da verstanden, jetzt? Was willst du von mir? Willst du mich anprollen, oder was? Willst du's n Dicken machen, mal die Kopse da stehen, oder wie? Nö, ich mach auch so n Dicken vorhin, das ist mir scheißegal. Ja, und dann mach weiter. Wenn sie jeder Meinung sind, sie müssen mich hier so anfassen, da ist mir das scheißegal, ob die Polizei daneben versteht oder ob die Polizei daneben versteht. Obwohl du Arzt bist. Das interessiert mich an Scheißdreck. Ja, siehste, genau das wär ne schöne Nummer für ne Zivilklage. Weil wenn dich das für Scheißdreck interessiert, dass du hier Sachen machst, die du nicht machen darfst. Eine Zivilklage, weil sie mich hier beleidigen, das ist eine ganz lustige Geschichte, oder? Ah, was verdrehst du hier alles, Junge? Du gehst auf Verbrecherjagd. Haben sie mich gerade Affe genannt, oder haben sie mich gerade nicht Affe genannt? Du bist kein Polizist und gehst dir auf Verbrecherjagd. Und jetzt fängst du an, die Krümel zu kacken. Ich bin hier nicht auf Verbrecherjagd gegangen, ich bin hier hingefahren, weil's da oben drin scheißlaut ist. Du bist auf die Jagd gegangen, du standst eben da hinten in einer Kreuzung und hast noch gesagt, Oh, da fahr ich jetzt hin, das klär ich jetzt. Wer bist du Supermann, oder was? Ich hab gesagt, ich fahr dort jetzt hin und schnapp mit denen und dann rufe ich die Polizei. Hast du einen Sani-Lob am Himmel gesehen, dass du hingeeilt bist, oder wie? So, ich darf jetzt. Nö, aber ich hab da Feuerwerk am Himmel gesehen. Ich mein, ich weiß nicht, ob das hier Problem ist oder mein Problem. Ja, komm, 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 komm. Junge, 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 du bist Arzt und kein Polizist, Alter. Mett. Ich bin mal gespannt, was er rauskommt. Ja, was geht los. Der, wer der Herr mit den grünen Haaren, der hat dir da unten ein bisschen Rambatsamba gemacht. Mittlerweile, ach nee, ist der weg, oder ist der nicht weg, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der hier ein wenig Rambatsamba gemacht und hat hier mit seiner Feuerwerksgedönstert ständig rumgeschossen und das nicht erst seit 5 Minuten. Ja, ich weiß, ich hab's gehört. Genau, im Krankenhaus fliegt uns oben die Decke auf den Kopf. Ich bin hier runtergefahren und oben im Krankenhaus standen zwei Pediler. Ich hab dort dann mir gedacht, ich fahr jetzt selber runter, weil da kein Schwein dorthin gefahren ist. Und ich davor schon mal hier unten gewesen bin und keiner zu sehen gewesen ist. Dann hat er weitergeschossen und bin hier wieder runtergefahren. Dann hab ich gesehen, woher das kommt. Dann wollte ich mir den Herrn schnappen, wollte mit dem Quatschen runterkommen. Kann ich aber auch verstehen, ist ja Lärmbelästigung, was er gemacht hat. Er hat die ganze Zeit rumgeschossen mit seinem Feuerwerk. Er spielt sich hier als, äh, möchte gern, äh... Freddy, ich liebe es. Ja, ich auch. Ich feier's, wie sich der Doc aufregt. Ich feier das. Ja, der ist mittlerweile abkommt. Mit diesem österreichischen Akzent dazu. Ich liebe es. Ja, weiß auch nicht, wer's gewesen ist. Moment. Das sind die Österreicher mit so einem Slang. Hallo? Jo. Ja, wir sind da. Ja, wir sind da. Ja, wir sind da. Ja, wir sind da. Ja, die Kollegen sind schon vor Ort. 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 Ja, danke. Jo. Okay, perfekt. Ciao. Ja. Also, ganz ehrlich, wenn ich da oben im Krankenhaus arbeiten müsste und der Shepard die ganze Zeit diese blöden Raketen durch, würde ich auch runterfahren und fragen, ob sie mit dem Hirn geschissen haben. Hahaha. Also, ich kann den... Also, ich bin auch auf der Seite des Team Docs. Ja, der hat gesagt, der soll's lassen und er hau ist und dann... Ja, das kann ich komplett nachvollziehen, oder? Ja, weil er hier die dicken Eier markieren muss und provozieren muss bis zum Umfallen. Und er selber nicht lassen kann. Das ist genau derselbe Typ, der sich hier hingestellt hat. Ganz dick und fett. Ah, wir, das Kartell! Wir machen hier fette Filmvorführung und wir hauen uns voll auf die Schnauze! Statt da ganz fetter hinten am Aufplatz, der das letzte Mal wurde. Ah, geil! Ganz dick und fett haben sich da aufgestellt. Und alle zusammen richtig fett geprahlt und dicke Eier gezeigt. Oh, nee, ich kann nicht mehr. Und dann stellt er sich da so hin. Ja, aber jetzt ist da... Jetzt... Da vorne steht jetzt gerade wieder WarnerMaker. Die sind einfach diese Imitation gerade. Ja, das ist ja, glaube ich, gewesen. Oh, ist das schön! Das ist, das ist, das ist RP auf Hüsten, wo was ich hier gerade... Oh, ja, da steht da vorne wieder. Das ist richtig Krantler, HRP. Richtig Krant, Dic, Alter. Die Kamera muss so dämlich sein. Kannst du mir das erklären? Nein. Nein, da... Ah, ist das schön, Alter. Ich muss unbedingt schauen, was der da redet. Das Marsch. Also ohne witzige Typen. Sag einmal, ich kann ihn doch bestimmte Hausverbot ausstellen, solange der keinen medizinischen Notfall hat, oder? Ja, komm mit. Ach, ist das schön. Ja, warte mal. Warte mal, zwei Neckantel. Wie ihr ihn bitte nachgeeifert habt. Auf Ehren oder Basis. Weiß ich nicht, ich war nicht da. Ich bin da zugelaufen und dann ist der Arzt schon hier vorne an den Treppen gewesen wohl. Ja. Ich glaube, das hat sich jetzt gerade geklärt hier. Um erst mal rauszufinden, wer das überhaupt war. Ob ihr das zufällig gesehen habt. Wie siehst du sein? Ich war da an der Kreuzung und hab nur das Feuerwerk gesehen. Dann sind Erik und ich hier hingelaufen. Und dann war das da vorne schon aufgeklärt. Und der Arzt war hier vorne mit dem mit den grünen Haaren am reden. Und ich war mit Opa Bunny gerade, ähm, Schlachthof wollte ich schon sagen. Wie heißt das? Ich glaube, das ist der Hirsch mal. Ja, Polizei ist ja, Ausbildung ist ja da. Dankeschön. Aber nicht so cool. Sehr schön, gut. Welcher Rookie fährt bei mir mit? Du hast ja alle steigern, wenn du willst. Hab ich gut genug hier mitgeguckt. War ich mal auf Streifen mit meinem Auto. Aber ey, ich hab keinen Report mehr bekommen. Obwohl, wie viele Spiele haben wir denn noch jetzt gerade? Ja, 86. Und keine Reports. Nichts, nada, gar nichts. Ich muss sagen, dass das schon mal spricht für sich, dass das so ist. Das ist wirklich gut. Also ich hab so lange echt mir gedacht, es kommt jetzt sicher mal ein Report rein. Aber nichts. Alles gechillt gerade. Komplett gechillt auf dem Server. Also es freut mich ja. Weiß ich, es funktioniert alles. Also ich weiß jetzt, wo wir nachbessern müssen. Ich mein, das ist ja auch schon seit ein paar Tagen. Dass wir da in diesem einen Script müssen wir auf jeden Fall nachbessern. Aber sonst klappt das hier ganz gut. Ah, hier gibt es ja auch so einen Spot bei McDonalds. Da müssen wir auch was wegmachen. Da parken jetzt auch Autos. Heinz-Peter-Dietrich.exe hat sich VIP geholt. Dankeschön. Lord Satan. Zünske hier, fahr doch endlich in die Gassen. Ja, alter Freund. Ich bin wirklich fast durchgedreht mit denen. Alter, fahr doch in die Gasse. Fahr doch in die Gasse. Fahr doch in die Gasse. Äh, Turo. Dankeschön. Äh, Turo ist auch wieder dabei. Danke für 1,07 Euro. Turo schreibt. Bin jetzt erstmal. Muss jetzt nachgucken. Jawoll. Kurs geht raus an Turo. Äh, Skylar stream wie immer. Weiter so. Dankeschön. L-S... Ne, L-Stahl-01. Tolle Galaktion der Autoswitch. Einfach best der P hier. Kurs geht raus. Autoswitch? Achso, das vorhin. Mit den Autos. Ja, ja. Pass mal auf, wisst ihr, was das auch sehr schön ist? Für so einen Antrag. Schaut mal hier rein. Aber das gehört halt, das Anwesen gehört halt den, äh, der, äh, Dings hier. Wie heißen sie nochmal? Genau, der Dings. Das Kartell. Das Kartellgebäude. Jetzt antrag ich meinen Heiraten. Eine Heirat kannst du machen. Spür ein Gründchen mit der AP. Nö, nö, ich fahr... Wisst ihr was? Ich fahr mal mit meinem Auto zum Hauptplatz runter. Und schau, was da los ist. Wisst ihr was? Ich, 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 ich... Ich stell mich mal so daneben hin. Und mach so einen auf dicken Macker mit fettem Eier. Da steh ich mich so daneben hin. Und hör denen zu, wie die sich streiten. So auch cool. Aber, hey, ich find das immer lustig. Wenn die Leute mit der AP streiten, find ich das irgendwie lustig. Keine Ahnung. Das hat irgendwie was. Ah, fahr mal hin. Blaulicht und Sirene. Sein Notfall. Was? Ich hab gehört. Da streiten sich Leute. Direkt hin. Marcel Schüster. Andel, die Entdeck. Mach, mach, mach. Ja, ich, ich hoffe, Andel freut sich über das, äh, Update in seinem Autohaus. Ich hoffe es. Äh, Padi, danke für 20 Euro. Und Zünsabub. Hier, geliebter Hundel. Alter, dankeschön, Zünsabub für einen Zehner. By the way, Andel wusste nicht, dass der LKW Andel heißt. Das ist echt traurig. Ich hab ihm das erst mal zählen müssen. On-Stream. Äh, in seinem Stream. Letztes Mal. Äh, parken uns hier aber hin. Und dann schauen wir uns das mal an. Ich, ich will mal mithören. Ist euch schon mal aufgefallen, dass unser Auto fast aussieht wie der Charger da vorne. Auf irgendeiner Farbe und so. Wobei das ist noch der alte Skin, der da drauf ist, glaub ich. Da kommt noch ein anderer drauf. Schau. Ist euch der alte EMS-Skin, ne? Hm. Muss ich, glaub ich, nochmal fixen. Hallo. Äh, Frage. Ist das, ist das der alte, äh, die alte Aufschrift noch drauf, die, äh, erneuert gehört? Ja. Okay. Das ist richtig. Jawoll. Machst du uns denn bald wieder hübsch? Ja. Weil mir grad immer so auffällt, das sieht fast aus wie das Ding da drüben. Wenn man's so von der Weite sieht, denkt man immer, das ist dasselbe. Ja, ich hab mich auch grade gefragt, wer zum, wird von der Führungsebene vom AM. Ja, ja. Ja, jetzt grad noch da ist, dass da so ein zweiter Charger rum ist. Genau, ja. Äh, welche Farben hat der nochmal, der neue? Äh, das ist eine super gute Frage. Ich hab bloß den von der Frau Bruck mal gesehen, das sah genauso aus wie der, bloß alles was blau war, war bei der rosa. Ja gut, aber der ist halt, äh, das Spitzsaal, ne? Ja, das ist wirklich. Äh, ich muss mir das mal anschauen, dass der mal die Lackierung bekommt. Kurze, kurze Frage. Ja. Kann man das bei den Charger-Felgen, kann man da irgendwas machen, dass man die lackieren kann? Die da? Ja, die da, weil ich find die Standard-Felgen, ehrlich gesagt, irgendwie, die die da drauf sind, find ich nicht so geil. Und ich hab versucht mit die da irgendwie dunkel zu lackieren, das ging aber nicht. Ne, das geht auch nicht, weil die Felgen, die hier drauf sind, das sind die, äh, Standard-Felgen, das sind doch die Standard-Felgen, oder? Oder sind das Tuning-Felgen? Ja, also sind auf jeden Fall, sind Charger-Felgen. Aber von der Tuning-Abteilung. Da sind Charger-Felgen drin, ich glaub unter Masse oder so. Achso, ja, äh, Problem bei Felgen ist, die, äh, die sind meistens gelockt und da ist ein Chrom-Material drauf, das heißt, das wird nix, leider. Müsse uns schauen, ob ich so ähnliche finde, weil es wär schon cool, wenn die dunkler werden, aber... Ich mein, ich find's jetzt, ich find's jetzt nicht schlecht, also ehrlich gesagt, find ich das ganz geil so. Ja, irgendwie, irgendwie schaut's schon geil aus. Mach doch gar nix! Wenn man, äh, die, die andere Lackierung da wieder drauf hätte, dann wären schwarze Felgen irgendwie schon geiler. Ja, schon. Glaub, zu dem passen die hellen Felgen nicht so. Ich dachte, Vicky kümmert sich darum. Danke! Na gut. Na gut. Tschüssi. 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 Wärts mit mir komplett neue Westen machen. Wobei, ich find die Westen sind ganz gut aus, ne? Die sind ganz gut aus, doch, doch. Ist aber schon das, das FD, wir sind alles online. FD, sechs Leute, drei Medics. Boah, passt. Na guck mal, auf den ersten Blick denkst du echt, dass das dasselbe ist, ne? Kommt von der Entfernung. Ich, ich werd jetzt mal abchecken, wie das Outdoor aussieht von den, äh, ja doch, von den Medics. Muss ich mal gucken, wie das aussieht, weil dann kann ich mal den Skin noch mal raussuchen. Muss ich aber nach unten fahren, dann komm ich dorthin zur Garage, ja. Muss ich mal abchecken, weil, äh, da ist schon länger auf der To-Do-Liste da den Skin zu ändern, weil da ist immer der Alte wieder durchgerutscht. Leider. Da hab ich auch, dass es immer das Outdoor-Satz gab. Dann machen wir das mal schnell, fangen wir mal dorthin. War ja schon drauf. Ah, äh, äh, Schandl ist da. Ja, war schon drauf, du hast recht. Äh, müssen wir wieder drauf machen. Wollt ihr mal Schandls, äh, Auto sehen? Was Schandl immer rumfährt? Das, das haben wir extra für Schandl gemacht. Das ist das Schandlmobil. Kann ich euch gleich zeigen. Boah. Es ist safe sein Vater. So. Es ist sogar ein Auto. Ach, das ist, naja, das ist die Feuerlackierung. Ne, ne, die brauch ich nicht. Die brauch ich nicht. Ich fahr mal nach hinten. Nicht die Feuerlackierung. Ich brauche die. Schau, da stehen so viele Autos rum. Ähm, Alter, hier ist echt geil. Also, es gefällt mir insgesamt sehr. Pack mich den mal ein. Mach ich den mal ein. Mach ich den mal ein. Set Job 6, 2, 5. Ähm, Job ist gleich. Imbulanz 1. Dann checken wir das mal schön ab, wie das aussieht. Also, ich, ich, ich suche nur gerade den. Also, der, das Leiterfahrzeug kommt raus demnächst. Da haben wir demnächst was Neues. Äh, sonstiger. Wir haben doch noch den. Ah, hier, AMR. So sieht der dann aus. Genau. Das ist der neue AMR-Skin. Finde ich auch passender. Sieht man von Weitem 10.000 mal besser. Und so ein Skin kommt dann auf den Charger drauf. Auf den. Und das ist auch geil. Guck mal. So richtig anmarkt. Für die ganz hohen. Das ist so ein geil. Ach, da sind, schau mal. Da sind schwarze Felgen dran. Ach, der sieht aber geil aus, ne? Also, ich, wenn ich Medico oder so. Ich würde Dauer auf den hier fahren würden. Die denken zuerst, das ist ein Cop oder sowas. Und dann machst du an. Komplett rotes Licht. Bei uns ist ja so, dass die, ähm, eigentlich komplett rot und gelb haben an sich. Bis auf eine Ausnahme. Das Motorrad hat hinten auch so blau. Aber das leuchtet auch. Also, wusstet ihr das eigentlich, dass wir ein Motorrad haben? Für Fall der Fälle, ne? Warte, wo ist denn das Ausnahmefahrzeug, das wir haben? Ah, hier, genau. Der hier. Der hier ist blau und rot. Und eigentlich haben wir blau und, äh, blau, äh, rot und weiß und gelb. Vielleicht erinnern wir das auch nochmal um. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Vielleicht, äh, vielleicht wäre das ganz geil, wenn das blau-weiß wäre. Würde ich irgendwie mehr feiern als das blau. Sieht man dann auch besser? Keine Ahnung. Äh, Transport. Warum hat, sag mal, warum ist der wieder drin? Dann haben wir rausgenommen, den Transport hier. Weil der ist ersetzt gegen den hier. Weil der hat hinten kein Interior drin, ist das Problem. Das ist der ohne Interior hinten. Weil der wurde von dem hier eigentlich abgesetzt. Müssen wir mal gucken. Den haben wir ja noch. Den Wagen. So. Löschfahrzeuge, wenn dann auch bald ein neues reinkommt. Aber, Alter, das ist die so geil. Guck mal hier. Wie das hier vorne. Wie sich das so dreht hier oben. Das feiere ich. Und hinten auch. Da sind solche Drehdinger drin irgendwie. Also simuliertes Drehen. Ah ja, und der ist auch noch blau. Aber nur hinten. Sieht aber geil aus, finde ich. Ja, insgesamt haben wir geile Autos, muss ich sagen. Also wirklich, äh, ausweisttechnisch sind wir da relativ gut aufgestellt. Ah, schau mal. Das, äh, da muss ich nochmal nachbessern. In den Dingern hinten. Ich meine WeShare nicht drin hab. Naja, da muss ich nachbessern. Bei dem auch, glaube ich. Da fehlt was bei dem Wagen. Ja, da fehlt was. Mhm. Gut, ich spawn mal Schandl ihr Auto her. Zeig ich euch das mal. Das heißt einfach Schandl, glaube ich. Schandl. Ja. Das ist ihr Fahrzeug. Bitte guckt mal auf den Luftbaum. Da steht ein Brot drin. Frau Brot. Kleiner Toast. Dann natürlich komplett in Pink. Real Life Online Logo auch in Pink drin. Ja, wir haben bei Bar-Fahrzeug nochmal das Real Life Online Sign so drin. Und, ja, das Schandl ihr Einsatzfahrzeug. Mal schauen. Vorne kannst du noch einbauen. Die kannst du einbauen. Hinten die Heckblitzer. Hinten die Heckblitzer. Die sind auch sehr geil. Vorne die Blitzer. Also man kann hier echt viel. Ah, genau. Hier die auch noch. Man kann hier so viel machen an der Kiste. Mit oder ohne Kennzeichen vorne. Das ist mal weg. Rambar gibt's auch noch. Sirene, ja. Also das ist Schandl ihr Einsatzfahrzeug. Oh, die Rambar weg. Sieht mir so polizeimäßig aus. Ist das nicht süß? Ja, hat schon was. Das, das Ding hat schon was. Ihr seid einzigartig. Da weißt du, da kommt Frau Brot, wenn du das Auto siehst. Am Straßenrand. Fahrzeug Networking und gleich hat das. Und dann macht er gleich futsch. Braucht aber lange zum Networken. Sag mal, wir sind da los. Aber hallo. Ist er fertig mit Networking? Hat er sich genetworkt? Noch mal, DV. Also eigentlich sollte es funktionieren mit dem Fahrzeug Networking. Aber hallo. Schandl, ich glaube dein Auto hat Probleme. Es mag nicht genetworkt werden. Kann es nicht DVen. Das erste Mal in meinem Leben, dass etwas nicht funktioniert. Error gibt es auch nicht, ne. Vielleicht kann Schandl ihr Auto nicht DVen. Was ist denn da los? DV2. Äh. Äh. Okay. DV2 geht aber DV nicht. Aber es war doch ein DV Fahrzeug. Okay. Frag mich nicht. Bitte frag mich nicht warum. Ist einfach so. Ah, schön. Geil wäre, wenn hier drinnen so ein AMR wäre. Und wenn nämlich Feuerwehr und AMR gemeinsam mit einem, das würde ich am meisten feiern. Und vor allem, dann wäre die ganze Serverleistung ein bisschen besser. Weil hier hinten am Hauptplatz schon sehr viel Leistung. Das, 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 das PD, äh, das PD. Das AMR hier oben, das zieht so viel Leistung. Wenn das hier unten alles zusammen in einem Spot wäre, wäre das viel besser. Das ist ja tausendmal besser. Aber leider, äh, gibt es hier kein gescheites MLO. Ich habe schon eins gesehen, aber das ist so, hm. UL 815 m. Also, das ist nicht sehr groß und gefällt mir nicht unbedingt. Leider. Wäre hier auf jeden Fall ein guter Spot. Ach, der Laden hier, das ist auch geil. Den kennt irgendwie kaum jemand, ne? Aber wisst ihr, was das lustige ist? Den gibt es doppelt im Laden. Den gibt es einmal hier. Und eine exakte Kopie gibt es, glaube ich, hier oben. Wenn ich hier jetzt hingehe. Hier müsste der Laden auch nochmal stehen. Oder ich habe mich vertan. Oder da steht ein anderer Laden. Nevermind ist ein anderer. Den Laden hier gibt es noch. Bei Horny? Oh, das könnte ja der Laden von dem einen, äh, Medic sein. Herr Horny. Das ist Horny sein Laden hier. Guck mal. Egal. Exit only. Jaja. Passt schon. Aus dem Stadtteil könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Da ist jetzt relativ wenig los hier. Könnte man vielleicht etwas belebter machen. Ah ja, bei den Häusern, da haben wir ja die ganzen Schilder weggemacht. Das ist da, äh... Ah, wobei... Ah, die stehen noch, die Schilder vor Sale. Aber diese großen Schilder sind weg, sieht jetzt viel besser aus. Aha. Okay. Okay, ey. Wagt mich nicht. Aber das nochmal doppelt hier hinten wäre schon cool. Weil hier wird noch gebaut und das hier verdoppelt da hinten hin. Das wäre schon nice. Könnte man schon, ob es ein Mod gibt, dass man hier die Häuser nochmal hinsetzen kann. Fühl zu auf, ich war hier noch nie so richtig in dem Ding drin. Guck mal. Man kann hier reingehen. Hier wird der Boden grad verlegt. Das ist schon cool. Könnte man sich so vorstellen, wo die Räume hinkommen. Aber das hat Rockstar schon geil gemacht. Dass so Häuser im Aufbau sind und dann... Wobei hier so alles noch aufgegossen worden ist unten. Dann kommen hier so die Bretter drüber. Das ist schon cool gemacht. Das sind so kleine Details, die man so gar nicht wahrnimmt, wenn man das Game zockt. Dass hier die Häuser wie drüben gebaut werden. Ah, das saugt mir schon. Oder wir machen hier vielleicht so einen Bauarbeiterjob hin. Könnte ich mir gut vorstellen. Weil wir haben keinen Bauarbeiterjob, wo du wirklich sowas machen musst wie Haus bauen oder so. Wäre ganz cool. Die ehemalige Grove Street. Naja, ist es ja nicht, ne? Als würde die Grove Street direkt den Berg hinten reingehen. Ja, ja. Ey, aber, ey, no joke jetzt, ne? Ah, hier kann man ja nicht anbauen. Stimmt, das ist viel zu nah. Ja, geht nicht. Aber das wäre ein geiler Anbauort gewesen hier hinten. Hätte ich gefeiert, hätte hier wer angebaut. Ich glaube, die Häuser kann man sogar kaufen. Also ich bin nicht ganz irre, wenn du hier hingehst. Mal schauen. Ich glaube, die kann man alle kaufen. Ja. Sind alle kaufbar, die Häuser. Also theoretisch, wenn du eine große Familie hast und hast viel Kohle. Ich würde einfach mit meiner ganzen Gang, würde ich hier die ganzen Häuser aufkaufen. Und würde dann vielleicht die Sachen vermieten. An Leute. Dass ich dann so Geld eintreibe. Mäßig. Und, äh. Oder ich wohne hier mit meiner Gang. Ach schau, da wohnt ja wer. Guck. Da wohnt ja wer. Guck mal. Da hat schon wer so ein Auto eingeparkt, wie süß. Das ist, Leute, das ist die, die Rich Grove Street ist das hier. Also wenn du viel Kohle hast, ist das hier die Grove Street, wo man leben möchte. Aber hier, hat der offen gelassen, seine Tür? Ne. Ist zu, leider. Aber ich würde, also hätte ich, hätte ich die Kohle, würde ich hier die ganzen Häuser aufkaufen und dann meine Gang hierher ziehen. Das wäre halt geil. Stell dir mal vor, jeder hat dann hier so sein eigenes Haus. Und du kommst draußen. Servus Nachbar. Jo, was geht ab? Aber solche, solche Wohnorte werden halt geil, wenn es mehr geben würde in GTA. Weil das ist so das, dieses typische, amerikanische. Ja, das sind so die typisch amerikanischen Häuser, wo du hinten in die Ecke fährst. Hinten ist da ja Kreisel und dann fährst du zurück. Und dann ist alles voll. Ich würde mir so vorstellen, so eine ganze Straße mit solchen Häuser nochmal voll hier runter. Das wäre geil, den GTA. Das ist so richtig California Style. Ja, schau mal. Vielleicht gibt es einen Mod, dass wir das hier nochmal kopiert bekommen und hier rein einfügen. Das wäre cool. Boah, Alter. Wie blau. Oh ja, dass man nicht alles so findet, ne? Wenn man ein bisschen durchguckt. Gut. Ich meine, hier sowieso, man kann hier jedes Haus an sich kaufen. Alles, was ihr hier seht, kann man kaufen. Bis auf die MLOs, die hier stehen. Aber sonst, alles kaufbar hier. Aber ich glaube, die meisten haben hier schon die Häuser gekauft. Ich kann mal gucken. Jetzt mal das Beispiel. Hat sich hier auch schon mehr gekauft, oder? Ja, siehste. Hat schon mehr gekauft. Die ganzen Häuser hier sind schon verkauft worden an Leute. So. Aber wundert euch nicht, die Häuser werden automatisch frei, wenn Spieler sehr lange nicht mal auf den Server kommen. Dann werden die Häuser zwangsversteigert. Dann werden die wieder ausgetragen, dann kann man die wieder kaufen. Also das ist man selber schuld, wenn man sich nicht eingeloggt hat. Also wenn irgendwer, ich glaube sechs Monate geht das, wenn man sechs Monate sich einloggt, wird das Haus automatisch verkauft, kann man es wieder kaufen. Und nein, das Geld kriegt man nicht retour. Das ist dann halt weg. Dann hat man halt Pech gehabt. So gesehen, die Stromkosten in dem Fall nicht bezahlt. Und dann wird es halt verpfändet. Ich überlege nur gerade, ach so, was könnten wir noch alles so machen? Haustiere wären auch geil. Ich wohne in so einer Bucht, Schreibtzina. Das ist aber so typisch amerikanisch, diese Bucht so hinten. Wo man einmal umdrehen kann dieser Kreisel. Das feiere ich richtig. Aber in der Grove Street, da gibt es ja nur einmal diesen Kreisel, glaube ich. Aha, verfolge ich gerade wen? Ich fahre immer hinterher. Ciao, ah Hirsch. Fahre ich hinterher? Ja, ja, ja. Guck mal. Oder? Ne. Na gut. Wir kommen in die Grove. Ich bin leider immer noch am überlegen, ob ich die Grove Street Combat umändern soll oder nicht. Ah, schauen wir mal. Ich fahr mal ruhig. Huuu. Der ist gerade aufgeploppt. Ach warte, die mach ich aber schnell weg, bevor die da rumsteht und dann irgendwer sich aufregt. Was dann NPC tot auf der Straße liegt. So, schnell weg. Bup, 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 bup. Ihr habt nichts gesehen. Hier ist nie was passiert. So. Kurz einen Herzinfarkt bekommen, Bruder. Kurz das Herz in die Hose gerutscht. So, erstmal einen Schluck Red Bull. Das Ganze zu verkraften. Ja, die Grove Street muss geplant werden. Leute, wir planen das mal durch mit euch, okay? Für die, die noch im Chat sind. Passt mal auf, Grove Street. Kann ich euch mal so meine, ähm, meine Vorstellung erzählen, was wir da genau machen werden. Also, es gibt ja einmal diese, diesen Abteil hier. Ich zeig euch das mal auf die Karte. Wir wollen ja jetzt mehrere Gangs machen. Mindestens drei Gangs sollen sein. Ich hätte mir vorgestellt, dass dieser Abschnitt, dieser District, also das, diese Ecke hier. Körtner Gang. Das hier, was wir hier sehen. Das ist dann noch nicht die Grove Street. Und Grove Street ist dann hier unten. Äh, diese Ecke hier. Oder vielleicht hier dieser, dieser, wobei das wäre echt schon etwas groß, dieser Circle dann. Nee, das wäre dann dieser Circle mit der Tankstelle vorne. Also, dieser Circle wäre dann Grove Street alles. Ähm, genau, das kommt klar. Also, hier der Circle wäre eine Gang. Der Circle wäre eine Gang. Und, äh, hier dieser Circle wäre auch eine Gang. Hier sind ja auch Gebäude. Das wäre dann eines. Das heißt, wir hätten hier schon mal drei Gangs stationiert. Also, eins, zwei und hier die dritte Gang. Und noch eine Gang. Schau mal, hier unten sind auch noch ganz viel Platz. Da könnten wir auch noch eine Gang stationieren. Und, ich glaube, dass wir hier, hier kommt dann auch noch ein Custom MLO hin. Hier wäre dann auch noch eine Gang frei. Und hier hätte ich mir vorgestellt, dass wir hier einmal eine Gang haben. Also, das, was... Jetzt fahren wir hier durch. Das könnte dann alles zusammen. Guck mal hier. Aber das, das ist eigentlich hier... Oh, gut. Hm. Müssen wir vielleicht ein paar... Ich glaube, wir müssen ein paar Dings dann austauschen. Können wir eh machen. Wir könnten dann theoretisch hier die ganzen Graffitis austauschen. Also, da durch den District, den ich jetzt fahre, wäre ein Gangviertel. Das Ganze hier so. Das ist mal das erste Gangviertel. Mit den Häusern hier alles. Alles, was ihr hier seht, ist ein Ganggebiet. Wo ich gerade drum herum fahre. Oh. Hallo, geht's Ihnen gut? Hallo? 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 Geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Okay, Entschuldigung. Ich fahre gerade auf der falschen Seite. Ich weiß. Ich lasse lieber mein Licht an. Nachher ab mir. Brauchen Sie Hilfe? Noch nicht. Nicht? Geht das? Es geht, ja. Okay. Oh, gut. Dann noch einen schönen Tag. Ebenso. Cringe. So, also. Hier ist noch der District. Das hier alles könnte zu einer gehen. Guck mal, wie riesig das ist. Hier, mit der Kehre alles drum herum. Also, ein Ganggebiet hier. Wäre meine Idee gewesen, dann? Ganggebiet Grove Street fahren wir jetzt ab. Was? Also, ich will ja das große Gangupdate machen. So, Ganggebiet Grove Street hier. Bin ich auch immer am überlegen, ob wir da wirklich das Custom MLO reinmachen oder nicht, weil der sehr viel Leistung zieht. Grove Street wäre bis hier nach hinten in die Ecke. Und, äh, zack, zack, zack. Genau einmal hier drum herum mit dem Walmart. Da kommt eine eigene Straße hin. Einmal so rum. Würde ich sagen, klein aber fein. BZW wird eh relativ groß, weil hier kommt nochmal ein Custom MLO hin. Da, wo jetzt dieser Megamall steht, kommt eine eigene Straße hin. Opa la. Wo man nochmal reinfahren kann. Und das gehört dann automatisch noch zu Grove Street. Die haben dann noch einen eigenen Abteil. So. Das ist mal die Grove Street. Die hat hier ihren Abteil. Dann habe ich noch gesagt, auch Taxi Prius. Na, da bin ich gleich da. Also, ist jetzt mal der Abschnitt. Und dann gibt es hier ja noch diesen Abschnitt, der hier ist. Also, das hier ist auch noch Grove Street hier rechts. Ich rede jetzt hier von diesem Abschnitt hier, wo ich jetzt rumfahre. Diese Ecke. Einmal so. Oder war das diese Ecke? Ich glaube, ja. Doch, doch. Also, das ist nochmal Grove Street. Das ist hier der ganze Hebel. Ah ne, das gehört auch noch dazu. Die Straße. Also, alles was hier dann ist. Dieser ganze Bereich. Ist dann auch ein Gangviertel. Ein Abteil. Einer Gang. Genau. Hier so. Einmal drum rum mit der. Genau. Und hier nochmal drum rum. Wird durch diese Straße geteilt. Finde ich auch ganz gut. Ja, haben hier ihr Viertel. Genau. Und das hier, äh, gehört dann noch zu Grove Street. Also, Grove Street ist das Ganze. Der ganze Ecke da. Das ist Grove Street. So. Dann haben wir hier, in diesem ganzen Abteil. Also, das ist ja alles. Das sind schon mal drei Gangs aufgeteilt. Und dann haben wir immer noch hier unten. Da weiß ich nicht, ob wir da noch, ob wir das noch vielleicht dazu gehören zu irgendeiner Gang. Aber ich glaube, wir machen hier noch eine eigene Gang. Vielleicht, dass das Abteil hier dieser Kasten ist. Also, der ganze Kasten hier einmal drum rum. Auch noch ein Gangviertel. Also, einmal hier drum rum. Ganggebiet. Äh, ja. Und, ach, das ist wichtig. Genau. Dieses Viertel. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist natürlich auch ein Gangviertel. Das hier ist eines, ich sag mal, der größeren Viertel. Wo dann, ja, wo wir schauen werden, was wir reinmachen. Das hier. Das ist sowieso das, was in Kalifornien unter Ghetto zählt. Das hier. Das ist Kalifornien-Ghetto. Das Gebiet hier. So sieht's halt in Kalifornien aus. Das hier auch, aber das hier gleich noch mehr. Äh, da kommt dann meist aus den Medien her. Hier gibt's eine Schießerei. Und da müssen wir schauen, da müssen wir große Gang einziehen. Weil guck mal, wie riesig das hier ist. Das ist ein kompletter District. Und diesen District, so einen ähnlichen, gibt's dann ja hier hinten auch noch. Hier kommt noch so ein District hin. Das heißt, hier hätten wir auch noch Platz für eine Gang. Also ich weiß nicht, wie viele Gangs wir machen, ne, in dem Fall. Oder ob wir sagen, ähm, wir machen vielleicht Grove Street komplett hier alles dicht. Also den ganzen Hobel hier, bis nach hinten. Wär alles Grove Street Gang. Wär halt riesig. Aber man darf nicht bedenken, wir könnten dann das hier auch nochmal riesig machen. Der ganze. Das wär auch ein District. Und dann hätten wir noch diesen hier. Das wär halt auch noch ein ganzer District. Also dann hätten wir den hier. Den hier. Und dann hätten wir hier das alles hier hinten. Grove Street. Bis nach hinten, ne. Das wär dann vielleicht der größte sogar. Und dann haben wir immer noch das hier frei. Diesen kleinen Mittelpunkt. Hier ist ja auch noch was. Das hier. Also da müssen wir uns echt überlegen, was wir am besten machen. Aber das hier ist, äh, find ich, mit Abstand das Geiste, um Gang-RP zu spielen. Das hier. Find ich halt. Keine Ahnung. Hier ist auch so ein Park, wo du chillen kannst. Und, äh, wir müssen hier auch noch überall Wohnungen setzen. Ihr seht eh, hier gibt's keine Wohnungen. Da wird überall, wo ihr eine Tür seht, wird's ein Apartment geben. Das heißt, die Gang kann sich hier auch einkaufen. Kann sich hier ein Apartment mieten. Und dann werden wir schauen, dass hier auch Gang-RP betrieben wird. Ja, genau so ist es. Ja, wir müssen mal gucken. Glaubst du nicht, dass es zu viele auf einen Fleck wird? Ja, deshalb, ich glaube, es ist besser. Das ist eben die Überlegung, ob wir vielleicht wirklich das hier, Grove Street, machen. Und hier unten einen eigenen District. Den hier. Und hier auf der Ecke noch. Also, ich will ja drei Gangs machen. Dann passt das eh. Dann machen wir das so. Weil ich glaube, vier Gangs brauchen wir nicht. Ich glaube, vier Gangs ist dann zu viel. Wir machen drei Gangs, ja. Ja, dann würde ich fast sagen, Grove Street ist der ganze Bereich. Ich gehe mal nach oben. Bis hier nach hinten. Das ist Grove Street. Das hier gehört alles noch dazu, zur Grove Street. Also hier. Mit der Mall bis nach hinten. Das wird, glaube ich, der größte District. Ja, dann machen wir das so. Ist der größte. Dann haben wir noch den hier. Das wird echt kompliziert. Hier diesen District. Der geht hier nach unten. Könnte man auch noch einen zweiten machen. Ah, ja. Man teilt es einfach so. Ja, moin. Warum denke ich so kompliziert? Guck mal. Man kann das ja richtig gut aufteilen. Schaut mal. Das ist doch perfekt aufgeteilt. Seht ihr die Hauptstraßen, die durchführen? Die große. Hier die einmal teilt. Und die teilt. Dann hat man hier ein X. Das ist der X-Punkt. Und hier teilen sich alle Gangs. Guckt mal. Das ist perfekt. Jawohl. Schaut mal. Äh. Links Grove Street. Rechts andere Gang. Und das hier alles auch eine Gang. Das ist der perfekte Aufteiler hier. Mit der großen Hauptstraße in der Mitte. Und hier auch nochmal eine Hauptstraße. Ich glaube, wir haben es gefunden. Das machen wir so. Perfekt. Also die Bahn, die durchführt. Hier diese Bahn und diese Bahn. Ja. Dann haben wir es. Das ist es. Ja, guck mal. Wir sind ja richtig gut heute. Dann gehört das hier. Das ist ja dann auch ein Riesendistrict. Guckt mal das hier an. Das Ganze hier. Bis hier nach hinten. Alles eine Gang, Bruder. Alles eine Gang. Und dann gehört ja das hier auch noch dazu. Da kommt ja auch noch was hin. Das wird riesig. Und das heißt dann aber der. Der District ist dann aber der, der am wenigsten hat. Fällt mir auf. Ja, ja. Nee, wobei der hat ja. Da ist mich jetzt nicht ganz irre. Hat der nicht da das eine spezielle? Ja, doch. Das hat er. Der District hat dafür. Darf man sagen. Das hier. So ein MLO. Zum reingehen. Das ist auch cool. Das Franklins Haus mit Ding hier. Und die haben auch diese ganzen Häuser. Wo du hier reingehen kannst. Ja, das ist halt auch riesig. Ja, doch. Jetzt warte. Ich habe die Aufteilung gefunden. Postjob klappt nicht. Oh, warte. Da bin ich gleich dabei. Ich wollte ja einem helfen. Hallo? Wie denn? Kann ich helfen? Ja, ich gehe hier nicht, weil Briefe. Und wenn ich jetzt hier E drücke, geht das nicht. Kann es sein, dass du keine Pakete hast? Doch. Ich habe 50 Briefe und 50 Pakete. 50 Briefe und 50 Pakete. Und das geht nicht. Du kannst nicht drücken oder was? Und. Ich bekomme da die Benachrichtigung, aber ich kann nichts. Ich sehe das auch hier, aber. Du hast eine Benachrichtigung bekommen und kriegst nichts. Ja, halt oben links dieses Aufflappen. Das kriegst du und wenn du E drückst, passiert nichts. Ja. Puh. Das ist jetzt die Frage, was das sein könnte. Hm. Warte mal, ich schaue noch schon was. Hm. Hm. Ja doch, du hast 50 Briefe hast du dabei und 50 Pakete. Nö. Hm. Könntest du vielleicht mal F8 drücken und schau, ob da ein Error drin ist? Wenn du F8 drückst, ob da irgendwas Rotes drin steht? Ja, Rotes steht ja schon drin. Ja, steht da drin. Äh. Script RLO und der Stich K hat. Geht das nicht mal? Ne. Ja, aber ne. Sonst ist nichts Rotes mehr da. Okay. Puh. Warte mal, hier oben ist das. Warte mal, Händler, Script Arrow, was ist das? Ne, das ist von Fahrzeugen. Achso. Ist was anderes. Aber ich frag mich gerade, was da sein könnte, weil du kriegst das ja aufgeploppt, aber du kannst nicht E drücken. Ja, ich seh das auch hier. Der will ja 3 Briefe haben. Aber. Kannst du mal E drauf, weißt du was du machen kannst? Hm? Du kannst noch mal F6 drücken, dann sollte der neuen Job geben. Neuen Auftrag. Und probiert dann mal, was er dann macht. Ja, jetzt hier der gleiche Ort hier. Probier jetzt mal. Ne. Und du auf 6 drückst, kriegst du da nicht einen neuen Auftrag? Ich hab ja einen neuen Auftrag bekommen, aber das ist genau gleich ein Smarties. Dann probier nochmal, bitte. Okay. Probier mal so oft, bis du einen anderen Ort bekommst. Ah, okay. Jetzt ist der andere Ort. Ja, dann fahr da mal hin und ich schau mal, ob da auch das selbe Problem ist. Vielleicht ist hier an dem Spot gerade ein Problemchen. Spell Grove da. Ja. Grove Street. Kannst du mir ein Ticket schreiben, BZW Support schreiben, dann komm ich auch. Okay, passt. Jawohl. Taxi Prius 544. Da hab ich mich vergessen. 544 wegen dem Prius. 544. Wir sind unterwegs. Hallo. Hallo. Scusi? Hallo. Hallo. Ich bin wegen dem Prius da. Wo gibt's denn da ein Problem? Super. Ich glaub wir hatten schon mal geschrieben deswegen. Mhm. Die Aufschrift? Nein, 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 nein. Achso. Also ja auch. Das war ja auch. Die Aufschrift war mal. Genau. Ne, das Problem ist, das ist mir heute schon mehrfach aufgefallen, wenn der Wagen auf volle Leistung fährt. Also mit Tachometer 130. Dann schreit doch. Äh. Äh. Genau. Das Problem ist, es wirkt sich aber, genau. Das Problem ist aber, es wirkt sich auch aufs Taximeter aus. Mhm. Ah. Von circa 800 Dollar irgendwie fast 1200 und sowas. Ja, verstehe. Gut, Taximeter wollte ich eh mal setzen. Hallo. Und ich würd sagen, wir machen drei Gänge rein für den Wagen, dass er nicht einen hat. Ah, ja, ja. Okay. Dann mach ich so ein Dreigang Getriebe rein. Dann sollte es zu dem Problem kommen. Also, äh. Hängt das praktisch schon miteinander zusammen? Ja. Ja. Kann mir vorstellen, dass es zusammenhängt. Ich hatte erst überlegt, warum der Taximeter dann immer so hoch schadert, aber klar, weil er durchschlägt. Ja, kann dadurch sein. Kann tatsächlich dadurch sein, dass der wegen dem RPM auch was mit zählt. Wie schnell man fährt. Kann schon. Und der, er denkt dann, du fährst auch oft Vollgas. Das kann sein. Okay. Reicht dir das so, oder soll ich dir das so mal ins Ticket schreiben? Ne, reicht mir so, merke ich mir. Reicht so. Okay, passt. Äh, achso, wenn... Achso, ja. Ich bin noch da, ich bin noch da. Achso. Ich bin trotzdem noch da, ja. Ich hab keine Ahnung. Ja, ja. Ähm. Das mit dem... Darf ich offen reden? Ja, klar. So die Frage? Natürlich. Das mit dem F6-Menü. Ja. Ähm. Ähm. Das hab ich heute mal so ein bisschen getriggert, sag ich jetzt mal. Mhm. Das Problem ist, wenn du die ganze Zeit jetzt zum Beispiel... Du kannst ja nur im Crown Vic starten, dieses Menü. Hier in dem Taxi kann das nicht, weil da kriegst du die Meldung von wegen, äh, du musst im Taxi sitzen. Ah, ja, das muss man ja sagen, weil sonst weiß ich das nicht. Dann schreib ich das um. Auf den Waren kann ich auf beide umschreiben. Genau. Das hatte ich dir geschrieben, dass das geht, äh, du kannst es in jedem Fahrzeug nutzen. Also wenn du aus dem Crown Vic aussteigst, kannst du in jedes Fahrzeug reinsetzen und du kannst trotzdem Taxifahrten machen. Mhm. Das Problem nach der, ich weiß nicht, so 10, 12. Fahrt, äh, schallern die NPCs immer oben durchs Dach. Durchs Dach. Okay. Äh, beim Aussteigen meinst du? Naja, bei, also wenn, äh, wenn, äh, wenn man am Ziel ist und ja eigentlich normal aussteigen, steigen sie aber nicht durch die Tür aus, sondern durchs Dach und fliegen dann irgendwo hin. Äh, das ist komisch. Äh, das hab ich... Muss ich mir das an, schau mal. Schau ich mir das an. Das hab ich heute gehabt. Deswegen. Okay. Joa. Ja, aber dass man das halt in jedem Fahrzeug machen kann. Also wenn man das nicht mit Chrome beendet, dann kann man halt wirklich in jedes Fahrzeug steigen und... Kann draußen Leute rumfahren. Okay. Ja. Verstehe ich. Gut, schau ich mir was an. Super, ich dank dir. Jawohl. Wieder. Supi. Tschau. Geht's dir? Tschau. Ciao. Ciao. Geht's dir? Nee. Geht nicht. Hm, ich könnte mir nur eine Sache vorstellen, dass der einmal... Die Abfrage ist nämlich so aufgebaut, der hat einmal einen True- und False-Wert, dass ich mal einen False-Wert aufgehangen habe, irgendwo. Da musste man einmal Power nappen, aber ich schaue es mir mal an, dann. Soll ich den Job dann Kunde abbrechen? Ja, ich würde Retour fahren und schauen und einmal Power nappen, weil ich schätze mal, dass da ein Wert durcheinander gekommen ist bei einer Abgabe. Wenn auch immer das möglich ist, weil wenn du den Wert eigentlich machst, also du drückst der E, dann setzt er ihn automatisch wieder auf einen False-Wert zurück und das hat er anscheinend einmal nicht gemacht und dadurch passiert das dann, dass du das nicht mehr annehmen kannst. Aber ja, du wirst das so abbrechen und einmal Power nappen. Soll ich den nochmal benachrichten dann? Ja, könntest ein Ticket drauf machen. Aber ich hätte sowieso vielleicht die Idee gehabt, dass man den Post-Shop einen komplett neuen reinmacht, weil der jetzige doch sehr alt ist. Ich meine, den jetzigen habe ich zwar gefixt, viele Sachen, aber man sieht eh, wenn du eine Sache fixst, dann hast du wieder irgendwo vielleicht woanders ein Problem wie jetzt gerade. Ich überlege vielleicht wirklich eins zu machen, wo du dann auch wirklich so Pakete in der Hand hältst und sowas. Ja. Wollen wir mal schauen. Ja, ja, ich versuche jetzt nochmal und dann, ja. Okay, alles klar. Du passt. Danke dir. Ciao. Ja, es gibt so viele Sachen, die ich nur angehen möchte. Post-Shop will ich auch neu machen. Weil der jetzige Post-Shop ist zwar geil, du musst anfahren, kannst Pakete und Briefe ausgeben, aber man sieht das halt nicht. Ich will so richtig mit so einer Animation, dass du mit so einem Prop reingehst, so. Ähm. Oh, was ist hier los? Ja, das machen wir wohl wird. Aber ihnen geht es gut so. Ah, Opa Mani wird eingeknastet. Okay. Was ist los, mir fehlt? Oh, Schau, Pacella. Was ist da los? So, ich weiß nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sag mal, wo ist das ein Doku-Rotter-Lowes? Das ist so viel Grahme. Sag mal, äh, ich bin nur Beifahrer gewesen. Ich habe Ihnen ganz genau gesagt, die Meier soll er anhalten. Schau, da Toni. Sag mal, Toni, wo ist das ein Doku-Rotter-Lowes? Wo wollen wir jetzt hin? Ich habe gar nichts gewonnen. Gar nichts. Da Toni. Ich habe eine Nachricht bekommen. Rettung. Ach so, Opa Mani, ich bin ja noch im Rettungstil. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ich bin ein Trottel. Warte mal. Die haben sicher schon gefragt, wer da der andere im Dienst ist. Uiuiuiui, ich bin ein Trottel. Ey, ich bin noch im Rettungsdienst. Ich muss als Admin. Set Shop 625. Admin 1. Weil sonst denken die, es sind vier Medics online, was ja nicht stimmt. So, Herr Mike, ich werde dann die US Marshals bestellen. Werden sie dann nicht schaffen. Wenn ihr denkt, es ist einfach 0 Uhr 10 schon und es sind jetzt noch 72 Leute online. Das ist echt krass. Und diese Uhrzeit. Mann, Leute, es ist Mittwoch. Es ist unter der Woche. Das ist krass. Also jetzt ist Mittwoch, nächster Tag. Ja, heute ist Gerichtstermin. Um diese Uhrzeit noch so viele Cops online sind. Dann noch so viele vom FD, so viele vom... Ah, das ist geil. Das könnte immer so sein. Aber wir schauen jetzt auch, dass das so bleibt. Also wir werden jetzt immer Bewerbungsphasen nachdrücken, nachdrücken, nachdrücken. Server läuft jetzt stable. Morgen kommt die 10... Also heute kommt diese 10K-Leitung. Äh, 10K. Äh, 10 Gigabit-Leitung. Ja, da freuen wir uns. Jaja, doch, doch. Da kann ich eigentlich wieder die Animation reinmachen. Oder doch, dass wir wieder klappen. So, ähm... Si und Sabub haben ja vorgelegt. Genau, Admiral Tequila. Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Reh hinterm Haus. Das kenne ich aber auch schon. Magalump, meine erste Spende. Ganz so viele Grüße. Grüße geht raus, Magalump. Vor der ersten Spende. EU-West. Hast du noch nie aufgefallen, das Ding hier. Steht eine riesengroße Kaffeetasse. Gut. Äh, Dustin. Jo, bin wieder da. Habe nicht mitbekommen, wann die Bewerbungsphase wieder aufmacht. Oder weißt du selber noch nicht? Äh, die war doch erst offen. Die Bewerbungsphase war jetzt vor... Vor zwei Wochen... Zwei Wochen lang offen oder so. Oder vor einer Woche. Esbucci Boulevard. Höher Hauptplatz. Grundeis Fakus. Gesperrt. Esbucci Boulevard. Das muss hier unten sein. Ja doch, hier. Den schau ich mir an, den Unfall. Oder? Ist das hier? Esbucci Boulevard. Das muss doch hier so irgendwo sein, oder? Hä? Ist doch hier unten irgendwo das Bucci Boulevard, oder? An der Autobahn. Oder hier vorne? Nicht Autobahn geschrieben. Menno. Das hätte ich jetzt gern gesehen, wo das ist. Schau mal hier rüber. Nicht weit weg sein, oder? Aha. Nee. Aber jetzt bin ich verwirrt. Wo soll ich ein Unfall gewesen sein? Vespucci. Vespucci ist doch hier Boulevard. Hier oben die Dings an sich. Autos hat zu. Aber mein, die ist doch nicht hier oben. Nee, hier ist es nicht. Vespucci Boulevard ist für mich hier. Hier, hier so. Die Dings entlang. Wie gibt es da das Vespucci? Ach nee, warte mal. Ist das nicht hier? Nee, Vespucci Beach, oder? Ach nee, Vespucci Boulevard. Ja doch. Hier ist das Vespucci PD hier drüben. Guck mal. Nee, Weinwood. Weinwood PD ist das. Ach komm. Ist doch nicht Vespucci. Oder? Nee. Arme. Ja, Arme. Kann wieder. Ja, moin. Geil. Ich war eh gerade daneben. Ist gerade ein Unfall passiert. Irma. Moin. Digi. Habt ihr bezüglich Hood Update was auf Insta geschickt? Ist vielleicht interessant. Dankeschön. Schau ich gleich mal. Killer Hans. Steht ein Baum allein im Wald? Soll das ein Witz sein? Äh, Peelty. Schade, dass ich gerade außer Dienst gegangen bin, wenn ich den Streit sehe. Ja, schon schade, gell? Hättest du sie lustig gefunden. Soll man nur halten. Halten Waisel. Äh, die Jubelverwaltung war geisteskrank. Ich hab am ganzen Körper gezittert. Äh, eins seit zwei Wochen. Äh, er ist ja seit zwei Wochen gewesen. Der Kuss geht raus. Ja, schau. Ja, Herr Waisel. Ja, ich hab mitgefiebert. Wie kein Zweiter. Richtig, ich hab mitgefiebert. Echt geil. Am ganzen Körper hat er gezittert. Gezittert, ey. Geht aber auch gerade keiner einkaufen, gell? Hier keiner auch. Oh, da müsste ich mal das auch machen. Guckt mal, seht ihr das? Das triggert mich. Ploppt. Das ploppt weg, wenn man sich anguckt. Warte. Ah, jetzt nicht. Aha. Ah, jetzt. Ah, ja, ja, ja. Ploppt das weg. Ähm. Was, sorry, Tony. Danke fürs Hübwerden. Janis, ich finde die RP-Stypes klasse. Hab mich auch endlich mal beworben. Beim RP-Stypes. Kuskelt raus auch an Robin Rux und mal mit 50 Euro. Ba, ba, ba. Vielen Dank, Robin. Robin Rux. Da schau doch ja noch mal raus, du. Einen vielen herzlichen Reiznamen dafür, Robin. Es gehen keine Raube. Wird mich nicht wundern, wenn es nicht geht. Es. Hallo? Ja. Äh. Es gibt derzeit keine Ladenräume bei Tankstellen. Ah, perfekt. Derzeit nur auf Bank, also kleine Banken, die große Bank und Juwelier. Aber die kommen wieder, die Räume. Da werden wir uns bald um kümmern. Ja. Ja gut, trotzdem, danke. Bitte, kein Problem. Tschüss. Ja, die fehlen mir auch, die kleinen Räume. Die fehlen mir wirklich. So, Hatsi, danke für den Fun mit dem Rollstuhl vor, auf dem Schiff. Und die Dursache bei Toni, ja, kein Problem. Ach, das am Schiff, Alter, das tut mir so leid. Ich wollte die einfach nur los, weil ich hab sie nicht wegbekommen. Bei einmal fahr ich mit der den ganzen Rundgang. Anorak, danke schön fürs VIP-Werden. Ananas, Ananas. Gut. Leute, ich glaube, für heute gibt es nicht mehr viel zu tun, hier auf RLO. Ich glaube, wir haben viele gute Sachen. Achso, wisst ihr eigentlich? Ja, ich schon den Garten. Ach, klappt jetzt wieder, danke. Oh, jawohl. Wer ist denn das nochmal? Forklift. Irgendwas Lustiges zeigen, Leute. Euch hat das schon mal gezeigt, dass das jetzt klappt? Ach, warte, ich kann das ja so drüben machen. Das ist so geil. Passt auf, Leutchen. Ich glaube, das müsste hier klappen mit dem Ding hier. Wir nehmen den mal mit. Ach, nee, jetzt. Ach, komm. Ein Stück Scheiße. Komm, fährt er weg. Nehmen wir halt das Auto mit. Habt ihr es schon mal gesehen, die, oder? Bin mir gerade unsicher, ob ich das mal gezeigt habe mit dem Forklift, dass das jetzt funktioniert. Kann ich jetzt Autos damit mitnehmen, wenn man drauf Bock hat und die irgendwo aufladen oder abladen. Schau mal, ob ich das Ding irgendwo aufgeladen bekomme. Zum Beispiel, schau mal. Den Wagen kann man Müll werfen, theoretisch. Dann braucht ja keiner mehr. Als Beispiel jetzt. Das ist meine persönliche Empfehlung, was man machen kann. So, einfach Müll werfen braucht keiner mehr. Kann man abholen. Finde ich ganz geil. Dann haben wir ein Script geschrieben dafür. Wir haben auch jetzt einen zweiten Forklifter. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist noch nicht drin im Server. Da habe ich einen gemacht mit Licht und Lampen. Die kannst du da anschalten. Wollen wir hier auch probieren? Ah, komm. Ah, den hier. Ja, mitnehmen. Tschüss. Da sitzen sogar noch Leute drin. Komm, die semeln wir mal in den Ding hier rein. Ja, komm. Ja, schön angenehmen Tag noch. Sie müssen schon da bleiben. Bisschen tiefer. Und da schwimmen die NPCs. Wie süß. Aber gehen die da jetzt unter? Ich glaube. Ja, die gehen gerade unter. Nicht ganz lustig. Das funktioniert jetzt. Bei Andel hat das mal gesehen. Ja gut, bei Andel im Autohaus sieht man das. Oder im Ding sieht man es sicher. Aber wisst ihr, was ich deshalb auch so geil finde? Wenn man mal Bock hat auf eine Hebebühne, kannst du dir einfach eine selber bauen. Wenn du einfach so machst. Wo ist jetzt? Was kann man da sagen? So ein Bugatti Veyron. Brauchen wir jetzt da hin? Dann kannst du dir einfach, wenn du gerade eine Hebebühne brauchst, kannst du easy dir eine selber bauen. Wenn du einfach hingehst und sagst, komm. Hebebühne. Zack. Schaust das Auto mal von unten an. Kannst du inspecten. Eine Inspektion machen. Das ist halt schon cool. Wenn man eine mobile Hebebühne braucht. Für seinen Bugatti Veyron. So. Ich stelle mir mal auch irgendwo hin. Dann kannst du mir irgendwie Spaß damit haben. So. Alter, wenn ich ihn hier drauf stelle, kommt er nie wieder runter, ne? Auf die Box da. Glaube ich halt. Hoppala. Na, ein bisschen weiter. So, jetzt. So. Ah, nee, nicht. Scheiße, ich krieg das nicht mehr weg. Weiter oben. Oh, scheiße. Nein, die dreht mit. Ich muss das weiter nach oben machen, so. Nein, komm. Ach, bleib doch oben. Oh, jetzt aber. Nee, das Ding. Ach, komm. Ja, geht doch. Kunstwerk vollendet. Ist das nicht ein schönes Kunstwerk, was wir gemacht haben? Ich nenne es ein Hauch von Tüll. So, äh. Sokolow nochmal. Unnützes Wissen. Untersuchungen zeigen, dass Falken näher mit Papageien und was? Sperlingsvögel verwandt sind als mit Greifvögeln. Danke für das unnötige Wissen. Äh, unnützes Wissen. Sokolow. Kann ich mir jetzt, werde ich auf jeden Fall heute Abend wieder vergessen. Ah, ich hab's schon vergessen. Perfekt. Blue Night Moon Wendt. Ich wollte mich mal bedanken, dass du, was, dass du für ein Hammergeist Projekt gebaut hast. Es macht echt Spaß. Akkus geht raus. Blue Night Moon Wendt. Zini mit Fies auch reingerappelt. Rap Gaming. 7, 8, 7 Dank fürs WP werden und, äh, ja. Sind wir jetzt mal alles durch? Haben wir alles durch gelesen. Muss man eine Einreise machen? Ja. Es gibt so Einreise-Events bei uns. Sieht aber echt cool aus, ne? Es hat was. Oder ein Foto? Ich mach davon ein Foto. Werden die, die werden die auf Instagram mal gucken, was ich da, äh, geschaffen habe. Was ich hier poste. Ich nenne jetzt einen Hauch von Tüll. Ich hab's grad gepostet. Das Schöne ist, man kann selber liken. Guck mal. Der hat mir jetzt selber ein Herz gegeben. Ist das nicht schön? Was hoffen die Leute eigentlich so? Oh, das gefällt mir auch. Ich nehm, ob da was ist. Ach, das ist auch ein schönes Bild. Das kann man auch nur liken. Das hier kann man auch nur liken. Tja, hat das schon wer gesehen? Ich hoffe, es hat irgendwer gesehen. Ja, drei Likes bekommen. Perfekt. Das lassen wir hier stehen. Vielleicht kommt ja jemand, schaut sich das Kunstwerk nur an. Abgesperrt ist das Ding ja. Wobei ich glaube, es wird despawnen. Ja, sicher despawns ja in einer Zeit. Egal, wir lassen es hier. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen auf heute mal Schluss dann so langsam. Und, äh, ich hoffe, euch hat dieser Stream gefallen. War auf jeden Fall heute mal was anderes. War auch immer wieder sehr lustig, Leute zu beobachten und zu gucken, was die so machen. Oder ist das was? Wir haben hier einen Blitzer aufgestellt und der blitzt noch obwohl er abgebaut ist. Das ist ein Problem. Das haben wir schon länger. Ich muss diese mobilen Blitzer rausnehmen. Oh ne, es rutscht runter. Nein, nicht. Nein, ein Hauch von Tüll. Na egal, komm. Ein Foto mal gemacht. Das reicht. Ich lasse ihn hier. Der soll hier seinen Fun haben, der Wagen. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst auf jeden Fall kostenlos ein Abo. Da würde mich freuen. Road to One Million. Bald ist es soweit. Also, wer es noch nicht wusste, gerne abonnieren, Glock aktivieren und auch komplett kostenlosen Like da lassen. Wir haben heute 8000 Likes geknackelt. Also, Kuss geht raus. Jemand fragte, wie die Idee zu R&O kam. Wir wollten GTA spielen und nicht auf die normalen Server gehen von GTA Online, weil die halt nicht so geil waren. Wir wollten immer schon RP machen. Seit GTA 4 haben wir so Polizei-RP gespielt und sonst ZAMP. Rap Gaming, danke für den Sticker. Also, die Idee war eigentlich schon immer da. Eine Zeit lang wollte ich auch einen Garry's Mod selber machen, als es noch kein GTA für PC gab. Eine Zeit lang war das so. So lange ist es her. Ach, schau, jetzt ist er komplett unten. Jetzt mache ich den aber weg. Jetzt ist er da drin sogar. TV. Tschüss, war nett. So, also Leute, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen, bitte, wie heute. Es ist ja Mittwoch, weil wir haben ja einen Gerichtstermin. Mal schauen, ob ich den annehme. An dem Märchen schon oder ob ich das streame. Mal schauen, mal schauen. Also höchstwahrscheinlich, ja. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht sogar morgen, bitte, wie heute in einem Stream. Och nee, ich habe die Wette verloren. Welche Wetter hast du verloren, Sina? Was für eine Wette. Das würde mir mal interessieren. Kannst du bitte die neuen Polizeifahrzeuge zeigen? Die haben wir ja auch hier auf dem Server nicht. Die haben wir auf dem Test-Server. Ich würde sagen, die zeigen wir dann, wenn sie fertig sind, komplett. Wenn sie komplett fertig sind, dann zeige ich die mal. Kehrmaschine. Ich zeige euch mal alle Neuigkeiten, wenn sie mal wirklich offiziell drin sind. Ist, glaube ich, besser. Finde ich dann besser, wenn man dann so alles sehen kann. So, ähm, also Leute. Ich würde sagen, wir haben viele geschafft. Andes Entenhaus hat einen Türsteher bekommen. Wir haben den Leuten geholfen, so gut das ging. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns, wie gesagt, demnächst. Also, gut. Werde mit mir. Ja, gut. Was war immer das für eine Wette. im Fall. Also, haut rein. Wir sehen uns. Ah, ich wollte ja die Lindenbar machen. Lindenbar 2. Wir sehen uns und ja, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski, Leute.